So, eine neue Folge Junge Naiv. Wir sind zurück und ich habe einen Gast, den ich kenne nicht schon irgendwoher. Woher bist du nochmal? Ich bin hier aus Berlin, Hochschule für Technik und Wirtschaft, bin da Professor für Regenerative Ingenieinsteme und wir haben uns da vor, was du gesagt hast, zweieinhalb Jahre angesehen, das letzte Mal nicht. Und wie heißt du? Volker Quaschning. Sie vergesst das ja immer so schnell. Ja, macht nichts. Ich meine, du hast ja auch Corona gehabt. Da hast du ja gesagt, irgendwie geht ein bisschen aufs Gehirn. Ja, stimmt. Gedächtnisverlust und so. Ja. Hast du schon gehabt? Nee, zum Glück nicht. Also irgendwie toi, toi, toi. Also ist ja geimpft, geboostert. Das ist ja eine große Diskussion. Mein Sohn hatte Corona. Ich bin noch drumherum gekommen, aber es sieht ja so aus, als ob wir mit Omikron irgendwann uns drauf einstellen müssen und uns dann hoffentlich mal nach Corona anderen Themen zuwenden müssen, weil andere Krisen, ich hoffe, dass wir heute drüber reden, die Klimakrise, die warten ja und die müssen natürlich auch gelöst werden. Also wir können uns nicht nur mit Corona beschäftigen. Machst du eigentlich noch so, wenn du deine Studenten da unterrichtest, ist das immer noch persönlich? Also ist das alles online? Die Hochschule sind am meisten eigentlich getroffen gewesen von Corona. Wir waren die Ersten, die dicht gemacht haben und die Letzten, die wieder aufmachen durften. Also bis letztes Jahr Oktober waren wir komplett zu. Das heißt, wir haben alles drei Semester online gemacht. Das heißt, die Studierenden haben nur vor dem Bildschirm gesessen und wir auf der anderen Seite und haben dann über Zoom, auch die Klausuren waren online. Und wir haben auch einige dadurch verloren, weil natürlich ist sowas ganz anderes. Also ich meine, alle, die da draußen mal studiert haben, wissen, das Wichtigste ist ja auch, dass man sich mal trifft, irgendwo mal in der Mensa trifft, mal über Sachen sprechen kann, mal die Kommilitonin fragen kann, wie geht das? Das ist ja alles weggefallen. Den Professor fragen kann. Zum Beispiel, das natürlich auch. Hast du die Klausur wenigstens einfacher gemacht? Naja, wir wollen ja versuchen, wir müssen die Leute ja für die Energiewende fit machen. Also wir hatten schon den Anspruch, dass wir den gleichen Stoff machen. Wir haben die Klausuren auch nicht leichter oder schwerer gemacht und erstaunlicherweise waren die Noten auch ähnlich. Also das heißt, das Online-Format hat schon ganz gut funktioniert, aber wir merken also bei vielen, dass schon einige auch einfach sind verschwunden. Die sind gar nicht mehr da und haben aufgehört zu studieren, weil einfach, man braucht sehr viel Selbstdisziplin. Morgens aufstehen, dann im Sofa. Ich habe einen Studenten gehabt, der hat gesagt, mein Leben hat sich anderthalb Jahre auf zwölf Quadratmetern jetzt abgespielt. Das heißt, und dann morgens um acht Uhr aufstehen, sich motivieren, einfach vor den Rechner sitzen und da sitzen bleiben. Ist eine Riesenherausforderung. Und toi, 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 seit Oktober. Wir haben ein sehr gutes Hygienekonzept bei uns an der Hochschule gehabt. 3G und FFP2-Maske, auch der Professor. Also acht Stunden mit Maske geredet. Also ich verstehe dieses ganze Jammern mit der Maske nicht. Also wenn man acht Stunden Vorlesungen halten kann, also wo ich wirklich ja die ganze Zeit auch rede und das funktioniert, dann geht das schon irgendwie. Und dafür, dass wir uns wirklich live sehen konnten, war ich auch bereit, das auch gerne aufzunehmen. Und man hat auch wirklich gemerkt, wie die Studierenden dann wieder aufgeblüht haben. Die haben sich gesehen, sie haben sich getroffen. Die konnten uns mal, also vorher waren ja Studierende nur schwarze Kästchen für mich, nicht? Bei Zoom immer. Also die haben ihre Kamera nicht aufgemacht. Das heißt also, ich habe ja die ganze Zeit anderthalb Jahre mit schwarzen Kästchen mich unterhalten. Und jetzt konnte ich mal wirklich den Studierenden mal wieder ins Gesicht sehen. Und das war natürlich eine sehr, sehr schöne Sache. Ja. Aber hättest du denen sagen können, macht euer Bild an oder so? Ja, da sind die ein bisschen scheu, muss man sagen. Das klappt ja mal so ganz kurz. Also so fünf Minuten. Und dann machen die Ersten wieder aus, weil naja, sie sitzen halt auf dem Sofa und essen nebenbei eine Stulle oder trinken was. Ja, woher weißt du, dass die da sind? Ja, es ist ja immer noch... Ich kann ja aber online gehen, mein Bild ausmachen und dann... Naja gut, man kann ja auch online noch ein paar neue Ideen ausprobieren. Also man kann zum Beispiel irgendwelche Umfragen machen, nicht? Also jetzt habe ich mal was erklärt und was meint ihr denn, was ist die Lösung? A, B, C, stimmt mal ab. Und dann sieht man ja, wie viele da mitmachen. Und dann weiß man auch noch, wer vom Bildschirm eingeschlafen ist oder wer noch dabei ist. Und wenn ich bei dir eine Klausur online schreibe, kann ich dann besser schummeln, als wenn ich es Person machen? Ich befürchte. Also es ist immer so ein bisschen die Sache. Wir wissen es natürlich nicht genau. Natürlich erzählen uns die Studierenden nicht unbedingt, wie sie es machen. Aber ich habe ja auch mal studiert. Und ich glaube, mit den heutigen technischen Möglichkeiten, mit WhatsApp und sonst irgendwie sind natürlich die Möglichkeiten... Also die Studierenden werden halt mit einer Kamera auch beobachtet, aber die Kamera hat natürlich halt so ein Feld... Wie war schwarz? Ja gut, bei der Klausur müssen sie es offen haben, nicht? Ah ja. Genau, weil sonst kann ja sonst irgendwie der Vorsitzende jemand anders die Klausur schreiben. Das wollen wir zumindest mal ausschließen. Aber natürlich, dass da außerhalb der Sichtweite irgendwie ein Handy liegt oder irgendwo an der Wand einen Haufen Sachen kleben, das können wir natürlich sehr, sehr schwer ausschließen. Aber ja, also im Hörsaal wird ja auch geschummelt, muss man ja auch sagen. Da sitzt ja auch der Nachbar nebendran. Und insofern haben wir so am Anfang den Eindruck gehabt, dass es ähnlich war, also von der Menge wie eigentlich auch vorher bei den Live-Veranstaltungen. Später haben wir so ein bisschen schon gemerkt, dass die Studierenden, die gut vernetzt sind, bessere Klausuren geschrieben haben, als die, die halt schlechter vernetzt sind. Also gerade mit Migrationshintergrund, die halt nicht so viele Leute kennen. Und das ist dann schon sehr auffällig teilweise gewesen. Und dann denkt man natürlich schon, also so richtig fair ist so eine Online-Klausur halt nicht mehr. Aber kann man die fairer machen? Schwierig. Also nur nicht mit begrenztem Aufwand. Also wir haben natürlich auch nur personelle Ressourcen. Also man kann natürlich spezielle, was weiß ich, Klausurräume machen. Oder es gibt andere, die dann Programme, die dann praktisch den Rechner kontrollieren nebenbei. Und dass man das Handy irgendwo in Sichtweite legt oder so, kann man sich ja alles noch überlegen. Aber hundertprozentigen Schutz gibt es nicht. Und auf der anderen Seite ist es ja auch ein bisschen Teamwork. Also es ist ja nicht so, dass wir da jetzt wie die strengen Eltern irgendwo versuchen wollen, alles auszuschließen. Sondern dass wir wollen die Menschen ja auch fit machen fürs Leben und für auch den Beruf in den erneuerbaren Energien. Und deswegen, ja, ein paar wollen sich natürlich durchschummeln. Das muss man natürlich ein bisschen verhindern, weil wenn die Leute nichts können und dann draußen in die Arbeitswelt gehen, dann richten die mehr Schaden als Nutzen an. Aber ich sag mal, wenn so ein bisschen geschummelt wird, aber sie sich trotzdem richtig anstrengen, dann ist das im Rahmen des Möglichen auch noch okay. Hast du mal gefragt oder weißt du, was deine Studierenden werden wollen? Wir machen ja schon 20 Jahre die Ausbildung. Das heißt, wir haben ja schon einige tausend Studierende ausgebildet. Das heißt, wir wissen ja auch, wo die landen. Also die meisten landen schon in der Branche. Solarenergie, Windenergie, planen dann. Da gibt es noch Arbeitsplätze, ja? Ja, jetzt erst richtig. Letztes Mal, das ist eine der Zahlen, die ich mir gemerkt habe, vor zweieinhalb Jahren warst du dabei, hast du erzählt, 80.000 Arbeitsplätze in der Photovoltaik, in der Windbranche verloren gegangen. Das war nur Photovoltaik, Wind kam nochmal 50.000, 60.000 Windenergie dazu. Das heißt also, da hat die, angefangen hat ja dann irgendwie schwarz-gelb, aber die Kroko, die haben da richtig geholzt. Da sollte die Energiewende halt langsam laufen. Das ist aber jetzt vorbei. Das heißt also, das Tal der Tränen war so 2018, 2019 erreicht. Seitdem geht es halt leicht wieder aufwärts. Und ja, die Auftragsbücher füllen sich und das Personal ist halt abgebaut. Die sitzen ja jetzt nicht zu Hause und warten auf einen Anruf und sagen, okay, wenn ihr wieder loslegt, dann kommen wir wieder. Sondern die haben natürlich jetzt auch, das sind ja gut qualifizierte Leute, Jobs in anderen Branchen. Und dann gibt es jetzt dann schon Probleme. Also wer jetzt heute eine Solaranlage haben will, der darf sich nicht einbilden, dass er jetzt anruft und morgen jemand kommt und jemand aufs Dach schraubt. Also das dauert schon ein bisschen. Habe ich auch Erfahrungen gemacht. Drei Monate gedauert. Das wird noch mehr zunehmen, ja. Aber wenn ich bei dir studiere, kann ich auch mit dem Abschluss irgendwas anderes machen, außer eine Windbranche oder Solarbranche zu arbeiten? Ja, wir sind ja klassischer Ingenieurwissenschaftlicher Studiengang. Das heißt also ein bisschen Elektrotechnik, ein bisschen Maschinenbau. Das braucht man halt für die erneuerbaren Energien und dann ab dem dritten Semester halt sehr stark rein in die erneuerbaren Energien. Aber man kann natürlich auch in die klassische Energiewirtschaft dann gehen oder, was weiß ich, Mobilität, Ladesäulen, Konzipieren oder sonst irgendwas. Also alles, was halt im Energiebereich ist, kann man mit der Ausbildung auch machen. Ich will in die Ölbranche. Geht das noch? Ja, da lernt ihr recht wenig bei uns. Also die Klassischen bilden wir nicht mehr aus. Also Öl, Kohle, Atom, Gas kommt bei uns nicht mehr vor, weil wir uns natürlich eine Energieversorgung auch realisieren wollen, die komplett erneuerweise ist. Aber Volker, vielleicht will ich meinen Lebensmittelpunkt nach Frankreich verlagern und dort in einem Kernkraftwerk arbeiten. Dann kann ich das bei dir jetzt nicht mehr. Ne, das kannst du nicht. Aber da gibt es sowieso keine Ausbildungsplätze mehr in Deutschland groß im Bereich der Kernenergie. Und die Menschen, die wir da brauchen, die sind auch sehr überschaubar, die Anzahl, weil also die Kernenergie ist ein absoluter Mischenmarkt. Und ja, die Franzosen, das bisschen, was die da brauchen an Personal, das decken die schon selber ab. Also, Walter, hast du die Zeit genommen, jetzt ein neues Buch zu schreiben? Energierrevolution jetzt. Ist noch nicht auf dem Markt, Leute. Falls ihr euch wundert, kommt erst in fünf Tagen raus. Genau, am Montag. Ich habe das Privileg gehabt, das schon lesen zu dürfen. Ja, für tolle Journalistinnen gibt es natürlich vorab ein Exemplar. Ja, nee, also, woher hatten wir die Zeit? Wir haben ja Corona gehabt, nicht? Also, das heißt, Lockdown, man sitzt halt zu Hause und dann haben wir auch angefangen, erstmal in der ersten... Schatz, wir schreiben Buch. Erstmal haben wir gesagt, Schatz, wir machen einen Podcast, nicht? Also, war irgendwie... Ich meine, ich habe vorher auch viele Vorträge gemacht, bin durch die Gegend gereist. Das ist erst mal weggefallen. Und dann, erstaunlicherweise, waren auch alle mit Corona beschäftigt. Das heißt, man hat ja auch sehr viel E-Mail-Aufkommen. Das wurde halt auch deutlich kleiner. Das war dann, ja, Ende 2020. Und dann sagt man, okay, jetzt hat man endlich mal Luft zum Durchatmen. Und wenn man kreativ ist, sagt man, was könnte man denn machen? Und meine Frau meinte einfach, na, dann machen wir doch mal einen Podcast. Und ich habe gesagt, okay, Podcast. Wer hört denn sowas? Ja, wer hört denn sowas? Macht ja Arbeit. Okay, aber gut. Wenn man seiner Frau einen Wunsch ausschlagen, dann machen wir es einfach mal. Und wenn die Zahlen nicht stimmen, dann hören wir halt einen halben Jahr wieder auf. Und die Zahlen waren gut. Also die Leute haben das irgendwie recht gut und gerne gehört. Und wir haben positive Kritiken gekriegt. Dann haben wir es erst mal weitergemacht. Und dann haben viele gefragt, naja, das ist irgendwie recht viel Infos, die ihr da bringt. Immer eine Dreiviertelstunde mit komprimierten Infos kann ich das irgendwo nachlesen. Da habe ich gesagt, das jetzt alles noch aufschreiben und euch dann zur Verfügung zu stellen, ist auch irgendwie ein bisschen aufwendig. Das schaffen wir nicht. Aber wenn der Wunsch so groß ist, dann machen wir ein Buch draus. Dann haben wir da vielleicht eine Win-Win-Situation. Und alle, die es nachlesen wollen, können sich dann das Buch anschauen. Und natürlich haben wir jetzt nicht nur das vertont oder geskriptet, was wir dann haben, sondern es natürlich auch geschaut, dass es rund wird. Weil man merkt dann schon, also am Anfang dachten wir, na gut, wir nehmen einfach die Folgen, machen ein Buch draus und gut, aber das ist unlesbar. Unlesbar, also das heißt, wie man spricht und wie man schreibt und liest, ist halt einfach unterschiedlich. Deswegen muss man halt nochmal wirklich komplett überarbeiten. Beim Überarbeiten fällt einem auf, nah, da fehlt noch ein bisschen was und dann ist halt doch nochmal komplett anders geworden. Aber ich glaube, es ist jetzt mittlerweile eine ganz gute, runde Sache. Wie habt ihr das aufgeteilt? Jeder wechselt sich ab mit einem Kapitel? Na, eigentlich machen wir das so gemeinsam. Das heißt, es gibt natürlich, also ich komme ja aus dem Energiebereich, das ist schon klar. Also überall, wo Energie geht, ist das meiste bei mir. Meine Frau hat eher so ein bisschen den Blick, naja, wie kann man irgendwo der Widerstände überwinden, so die psychologische Sache. Ist sie ein Psychologin? Ne, sie ist im Gesundheitsbereich dann tätig, aber sie macht auch als Hypnose-Therapeutin und Coach dann auch einiges in dem Bereich und hat da schon irgendwie so ein bisschen Einblicke. Was dann immer ganz gut ist, sagen wir mal auch, das Abschlusskapitel ist einfach auch, wie setzt man das Ganze um? Das ist einfach die Frage. Ich kann ja als Ingenieur kann ich immer aufschreiben, so müsste man es machen und dann wundere ich mich immer, dass es keiner tut. Und die Fragen versuchen wir halt auch ein bisschen zu beantworten. Gibt es Streit zwischen euch? Also jetzt politisch, energiepolitisch? Also da energiepolitisch, nö, da ist eigentlich alles logisch, was zu machen ist. Also natürlich irgendwie, wir haben oftmals, weil irgendwie der Terminkalender ist voll, es gibt natürlich dann irgendwie Stress, irgendwie so eine Podcastaufnahme noch in den Tagesablauf reinzuquetschen. Das ist dann manchmal irgendwie, wenn man es dann irgendwie jetzt nicht, aber das ist dann eher so das ganz Normale. Aber inhaltlich, sage ich mal, ist das ganz okay. Wir sind auch mit der Familie. Also wir haben jetzt bei Fridays for Future einiges verändert. Also auch die Art der Ernährung ist ja dann auch so eine Frage. Also man reflektiert sich ja auch selber und sagt, oh, da haben wir noch eine Baustelle, die ist noch nicht gelöst. Das entscheiden wir dann aber auch gemeinsam und diskutieren das auch mit den Kindern und setzen das dann auch gemeinsam um. Und das klappt eigentlich immer sehr im Konsens. Falls ihr Fragen an Volker habt, stellt sie im Live-Chat oder per Twitter. Hans kommt am Ende. Und stellt sie denn für euch. Jetzt warst du vor 200 Jahren zuletzt bei Jungen Naiv, Folge 418, glaube ich. Was hast du seitdem selbst Neues erfahren zum Thema Energiewende? Oder ist das immer noch der gleiche Stand? Du betest immer noch die gleichen Sachen runter? Gibt es irgendwas Neues, was Volker Quaschning selbst gelernt hat? Naja, es entwickelt sich erstmal alles weiter. Es ist erstmal sehr, sehr spannend, die Gesellschaft zu beobachten. Also da merkt man schon einiges. Ich bin jetzt seit 30 Jahren dabei. Am Anfang haben wir darüber diskutiert, geht das überhaupt mit erneuerbaren Energien, eine sichere Energieversorgung hinzukriegen? Dann haben wir alle gesagt, Frau Merkel hat am Anfang mal gesagt, mehr wie 4% geht gar nicht. Das war so Anfang der 90er Jahre. Das heißt, wir mussten erstmal aufklären, nee, also wir kriegen auch 10, wir kriegen auch 20, wir kriegen auch 100% hin. Also ich war einer der ersten so von der 100%-Fraktion. Hat man mich auch in der Branche teilweise verfrügt erklärt. Ja, na gut. Man muss ja überlegen. Wir hatten ja Anfang der 90er Jahre null Solarenergie. Und dann war ja schon so vorstellbar, es war auch damals irre teuer, wenn man dann einfach sagt, naja, okay, wir bauen jetzt erstmal so viel Solarenergie, dass die mittags alles abdecken kann. Das war so das Größte, was man sich vorstellen kann. Nur dann deckt die Solarenergie halt auch nur 10, 20% ab. Weil natürlich im Winter reicht es nicht, nachts reicht es nicht. Wenn man jetzt 100% erneuerbar haben will, muss man eigentlich so viel Solarenergie machen, dass man tagsüber im Sommer dreimal so viel Solarstrom hat. Wir brauchen Mondenergie oder so. Was für Mond? Mond bringt halt nicht viel. Aber wäre eine gute Idee, einen großen Spiegel auf dem Mond oder so. Aber das ist, glaube ich, unrealistisch. Dann kommt man halt zu dem Schluss, dass man also wirklich wahnsinnig überdimensionieren muss. Und dann sagen alle, das ist ja irre. Du willst jetzt so viel Solarenergie aufbauen, dass wir dann im Sommer mittags dreimal so viel Strom haben, als wir brauchen. Wie soll das funktionieren? Und ja. Müssen wir nur abgeben an andere Länder. Naja, die müssen wir halt speichern. Ja, speichern. Genau, das ist eigentlich die Idee. Und da am Anfang wurde man auch wirklich in der Solarbranche, also da gab es dann auch wirklich Fachleute, die gesagt haben, so viel kann man gar nicht bauen. Und dann sagen wir, aber wie wollt ihr denn klimaneutral werden? Das heißt, wie sieht denn euer Konzept aus? Und irgendwie jetzt mittlerweile bin ich ja relativ froh. Ich war so einer der Ersten, die gesagt haben, dass man bei mindestens 200 Gigawatt bauen will. Und jetzt haben es die Grünen ja übernommen ins Parteiprogramm oder jetzt auch sogar der Herbeck ins Regierungsprogramm. Und das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Sache. Und jetzt müssen wir halt ein bisschen Druck machen, weil wir haben jetzt mittlerweile gemerkt, dass es eigentlich noch mehr sein muss. Also weil wir natürlich die Industrie lange Zeit nicht berücksichtigt haben. Also Stahlherstellung, Wasserstoff für was weiß ich, da fehlt also noch ein bisschen was. Also eigentlich müsste es noch mehr sein. Aber es ist ja schon mal ganz gut, dass wir uns da annähern. Ja, und jetzt war die nächste Frage natürlich. Lange Zeit haben wir diskutiert, das ist nicht bezahlbar. Also Herr Altmaier hat ja immer erzählt, irgendwie das wird alles zu teuer und wir können das gar nicht leisten. Und deswegen müssen wir leider, leider ein bisschen langsam machen bei der Energiewende. Die nächste Generation, die kann sich das dann leisten. Und dann geht das ein bisschen schneller. Und dann haben wir einmal gesagt, naja, aber Solarenergie wird sehr schnell billig. Hat uns auch keiner geglaubt. Dann haben wir die Solarenergie billig gemacht. Jetzt ist die Technik da. Alle sind sich einig, was wir machen müssen. Jetzt ist sie auch preiswert. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir halt einfach die Mengen umsetzen. Und in der Zwischenzeit ist uns einfach die Zeit weggelaufen. Das heißt also, wir haben jetzt einfach nicht die Zeit mehr zur Verfügung, um entspannt klimaneutral zu werden. Jetzt müssen wir das irgendwie mit der Brechstange machen. Und das wird spannend werden die nächsten 15 Jahre. Du sagst jetzt, die Technologie ist schon längst da, die wir brauchen, um die Energiewende hinzubekommen. Gleichzeitig hörst du von der FDP immer noch. Ja, Volker, wir warten immer noch auf so eine bestimmte Zaubertechnik, die den Rest unserer Klimawandelprobleme dann auch noch löst. Das ändert sich ja gerade bei der FDP. Also unser Verkehrsminister hat ja gewarnt, sich jetzt neue Diesel- und Benzinautos zu kaufen. Also eine ganz andere Sprech als vor der Wahl. Das heißt also auch bei der FDP ist man jetzt in der Realpolitik angekommen, nicht im Wünsch dir was. Und insofern glaube ich, ist man sich da, es gibt immer noch ein paar Stimmen, klar, die irgendwas anderes fordern. Aber ich glaube so von den wesentlichen Ecksteinen, also dass wir die Hauptenergieträger werden Solar- und Windenergie sein, wir brauchen Speicher. Beim Verkehr werden wir im Wesentlichen Elektroautos haben, beim Heizen auch möglichst keine Öl- und Gasheizung. Also ich glaube, die Eckpunkte sind eigentlich bei 90, 95 Prozent der Wissenschaftler auch so ein Haken drunter. Gimogler ist durch. Brätst du eigentlich Parteien oder Politiker? Kommen da welche an und sagen, Volker, hör mal? Ja, also genau, wird es irgendwie erstaunlich interessant. Land Berlin hatten wir jetzt, die haben eine Solarstrategie ausgearbeitet. Da hatten die uns irgendwie auch mit ins Beraterteam genommen. Irgendwie, es gibt so einen Innovationskreis in Sachsen. In Sachsen? In Sachsen, ja. Aber gut, da sind die Grünen mit an der Regierung. Das weiß man gar nicht genau. Also die suchen sich natürlich was aus. Also klar, je konservativer es wird, desto weniger werde ich angefragt. Aber jetzt Solarbeispiel in Berlin. Haben die deine Forderung oder deine Beratung übernommen? Ja, also das heißt, wir waren ja schon, also es war ja ein größerer Beraterkreis. Ich war nicht alleine da. Das heißt, man hat also ein großes Team gehabt, wo also 20, 30 Leute auch aus der Branche oder so waren. Das Problem, was man hat beim Solarenergieausbau, dass die großen Räder auf Bundesebene gedreht werden. Also das heißt, das Land Berlin kann halt nur bedingt was machen. Also man möchte jetzt eine Solarpflicht umsetzen. Also immerhin, das kommt jetzt auch. Aber so die richtig großen Sachen, Förderung, Anschlussbedingungen für Solarenergie, irgendwelche Gesetze, die bremsen, die Mieterstrom nicht zulassen, das ist alles Bundesgesetzgebung. Und deswegen merkt man also, das Land kann halt was im Baurecht machen. Also was weiß ich, wie eine Solarpflicht. Aber wenn jetzt halt die Vergütung für Solarstrom nicht passt oder die Bürokratie, wo er wahnsinnig groß ist, das muss halt auf Bundesebene passieren. Und da hoffen wir jetzt einfach mal, dass mit der neuen Regierung hier endlich diese Hürden auch beseitigt werden. Weil da kann das Land wenig machen. Hast du mal einen Koalitionsvertrag geguckt? Ja, haben wir eine Podcast-Folge zugemacht. Gut, ja. Nicht jeder hört deinen Podcast. Bist du groß ganz zufrieden mit den Zielen, die sich da gesetzt haben? Und wo nicht? Ja und nein. Wir gehen nachher die verschiedenen Energiesachen durch, aber so im Groben und Ganzen. Naja, wir starten ja von extrem niedrigen Niveau, muss man ja sagen. Also ich meine, die letzten zwei Regierungen haben ja Arbeitsverweigerungen beim Klimaschutz und der Energiewende gemacht, muss man ganz klar sagen. Also die haben es halt ein bisschen weiterlaufen lassen, aber im Prinzip im Wesentlichen geguckt, dass es nicht mehr wird. Und jetzt sind wir einfach auf einem niedrigen Niveau, also dass man es mal einordnen kann. Wir haben jetzt 20 Prozent erneuerbare Energien. Wenn man nicht nur auf den Strom guckt, sondern auf alle Energieträger, Wärme, Verkehr und so weiter. Und jetzt wissen wir aus der Klimaforschung, dass wir eigentlich möglichst in 15 Jahren klimaneutral werden sollten, wenn wir hier Schlimmeres in Deutschland verhindern wollen. Das heißt, wir müssen jetzt in 15 Jahren von 20 auf 100 Prozent kommen. Also die Koalition sagt, spätestens 2045. Genau. Das sind 25 Jahre und da ist ja der erste Widerspruch. Und das finde ich so ein bisschen schade. Also auch die 25 Jahre sind ja erstmal im Vergleich zu dem, was passiert ist, ambitioniert. Das muss man erstmal, also deswegen will ich ja nicht jetzt, also früher habe ich immer nur gemeckert, jetzt will ich irgendwie, sag ich mal, einmalseits meckern, aber andererseits auch mal loben. Das heißt, wir haben 30 Jahre gebraucht, um 20 Prozent erneuerbare Energien zu machen. Und die Regierung will jetzt in 25 Jahren die restlichen 80 Prozent machen. Also das ist natürlich schon ambitioniert. Nur verspricht sie damit halt auch, das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten. Und das passt halt nicht zusammen. Das heißt also, da wäre, ja, wir wissen, welche Menge an CO2 wir ausstoßen dürfen in Deutschland. Das hat der Sachverständigenrat für Umweltfragen ausgerechnet. Da gibt es auch ein Gutachten für die Bundesregierung. Und wir wissen, wenn man, also es gibt ja die Frage, die Wissenschaft rät ja dringend, nicht über 1,5 Grad Erwärmung rüber zu gehen. Wir haben jetzt schon 1,2 Erderwärmung, so ab 1,5. Wir sehen das jetzt schon, die Folge im Ahrtal und was. Also das Klima kippt schon. Und jedes Zehntel Grad sorgt einfach dafür, dass die Schäden größer werden. Und das Pariser Klimaschutzabkommen sagt, wir sollen irgendwie deutlich unter 2 bleiben. Das ist ein bisschen unscharf. Also deswegen sagt man so zwischen 1,5 und 1,7. So, das sollten wir versuchen, dass sich das da irgendwo stabilisiert und einpendelt mit der Temperatur. Und nun kann man einfach gucken. Der Sachverständigenrat sagt, für 1,5 muss Deutschland 2030 in etwa klimaneutral werden. Und für 1,7 2035. Und 2045 ist halt zehn Jahre zu spät, zumindest mal um das Pariser Klimaschutzabkommen aus eigener Kraft zu erreichen. Es gibt jetzt noch Möglichkeiten der Kompensation. Also, dass ich mich jetzt sozusagen freikaufe, in anderen Ländern noch was realisiere. Aber auch dafür müsste man ja Geld einstellen. Das finde ich im Koalitionsvertrag auch nicht. Also insofern, ja, es ist ein Nicht-Einhalt des Pariser Klimaschutzabkommens, aber deutlich besser als die jetzige Regierung. Und im Vergleich zu anderen westlichen Ländern auch, sage ich mal, kommt man vom unteren Mittelfeld, sage ich mal, schon in die Spitzengruppe mit dem, was man macht. Aber naja, gut, bei den Blinden ist der einäugige König so ein dem Gesprächwort nicht. Was heißt eigentlich Klimaneutralität für dich? Klimaneutralität heißt, dass im Wesentlichen kein CO, also dass praktisch keine Treibhausgase mehr in der Summe zusätzlich ausgestoßen werden. Und wenn welche ausgestoßen werden, dass man die irgendwie auf andere Art und Weise kompensiert oder einfängt. So einfach? Ja. Kann man so viel einfangen und kompensieren, wie es nur geht? Oder hat das auch eine gewisse Grenze? Das Einfangen ist erstmal schweineteuer. Also das muss man einfach, das wird ja immer so gesagt, naja, wir machen jetzt einfach weiter Kohlekraftwerke und dann fangen wir das CO2 wieder ein und alles ist gut. Nur das Einfangen, man muss ja überlegen, wir haben so einen hochkonzentrierten Kohlenstoff, der ist irgendwie in der Erde, den bohren wir rein und der kommt von selber raus, so das Erdgas und dann verfeuern wir das und dann verteilen wir das fein in die Atmosphäre, so irgendwie auf 0,04 Prozent. Und jetzt ist die Idee, wir machen das wieder rückgängig. Das heißt, dieses fein verteiltes, also ähnlich, wenn ich jetzt ein Blatt Papier nehme, kleine Schnipsel mache und die dann wupp in den Raum verteile und dann sage ich, jetzt setze das mal wieder zusammen. Das ist natürlich auch ein bisschen aufwendiger. Und das heißt, dieses Einfangen und wieder Verpressen ist natürlich einfach technisch aufwendiger und deswegen wird das natürlich auch relativ teuer sein. Man kann Bäume pflanzen, das ist auch eine Idee, aber das ist halt begrenzt, weil irgendwo, die müssen ja irgendwo stehen und auch stehen bleiben. Also das heißt, deswegen sind die Möglichkeiten, CO2 aus der Atmosphäre wieder rauszuholen, entweder begrenzt oder sehr teuer. Und deswegen muss man die einfach für die Bereiche vorenthalten, wo man nicht drum herum kommt. Also es gibt einzelne Bereiche, Zementherstellung zum Beispiel. Also ich kann keinen Zement herstellen, der komplett klimaneutral ist. Müssen wir überhaupt noch Zement herstellen? Ich meine, Annette Hillerrand war hier, Architekt for Future war hier, ich glaube, die hatte gesagt, es gibt ja auch Alternativen zu Zement. Klar, ich kann viel mit Holz bauen, aber auch ein Holzhaus hat ein Fundament. Also das heißt, gut, jetzt kann ich anfangen, steuerte Steine zu klopfen oder so. Oder wir nehmen das alte Zement von anderen Häusern, die abgerissen werden oder so. Ja gut, das kann ich beimischen irgendwie. Das ist dann, also es gibt Möglichkeiten beim Zement, den Einsatz, also beim Beton, also das kann ich im Beton, kann ich das beimischen, aber ich brauche ja trotzdem wieder frischen Zement, um das anzurühren. Also das heißt, eine gewisse Menge, also ich kann die Menge an CO2 deutlich reduzieren, aber auf null komme ich halt nicht runter. Und Zement, das wissen eigentlich die wenigsten, macht richtig viel aus. Also sieben Prozent der weltweiten CO2-Emissionen kommt aus der Zementproduktion. Sieben? Sieben Prozent, ja. Das ganze Beton mal angucken. Also wenn man so durch die Städte guckt, da ist ja halt überall, die ganzen Straßen, Brücken, Häuser, überall hängt Beton drin und das ist halt sehr Energie und auch CO2 aufwendig und da ist halt viel. Und wir können vielleicht runterkommen, also zwei, drei Prozent weltweit, aber der Rest ist halt da und den müsste man kompensieren in vielen anderen Bereichen. Also jetzt irgendwie eine Gasheizung zu betreiben und zu glauben, man fängt das CO2 wieder auf, das ist eine Illusion, das ist Quatsch. Gut, steigen wir mal ein. Man ist ja irgendwie, es gab keinen Solar in den 90ern in Deutschland. Ich habe hier die Grafik von Robert Habeck, der war letzte Woche in der Bundespresskonferenz, da steht 1990, gab es 3,4 Prozent erneuerbare Energien in Deutschland. Was war das damals? Wasserkraft? Achso. Wir haben so alte Wasserkraftwerke so aus 1800 Tupf, genau, die erste Stromerzeugung in Deutschland war ja Wasserkraft. Also das heißt, wir haben erneuerbar angefangen sogar. Ja, wir haben erneuerbar angefangen, klar. Also es war ja wesentlich einfacher, so ein Dampfturbinenkraftwerk war damals ja sehr, sehr schwierig und einfach ein Rad in den Fluss zu halten ist ja wesentlich einfacher und dann dreht sich das halt und dann hänge ich halt einen Generator hinten dran und dann habe ich erstmal Strom und es gab ja auch die alten Wassermühlen, also die Laufräder, da kann man ja erstmal einfach einen Generator dranhängen. Ist ja wesentlich einfacher als jetzt irgendwie eine Maschine, die auch nicht zuverlässig funktioniert und damit hat man angefangen und Wasserkraft war auch bis in die 50er Jahre ein viel, viel größerer Anteil. Ich glaube, wir hatten 20 Prozent Wasserkraft sogar noch irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg und dann hat man halt sehr stark auf Kohle und Atom gesetzt und dann die entsprechend ausgebaut und die Wasserkraftwerke sind einfach weitergelaufen und das ist dann halt der Anteil immer kleiner geworden. Das waren dann halt so noch 3 Prozent 1990 und dann hat man angefangen, Energiewende zu machen und das wieder zu steigern. Gibt es immer noch Wasserkraftwerke in Deutschland? Ja, die laufen ja immer noch. Immer noch die alten von vor 100 Jahren. Ja gut, ein paar wurden modernisiert, ein paar kleinere sind noch dazugekommen, aber im Wesentlichen sind teilweise, es gibt Kraftwerke, die von 1800 irgendwas sind. Also zumindest mal die Urform. Klar, die Generatoren oder sonst irgendwie wurden dann überholt und die Turbinen, aber die Bauwerke, so die Urbauwerke sind teilweise noch wirklich nur so alt. Gut, steigen wir mal ein. Du hast ja gesagt, es gibt verschiedene Energieformen, die müssen wir alle quasi erneuern. Strom, Wärme, Verkehr. Beim Strom sind wir am weitesten. Da haben wir 2020 schon Wind 27 Prozent erneuerbarer, also Anteil bei der Stromerzeugung Photovoltaik 11 Prozent, Biomasse 10 Prozent, Wasserkraft 4 Prozent. Ist doch in Ordnung, reicht doch, oder? Ja, der Strom deckt halt ein Sechstel des gesamten Energieaufkommens ab. Das muss man einfach so sehen. Das heißt, klar, das sind dann 40 Prozent von ein Sechstel und dann sieht man, dass es halt dann doch wieder relativ wenig ist. Und klar, also beim Strom läuft es einigermaßen gut. Da sind wir jetzt bei nicht ganz der Hälfte, wenn man alles zusammen zählt. Das ist schon eine Erfolgsstory von drei Prozent auf knapp 50. Also da kann man sich durchaus auch mal auf die Schulter knopfen, auch wenn wir uns gewünscht hätten, dass es schneller geht. Aber das ist natürlich auch ein Vorbild durchaus für andere Länder, Was man sagt, okay, also selbst wenn ihr jetzt noch nichts habt, guckt euch Deutschland an. Also die haben das in 30 Jahren geschafft irgendwie auf die Hälfte zu kommen und die wollen jetzt in den letzten 15 Jahren irgendwie Richtung 80, 90 Prozent kommen. Also das heißt, Energiewende geht erstmal. Und das ist ja schon mal eine sehr gute Botschaft. Aber warum, ich meine, Habeck hat ja jetzt auch das Ziel 80 Prozent bis 20, 30 beim Strom. Beim Strom. Ja, aber warum ist nicht das Ziel 100 Prozent? Also Norwegen ist ja jetzt schon bei der Stromanzeugung 100 Prozent. Ja gut, fairerweise muss man sagen, Norwegen hat andere Voraussetzungen. Die machen die 100 Prozent mit Wasserkraft. Die haben halt einfach viel mehr Berge und Fjorde und Wasser. Die Voraussetzungen haben wir einfach nicht. Da fehlen uns die Berge. Aber ist das nicht ein bisschen ambitionslos, nur 80 Prozent bis 20, 30? Ja, die Energieversorgung wird sich komplett ändern. Also ambitionslos ist es hinsichtlich Klimaschutz immer noch nicht. Also das heißt, wir werden damit die Klimaschutzziele verfehlen. Andererseits muss man natürlich als Ingenieur sagen, es sind auch einige Sachen, wo man das komplett in den Sand setzen kann. Also wir werden die Energieversorgung komplett verändern. Also wir haben ja heute schon Tage, wo wir zum Beispiel, wenn die Sonne scheint im Frühjahr, mittags, 60, 70 Prozent Solarstrom. Und wenn ich das natürlich weiter ausbaue, dann kommt man an, wo man 100, 150, 200 Prozent hat. Und bei 200 Prozent Solarstrom ist allen klar, da muss sich irgendwas im System verändern. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, was mache ich mit den Überschüssen? Wie speichere ich die? Dann kommt man auf Ideen. Jetzt kann ich überall einen dummen Speicher hinstellen. Das wird sehr, sehr teuer. Oder ich kann es versuchen, clever zu machen, dass man sagt, okay, jetzt kommen ja auch Elektroautos dazu. Ein Elektroauto, naja, das kann ich natürlich auch irgendwie abends um 19 Uhr laden, wenn ich nach Hause komme. Oder wir machen es auch wieder clever und sagen, okay, wir geben dem Strom einen Wert. Mittags kostet er fast nichts, weil da haben wir eh genug und nachts kostet er halt sehr, sehr viel. Das heißt, wir sagen den Leuten, ladet ihr euer Elektroauto tagsüber, dann kostet es 5 Euro, nachts kostet 50. Und dann werden wir natürlich erleben, dass die Menschen auch sehr, sehr clever durch den Geldbeutel denken und dann anfangen, auch möglichst tagsüber zu laden oder mit dem Arbeitgeber reden, wenn sie zu Hause nicht laden können, sagen, oh du guck mal, tagsüber ist so billig, lass uns das mal bei euch machen. Und dann können wir natürlich auch diese Lasten auch verschieben auf den Mittag und damit die Speicher reduzieren, weil beim Elektroauto ist die Batterie ja zum Beispiel drin, die kostet mich keinen Cent extra, weil die ja schon da ist. Und man kann sogar bei Elektroautos zurückspeisen. Das heißt also, wenn jetzt wirklich Not am Mann ist, kann ich aus der Autobatterie theoretisch ein Haus versorgen. Eine Autobatterie von so einem typischen ID.3 oder Tesla ist so groß, dass ich damit ein Einfamilienhaus fast eine Woche lang mit Strom versorgen kann. Echt? Ja. Das wusste ich nicht. Das ist schon spannend. Dann kann man sich überlegen, okay, dann haben wir zwei Tage Windflaute, warum soll dann irgendwie, wenn ich eh nur da mit dem Auto zur Arbeit pendle, 50 Kilometer und die Batterie voll ist, warum soll ich dann nicht einfach mal zwei Tage mein Haus damit versorgen? Und ich parke mein Elektroauto bei irgendeinem Supermarkt, kriege den Strom umsonst, fahre dann nach Hause und habe dann eine Woche lang Strom. Ja gut, das mit dem umsonsten Supermarkt, das wird sich natürlich noch regulieren. Also klar, es gibt jetzt ein paar Discounter, die das anbieten, aber wenn wir dann irgendwann mal 20 Millionen Elektroautos haben, dann wird das umsonst auch Geschichte sein. Aber klar, also ich kann aber trotzdem, ich werde künftig trotzdem günstig eintanken können, weil wir werden ja, wenn wir sehr, sehr viel Solarenergie haben, mittags einfach in Solarstrom ertrinken und dann werden wir sagen, okay, jetzt können wir entweder die Solaranlagen ausschalten oder wir versuchen den Strom für Apel und ein Ei halt zu verschleudern, das ist ja immer noch besser, als auszuschalten. Und dann kann ich ja schon die Autos laden und entweder zu Hause oder halt, ich denke mal, man wird einfach bei den Arbeitgebern dann auch Ladeplätze dann haben, dass man einfach sagt, okay, also du pendelst zur Arbeit, der steht den Tag über rum und da wird er aufgeladen und dann nimmst du den Strom mit nach Hause und kannst dann die Nacht über dann den Strom decken. Also das heißt, das sind ganz neue Modelle und die muss man natürlich auch erstmal realisieren. Das heißt also, das System wird ein ganz anderes sein und ich finde es super spannend, was wir da auch entwickeln werden, aber natürlich muss man das erstmal auf die Schiene bringen, dass das alles funktioniert und die sich auch alle miteinander verstehen und das nicht in irgendwelchen bürokratischen Sachen dann ändert. Meine Eltern haben jetzt auch eine Solaranlage seit anderthalb Jahren auf dem Dach, deren Stromverbrauch ist um ein Drittel zurückgegangen, weil sie ihre ganzen Waschmaschine, Spülmaschine und so weiter lassen sie immer mittags laufen. Also wenn quasi der Strom umsonst fließt, hat schon was gebracht. Genau, also das bringt was und richtig bringt halt das Elektroauto. So eine Waschmaschine braucht halt nicht viel. Das ist irgendwie, aber einmal Elektroautoladen, das ist ja irgendwie hundertmal Wäsche waschen und da kann man natürlich dann schon sehr, sehr viel Strom auch mittags wirklich dann zwischenspeichern und auch transportieren und deswegen Elektroautos. Und das nächste wäre halt die elektrische Heizung, also über Wärmepumpe, da kann man auch nochmal tagsüber einiges abfahren und das sind so die Bausteine, die man halt jetzt wirklich sehr, sehr schnell auch in den Markt bringen muss. Habeck hatte auch die Zahlen präsentiert, 2020 war der Anteil Erneuerbare bei 45,3% und letztes Jahr nur noch bei 42,6%. Warum ist denn der zurückgegangen? Also erstmal ist der Stromverbrauch angestiegen, also wir hatten 2020 halt Corona-Delle, also das heißt Industrie und Shutdown und alles, das hat dafür gesorgt, dass der Stromverbrauch runter ist. Jetzt ist er 2021 schon wieder ein Stückchen nach oben, also und wir haben relativ wenig Erneuerbare ausgebaut und dann kam noch dazu, dass es ja nicht ganz so windig und nicht ganz so sonnig war wie im Vorjahr. Also das heißt, das schwankt auch mal von Jahr zu Jahr so um drei bis fünf Prozent. Das heißt, wir hatten halt ein windschwaches Jahr, mehr Stromverbrauch und wenig Windenergie dazu gebaut und das führt halt dazu, dass der Anteil ein bisschen gesunken ist. Aber wenn es jetzt dieses Jahr wieder windig ist, dann wird das auch wieder diese 45 Prozent erreichen können. Aktuell sind wir beim Wind bei 27 Prozent. Beim Strom. Beim Strom. Was ist das Ziel? Was ist das Ziel? Ja, das Ziel ist... Am Ende 100 Prozent Erneuerbare beim Strom ist klar. Wie viel sollte von diesen Erneuerbaren der Wind ausmachen? Wir können einfach gucken, was können wir überhaupt bauen in Deutschland. Das heißt, da gibt es Grenzen. Also die Frage ist, was ist die Akzeptanzgrenze? Also ich meine, die CDU hatte ja schon mal im Wahlkampf irgendwo geschrieben, keine Windkraftanlage auf meiner Terrasse. Es steht auf irgendeiner Terrasse eine Windkraftanlage? Nein, das ist rechtlich ja gar nicht zulässig. Also insofern fand ich das sehr interessant, dass man so Wahlkampf macht. Aber... Oder in meinem Vorgarten wird ja auch immer gerne gewählt... Oder ich glaube CDU oder AfD, ich weiß nicht irgendwie. Die haben sich aber teilweise in NRW oder in Thüringen dann auch ähnliche Schlagzeilen dann geliefert. Im Wahlkampf, also bei Anti-Windenergie. Natürlich müssen wir Abstände einhalten. Das heißt, es gibt Abstände, Lärmschutz, auch Blendungsschutz oder sowas. Das heißt, 600, 700 Meter brauche ich mindestens. Und dann kann ich einfach gucken, was bleibt denn an Flächen in Deutschland übrig? Wir hätten dann so etwas 3, 4 Prozent, aber dann haben wir noch Naturschutzgebiete und überall wird die Windenergie nicht akzeptiert werden. Deswegen sagen wir eigentlich so 2 Prozent der Landesfläche werden wahrscheinlich übrig bleiben, wo man auch akzeptiert Windkraftanlagen hinstellen kann. Auch da wird es Widerstände geben, die müssen wir überwinden. Aber da hätten wir dann noch ausreichend Abstände zu den Gebäuden und wir hätten dann ungefähr 2 Prozent der Fläche und dann kann man ausrechnen, wie viele Windräder man hinstellen kann. Und dann kommen wir so auf 20, 30 Prozent der Stromerzeugung. Mehr werden wir also der Gesamtenergieerzeugung, nicht der Stromerzeugung, sondern das Gesamtenergieaufkommen, das werden wir mit Windenergie an Land machen können. Dann haben wir noch Windenergie Offshore, also Nordsee, Ostsee. Da können wir auch noch was hinstellen. Viele sagen, na, bauen wir doch gar nicht an Land, stellen wir das alles in die Nordsee rein. Gefühlt ist die Nordsee so groß wie der Atlantik, aber wenn man einfach mal auf die Karte guckt, ist halt die Nordsee, zumindest mal der deutsche Anteil der Nordsee, doch relativ klein. Und deswegen ist das, was wir dann mit Energie hinstellen können, doch überschaubar. Da kommen so 10, 15 Prozent raus. Und dann können wir halt mit der Solarenergie noch relativ viel machen. Einen kleineren Anteil müssen wir dann noch importieren. Also so 70, 80 Prozent werden wir dann in Deutschland machen. Also etwas mehr als die Hälfte mit Wind, ein Drittel mit der Photovoltaik und der Rest dann als Import. Ich glaube, Habeck hat auch erzählt, klar, zwei Prozent ist das Ziel. Also zwei Prozent der Fläche in Deutschland mit Windkraft bebauen, aber aktuell, wenn wir jetzt die ganzen Genehmigungen und den aktuellen Stand nehmen, sind es 0,5 Prozent. Also müssen Sie jetzt die Fläche jetzt in den nächsten Jahren vervierfachen, damit da gebaut werden kann. Die zur Verfügung stehende Fläche erstmal, nicht? Also die Frage, wo darf ich bauen? Die zur Verfügung stehen zwei Prozent, aber aktuell darf nur bei 0,5 Prozent gebaut werden. In Bayern haben wir zum Beispiel in der Regel 10H, das heißt, ich muss einen Abstand zehnfache Höhe der Windkraftanlage haben. In Bayern muss man sie ein bisschen höher bauen, weil es halt nicht so wenig ist, also so 200, 250 Meter. Das heißt, ich brauche dann schon so zweieinhalb Kilometer Abstand zum Windrad. Das ist dann irgendwo am hintersten Ende, also das ist ein rein populistischer Ansatz. Ich glaube, wir haben letztes Jahr acht Windräder in Bayern gebaut. Also damit wird das nicht... Ja, acht. Okay. Ist ja die 10H-Regelung ist laut Horst Seehofer bei Junge Naiv die beste politische Entscheidung seines Lebens gewesen. Ja klar, irgendwie da hat man der AfD einige Wähler mit abgejagt. Also die AfD hat ja eine ganz klare Anti-Klimaschutz und Anti-Windkraft-Position und die AfD hat natürlich auch im konservativen Lager gewildert, also WählerInnen von CDU, CSU abgezogen und mit solchen Maßnahmen hat man sich natürlich erhofft, dann entsprechende WählerInnen zurückzuholen. Wenn man sich die Wahlergebnisse in Bayern anguckt, hat das aber nicht geklappt. Also nachdem man die 10H-Regel eingeführt hat, hat die CSU trotzdem verloren an die AfD. Also insofern weiß ich nicht, was er damit meint, dass das die beste Entscheidung war. Vielleicht hat er irgendwie in seinem Landkreis irgendwie drei Dankescheiben dafür gekriegt, aber weder für die Energiewende noch für das Gewinnen von Wählerstimmen von der AfD war das irgendwie hilfreich. Du hast gesagt, 600, 700 Meter müssen ja trotzdem sein, Abstand zu einem Windrad. Ja, das hängt immer von der Höhe der Windkraftanlage ab, kann auch sogar ein bisschen mehr sein. Wie hoch ist denn so ein durchschnittliches Windrad? 150, 200 Meter haben wir schon irgendwie so als Gesamthöhe heutzutage. Das heißt, um in diesen Begrifflichkeiten der Bayern zu bleiben, eine 4H-Regelung hältst du für angemessen? Naja, man braucht gar keine Abstände, die sind schon in Deutschland geregelt. Das heißt, es gibt erstmal eine gesetzliche Sache, eine Windkraft darf nicht erdrückend sein. Also das heißt, ist klar, wenn ich jetzt ein kleines Häuschen habe, was 10 Meter hoch ist, ich stelle dann eine 300 Meter Windkraftanlage daneben, dann, ja, wenn ich dann nach Hause komme, kriege ich ja erstmal einen Schock, weil das irgendwie auch optisch irgendwie, dann habe ich schon das Gefühl, die bedrängt mich enorm. Das heißt, es gibt so Mindestabstände, die Gerichte schon sagen, das liegt dann von Gericht zu Gericht unterschiedlich, aber so 500, 600, 700 Meter muss man schon erstmal einhalten, alleine aus diesem Grund, dass man also zumindest mal irgendwie nicht diese Bedrängungssituation erleben muss, finde ich auch vollkommen in Ordnung. Dann gibt es Schallschutz, das heißt, man muss einfach ausrechnen, es gibt eine gewisse Lärmbelästigung, die Windräder, das gilt, das ist deutsches Recht eigentlich, Lärmbelästigung, also wenn ich jetzt irgendwo eine Bäckerei eröffne, dann muss ich halt auch irgendwie Lärmschutz einhalten, genauso ist das halt mit dem Windrad, also das heißt, nachts darf halt im Wohngebiet nur ein gewisser Lärmpegel erreicht werden, auch das bedingt, dass ich Mindestabstand 600, 700 Meter brauche. Geht das aber bei Autobahnen? Nö. Also gut, bei Neuen vielleicht auch, aber bei den Alten ist halt einfach Bestandsschutz, das ist akzeptiert und die Erdrückungssituation ist ja auch spannend, Atomkraftwerke sind ja auch teilweise näher an Gebäude dran. Also da hat man nicht, also gut, aber das war halt auch 70er, 80er Jahre, da hat man auch nicht so genau hingeschaut, heute ist das halt ein bisschen anders und da kommt man einfach auch Abstehende etwas unter einem Kilometer, aber so 700, 800 braucht man schon, und das finde ich auch okay, weil ich meine, man muss ja irgendwie, also wenn man den Menschen wirklich die Windräder auf die Terrasse stellt, dann hat man natürlich Widerstände und so die 7, 8 sind halt ein Kompromiss, dass man sagt, okay, also ihr werdet belästigt, aber die Lärmbelästigung und die optische Beeinträchtigung sollte sich halt im Rahmen halten und die jetzigen Gesetze regeln das eigentlich relativ klar, so dass man eigentlich gar kein Bundesgesetz braucht, die irgendwelche Abstände vorschreiben, das heißt, das ist reiner Populismus nach dem Motto, naja, guck mal lieber AfD, wir machen auch was gegen die Windenergie. Gibt es in anderen Ländern andere Abstandsregeln, also dass es irgendwie sogar näher stehen darf? Naja, wir haben, also erstmal gilt ja das Bundesrecht, also das ist ja einfach, das gilt ja bundesweit. Ich meine jetzt in anderen europäischen Ländern oder weltweit? Puh, da kenne ich jetzt die Gesetzgebung eigentlich nicht, da bin ich ein bisschen überfragt, aber spielt jetzt auch nicht so eine große Rolle, also Deutschland ist natürlich jetzt am dichtesten besiedelt und hat auch den größten Anteil der Windenergie und deswegen ist das bei uns auch ein größeres Thema. Aber klar, also Windkraftgegnerinnen gibt es auch in anderen Ländern in Europa, also die Diskussion hat man da auch. Ich meine, dicht besiedelt, klar, aber auf der anderen Seite haben wir glaube ich 30 Prozent in Deutschland sind Naturflächen, Wald und so. Also da ist ja auch noch genug Platz. Naja, Wald und Windkraft ist ja eigentlich, eigentlich bin ich ein Fan davon, also man geht in den Wald rein, man muss ja auch alle stellen, dann ist der Wald aber plötzlich so Borealer Urwald oder sowas gefühlt, also meistens sind es ja irgendwie Nutzwälder, wo ich ja eigentlich irgendwie eine Fichtenplantage oder irgendwas habe. Trotzdem wird dann ein Riesenkampf um den Wald geführt, ich glaube Thüringen oder sowas da im Wahlkampf keine Windräder in den Wald, also das war irgendwie dann ein Riesenwahlkampf, Slogans. Im Wald habe ich den Riesenvorteil, ich kann Abstände zu Gebäuden einhalten, ich sehe sie dann auch wenig, weil die natürlich, die drehen sich oberhalb der Bäume, also das heißt irgendwie, da muss ich schon irgendwie eine Lichtung mir suchen, um überhaupt das Windrad zu sehen. Das heißt auch, die optische Beeinträchtigung ist relativ wenig. Es gibt in einzelnen Gebieten Beeinträchtigungen von Tieren, es muss aber auch in der Umweltverträglichkeitsprüfung untersucht werden, also ich kann jetzt nicht einfach überall in jedes Naturschutzgebiet einfach ein Windrad reinstellen und wenn man da ganz normale Naturverträglichkeitsprüfungen macht, warum dann nicht ein Windrad in den Wald stellen? Die Leute wollen sie nicht auf dem Feld haben, weil ich sie sehe. Ja, aber wenn ich jetzt Wald rode, also es ist ja Nutzwald, dann fahren die Forstmaschinen auch rein, dann regt sich auch keiner drüber auf, dass da eine Schneise geschlagen wird, mit irgendwelchen radikalen Forstmaschinen, um da die Bäume rauszuholen. Das gleiche ist natürlich, ich brauche eine Straße und ich brauche erstmal am Anfang eine Standfläche, um ein Windrad aufzubauen. Das heißt, ich muss ein kleineres Karree halt erstmal entwalden, aber wenn der Kran gestanden hat und die Windkraftanlage steht, dann kann man auch wieder aufforsten und die Menge, wir haben es mal ausgerechnet, also wenn man praktisch den kompletten Wald mit Windrädern zustellen würde, dann müsste man weniger als ein Prozent der Bäume fällen, also um halt irgendwo überall, also klar, ein paar Bäume müssen fallen, klar, direkt im Fundament der Windkraftanlage kann halt kein Baum stehen, aber es ist doch sehr überschaubar und im Vergleich zu dem, was zum Beispiel für Autobahnen oder sonst irgendwie gefällt wird, wo kein Mensch drüber diskutiert, doch haben wir auch schon jetzt Diskussionen, aber das war ja auch lange Zeit sehr, sehr akzeptiert, dass einfach eine Autobahn ist, dass der Wald weg muss und Das ist Tradition. Das ist Tradition, genau. Das ist in deutschen Tradition. Und bei Windrädern ist es plötzlich ein Riesenproblem und das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Du hast die Lärmbelästigung schon angesprochen, kommen wir mal, also entwickeln sie sich, sich diese Windräder eigentlich weiter, also werden die technisch weiterentwickelt, dass zum Beispiel weniger Lärmbelästigung durch so ein Windrad entsteht. Also jetzt so, wenn ich mir jetzt so 2022 ein Windrad hinstellen will, ist das schon leiser als vor zehn Jahren? Da hat sich schon wahnsinnig viel getan. Also ich meine, ich war ja schon immer Windfan, also so in den 80er, 90er Jahren habe ich mir so die ersten, da waren ja Windräder was Besonderes, nicht? Da ist man dann irgendwo, der erste Urlaub irgendwie oben an der Ostsee, kurz nach der Maueröffnung und dann kamen so die ersten Windräder auch und dann ist man mit dem Fahrrad halt hingefahren. Urlaub unter dem Windrad. Ja genau, und dann irgendwie mal anschauen und das war irgendwie was Spannendes halt auch, aber einfach für mich war das so ein Symbol des Aufbruchs, der neuen Sache und natürlich mussten wir hinfahren, Fotos machen und die Familien nerven jetzt. Ich brauche da aber ein Foto. Das war eigentlich immer eine spannende Zeit. Heute ist es natürlich wesentlich einfacher, Windräder zu finden, aber die waren damals auch wirklich laut. Also wir hatten da mal irgendwo einen Zelturlaub, dann so ein Windpark, so eine alte Möhre aus den 80er Jahren, die war gar nicht hoch, so 30, 40 Meter, die hat da ganz schön gerührt. Also da dachte man, und wenn ich heute unter dem Windrad stehe, ja das pfeift ein bisschen, klar, also diese Windgeräusche macht das, aber im Vergleich zu dem, was wir in den 80er Jahren hatten, hat sich da halt schon wahnsinnig viel getan. Das heißt, man dämmt die Gondeln, also da wo der Generator und das Getriebe drin ist, gegen Schall, die Rotorblätter werden speziell designt. Also das heißt, man guckt auch, dass man beim Rotorblatt, also was Schall macht, sind einfach so Verwirbelungen dann hinter dem Rotorblatt, dass man das irgendwie durch spezielles Design der Rotorblätter dann reduzieren kann. Und insofern sind sie auch schon besser geworden, aber ganz ohne Geräusche wird es halt auch nicht gehen. Warum nicht? Ist das rein physikalisch jetzt? Ja, ich habe halt einfach was, ich meine, wenn ich mit dem Handtuch irgendwo um mich schleudere, dann pfeift das halt auch. Also das ist einfach, wenn ich einfach Wind auseinander drücke und bewege, da verändert sich die Bewegung. Das gibt halt einfach Geräusche, man kann es reduzieren, man kriegt es auf Null nicht runter, aber oftmals ist es so, der Wind macht ja auch selber Geräusche, das ist den meisten ja auch gar nicht klar. Das ist Tradition. Ja gut, das sind natürliche Geräusche, die anderen sind halt irgendwie unnatürliche Geräusche und oftmals ist es auch so, dass wenn gerade starker Wind ist, dass also auch das Rauschen der Windräder in dem Wind auch einfach untergeht. Also da muss man schon sehr empfindlich sein und genau hinhören, um das noch unterscheiden zu können. Klar, also es gibt Leute, die stört das, es gibt auch Leute, die stört eine tickende Uhr, muss man akzeptieren, aber es ist jetzt, also ich habe mehr Probleme mit einer lauten Autostraße, da auch die Lärmbelästigung eine ganz andere ist. Ich komme aus Bequam, da gibt es eine Menge Anti-Windkraft-Initiativen und so weiter. Hast du dich damit mal beschäftigt? Warst du mal so anonym dabei? Hast du dich mal mit den Argumenten auseinandergesetzt? Ich war schon öfter mal als Fachmann eingeladen bei Gemeinden, die Pro- und Kontra-Windenergie diskutiert haben und das ist dann schon relativ spannend, mit welchen harten Bandagen da gekämmt wird, auch bei der Anti-Windkraft-Initiativität. Gibt es ein gutes Argument? Ja, die sind an unsere Hochschulleitung dann herangetragen, haben gefordert, dass ich entlassen werde, weil ich mich für Windenergie und die Vorteile der Windenergie in einem Vortrag irgendwie entsprechend geäußert habe. Aber haben die rationalen Argumente, wo du sagst, okay, das ist ein Punkt. Wenn du die Lärmbelästigung hast, hast du noch angesprochen? Naja, also es gibt, sage ich mal, sehr, sehr viele Fake News, also was weiß ich, die Lärmbelästigung, Infraschall, man kriegt Fehlgeburten und die Vögel natürlich, klar, auch da gibt es Vogelschlag, wobei muss man auch nochmal diskutieren, in welcher Größenordnung der stattfindet. Ich habe immer mehr Katzen töten neunmal mehr Vögel in Deutschland als Windräder. Klar, habe ich jetzt auch gerade auf Twitter gemacht, kriege ich jedes Mal einen Shitstorm, wenn ich irgendwie sowas dann habe, weil das natürlich die Leute nicht hören wollen. Fairerweise muss man dazu sagen, so ein Windrad steht natürlich in der Natur, der tötet andere Vögel als die Katze. Wird jetzt gesagt, okay, die Katze tötet ja nur Singvögel, um die ist nicht schade und das Windrad halt irgendwo einen größeren Vogel, vielleicht auch eine geschützte Art und deswegen ist halt das Windrad schlimm, aber man muss einfach die Dimensionen sehen. Also wir haben in Deutschland etwa 100.000 tote Vögel durch Windräder. Wir reden über 100 Millionen tote Vögel durch Katzen. Fensterscheiben machen auch so. Also Fensterscheibe ist ja auch der größte Feind der Windräder. Also so ein richtiges Hochhaus mit einer Glasfassade, also das räumt so viele Vögel ab wie ein ganzer Windpark. Kann man verhindern, also das könnte man relativ einfach verhindern. Es gibt Vogelschutzgläser. Das heißt also, das sind einfach so eine Milch, also die Vögel sehen einfach, die sehen das Spiegelbild halt. Die fliegen dann in das Spiegelbild rein und denken, da geht es halt weiter und deswegen fliegen die dann halt mit voll Karacho gegen die Fensterscheibe. Wenn ich halt mit 80 Sachen in 90 Meter Höhe ins Hochhaus reinfliege, dann war es das halt. Und da kann man halt einfach mich, also mich, Glasstreifen drauf machen auf die Fensterscheiben und die sehen dann die Vögel, aber man kann halt nicht mehr so gut rausgucken. Das Rausgucken der Menschen, also einfach dadurch, dass wir nicht bereit sind, irgendwie zu akzeptieren, dass wir nicht mehr rausgucken können. Dafür sind wir bereit, 100 Millionen Vögel zu opfern, aber die 100.000 bei der Windenergie, da wird dann eine riesen Zauber drum gemacht. Diese Aufkleber könnte man ja auch staatlich fördern. Ja, klar. Im Umweltministerium. Das würde richtig, das würde richtig, also eine ganz andere Dimension an Vögeln retten wie jetzt bei der Windenergie. Und bei der Windenergie tut man schon relativ viel, also das ist dann schon technisch Wahnsinn, was man da auf den Auftrag treibt. Es gibt jetzt Kamerasysteme, die also irgendwo über Bilderkennung gucken, da kommt ein Vogelschwarm und dann gucken die sogar, versuchen die Vögel zu identifizieren, ist da eine geschützte Art dabei und dann schalten die Windräder ab. Was? Und wenn der identifiziert, ah, ist keine geschützte Art. Ist nur ein Spatz. Lass es auf. Lass es auf. Ja? Oh Gott, oh Gott. Ja, klar, also kann man machen, alles technisch, aber der Aufwand ist natürlich gigantisch. Da muss man dann schauen und auf der anderen Seite mit viel, viel weniger Aufwand könnte man natürlich zum Beispiel über Fensterscheiben viel, viel mehr Vögel reden oder auch der Autoverkehr. Ich wollte gerade sagen, Autos töten auch viele Insekten an Vögel. Je schneller ich fahre, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass natürlich auch Vögel dann nicht mehr ausweichen können. Also auch ein Tempolimit würde zum Beispiel Vögel retten, aber darüber reden wir ja auch nicht. Nee. Auch Kultur und Tradition. Wir waren bei den Gegnern, gab es rationale Argumente oder so? Also ich kann, haben die dir ein paar Fragen gestellt, wo du sagst so, okay, das ist ja. Nee, also man merkt einfach, die wollen den Windpark nicht, ums Verrecken. Also und wenn man dann fragt, wo soll die Energie herkommen, kommen keine Argumente und dann irgendwo anders halt nur nicht bei mir. Also es ist halt einfach so das typische, nicht in meinem Vorgarten Argument. Also meistens ist es auch, die Generationen, sage ich mal, 60 plus, weiß und männlich. Also das ist, ja, es ist schon so, also sehr interessant gewesen. Also wir hatten eine Veranstaltung im Landkreis Hannover, wo ich dann auch eingeladen war, einfach die Aspekte, einfach mal für und wieder beim Klimaschutz und die Bedeutung der Windenergie zu erzählen, sachlich und entsprechend, habe ich dann auch gemacht und da sollte ein Windpark gebaut werden und dann hat man schon gemerkt, wie sich das gefühlt hat. Das Durchschnittsalter der Veranstaltung war 60 plus und es waren überwiegend Männer da, klar. Also und dann wurde irgendwie, dann hat man sich das angehört, war fünf Minuten betroffen, ja, Klimakrise ist ein Problem und dann war es aber, jetzt wollen wir aber auch mal über diesen Windpark reden, den wollen wir jetzt nicht. und dann geht es natürlich irgendwie zur Sache. Alte Männer sind ja oft begeistert von Technik, mögen Formel 1 und schnelle Autos und so weiter. Vielleicht musst du denen mehr so die Technik, so, oh, guck mal, was da für eine Technik drin steckt, Leute, da sind Kameras drin, die können Spatzen erkennen. Ja, technisch ist das schon spannend. Musst du denen so verkaufen? So ein Windrad, also ja, wir haben bei uns ein Windrad an der Hochschule, da kann man reingehen und sich das angucken und da sind die Leute immer regelmäßig begeistert. Ich biete da gerne eine Führung an, aber die Leute, die möchten eigentlich ein Windrad symbolisiert ja Veränderung. Also das heißt, ich habe mal gelernt, so ab 30 möchte sich der Mensch eigentlich möglichst nicht mehr verändern. Man hat ja so, gut, vielleicht wenn es ihm schlecht geht, aber in Deutschland geht es den meisten ja gut und wenn man erstmal so ein gutes Leben hat, warum soll man sich dann noch verändern? Es könnte ja eher schlechter werden und deswegen bekämpft man so ab 30 einen Großteil der Veränderungen und versucht eigentlich irgendwie, ja, never change a running system, alles so lassen, wie es ist und die Windkraftanlage, wir haben ja ganz andere Veränderungen auch, Digitalisierung, Globalisierung und all das prasselt auf die Leute ein, so Digitalisierung, Globalisierung ist eher nicht ganz so gut greifbar. So ein Windrad ist halt eine Veränderung, die sehe ich und deswegen glaube ich, sage ich mal, bei der Windenergie geht es nicht nur um die Windkraftanlage, das sind einfach die Ängste vor Veränderungen in unserer Gesellschaft, die sich einfach an diesem Windkraft manifestieren und warum ich dann einfach anfange, dieses Windrad abzulehnen und zu sagen, da ist einfach hier wirklich diese Veränderung, ich möchte, dass alles so bleibt, wie es ist, der Acker soll grün bleiben, der Windkraft soll rausbleiben und das ist für mich so das Hauptargument und dann kommen halt immer so vorgeschobene Argumente, ja, aber die Vögel und aber ja, aber die Lautstärke und so, aber im Endeffekt geht es eigentlich um die Veränderungen und die Ängste der Menschen vor Veränderungen. Das ist ja auch kurios, Sie bekämpfen diese Art von Veränderungen und sorgen dadurch für noch krassere Klimaveränderungen. Ja, es ist ja klar, jedes Windrad, was nicht gebaut hat, zieht ja, also es ist ja nicht nur, dass der Bau von Windkraftanlagen Konsequenzen hat, sondern es auch der Nichtbau Konsequenzen hat. Also erstmal hat es direkte Konsequenzen auch für andere Menschen, weil wenn ich keinen Windstrom habe, dann brauche ich Kohlestrom. Für Kohlestrom muss ich Riesenlöcher in Deutschland graben und Dörfer wegbaggern. Das heißt also dafür, dass ich mir ein Windrad nicht ansehen muss, müssen andere Menschen ihre Haus und Hof im Kohlerevier aufgeben und verlieren ihre Heimat. Also das ist erstmal Konsequenz Nummer eins, die ist erstmal sehr kurzfristig. Auch jetzt werden ja in Deutschland noch Menschen enteignet und Dörfer und vernichtet. Tradition. Genau, also wenn wir sehr schnell Energiewende gemacht hätten, mehr Windkraft gebaut hätten, hätten wir das verhindern können. Also das heißt, das Nichtbauen von Windrädern hat erstmal hier eine Konsequenz Nummer eins. Die zweite Konsequenz ist natürlich, durch das Nichtbauen der Windräder werden wir die Klimakrise nicht aufhalten können. Wir werden dann einfach die Klimafolgen haben, Stichwort Ahrtal. Also wenn man einfach sagt, euer nicht gebautes Windrad hat vielleicht einen kleinen Beitrag auch zu der Flut im Ahrtal geleistet. Das heißt also, auch da haben Menschen ihr Haus verloren, komplett und ihre Existenz. Und das muss man halt in Relation sehen. Das heißt also, das Nichtangucken des Windrades, was für mich ja vielleicht angenehm ist, hat an anderer Stelle halt viel gravierende Konsequenzen. Aber das blenden die Menschen halt einfach bewusst aus. Das ist ja nicht mein Problem. Die können ja die Windräder woanders aufstellen, in Norddeutschland oder sonst irgendwo, wenn sie unbedingt Windräder haben wollen. Ich will es halt nicht hier haben. Man kann dann auch nicht mehr sachlich diskutieren. Ich hatte in der einen Veranstaltung auch mal so einen Bürgermeister, den habe ich dann auch mal gefragt. Das ist immer irgendwie die Argumente. Man muss sich erst mal fragen, von welcher Partei ist der? Ich dachte erst mal AfD zugeordnet war, aber nicht. Aber auch sehr stark, weil er einfach gemerkt hat, so die Mehrheit, zumindest mal die gefühlte Mehrheit in der Gemeinde war halt gegen Windenergie. Also hat er dann für die Wiederwahl, stand an, auch halt eine windkraftfeindliche Position aufgegeben. Den habe ich dann mal im Vier-Augen-Gespräch gefragt. Was wollt ihr denn, was ist denn die Energiewende? Ihre Partei sagt doch auch, wir wollen klimafreundlich werden. Konservative Partei halt nicht, also nicht AfD. Und dann fragt man natürlich, wie sieht es denn aus? Also was ist denn eure Alternative dann? Auch in der Partei. Keine Ahnung, irgendwie der Strom soll was anderes herkommen. Dann machen wir halt Geothermie. Ich sage, okay, theoretisch geht das, aber würden Sie jetzt auch Ihren Wählerinnen und Wählern erzählen, dass der Strom dreimal so teuer wird, weil Sie keine Windräder angucken wollen. Verkaufen Sie das auch? Ey, das kriegen wir hin. Da müssen Sie einfach ein bisschen forschen, dass die Geothermie genauso teuer ist wie die Windkraft. Ich würde sagen, gut, wir müssen halt fünf Kilometer tief bohren. Das ist physikalisch in Deutschland halt sehr schwer möglich, das so teuer zu machen. Also insofern wird dann so eine Scheinwelt, also man hat keine wirkliche Lösung. Man verspricht den Leuten halt irgendeine Alternative, die eigentlich nicht funktioniert. Hat für sich dann wieder ein reines Wessen. Das Problem ist vom Herrn Quaschling, der muss halt einfach mal ein billiges Problem gelöst. Genau, mach doch mal. Ja, die Bohrtechnik ist halt ausgereift und in Deutschland ist halt anders. In Island ist das kein Problem. Da haue ich einen Stock in die Erde, da kommt heißes Wasser raus. Genau, aber hier muss ich fünf Kilometer nach unten und die Bohrung ist halt teuer und deswegen, das werde ich halt auch nicht lösen, auch nicht mit allem Geld der Welt, weil ich muss halt bohren und so ein Bohrkopf kostet halt nun mal Geld und die Ölfirmen haben das schon optimiert. Also da kann man nicht mehr viel machen und deswegen, Geothermie kann ich machen, klar, es wird funktionieren, aber es wird halt sehr, sehr teuer werden und das muss man den Leuten dann auch verkaufen und das heißt also, man verspricht den Menschen billigen Strom, der klimaverträglich ist, ohne Windkraft und den gibt es halt nicht. Zurück zu den Windrädern noch, sind die jetzt auch effizienter geworden? Also irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde Wind hat früher, keine Ahnung, zehn Kilowatt eingebracht, jetzt 15 oder so. Naja, also bei der Windkraft, also bei der Solartechnik tut sich richtig viel, bei der Effizienz. Kommen wir gleich zu, ja. Genau, bei der Windenergie ist man physikalisch schon so ziemlich am Limit. Also es gibt so einen theoretischen Wirkungsgrad, lernt man alles und man kann maximal 59,3% der Windenergie abernten, mehr geht physikalisch nicht und die guten modernen Windräder, die kommen schon so 50%, also das heißt, da ist nicht mehr viel Luft nach oben von der Energie, die man ernten kann. Die einzige Chance, die ich habe, dass ich weiter nach oben gehe. Also das heißt, der Wind nimmt halt mit der Höhe zu. Das heißt also, die moderneren Windräder, da hat man den Trick einfach gemacht, man macht sie einfach größer und höher. Dann brauche ich das Windrad, also dann ist man halt technisch am Limit, aber... Weil höher mehr Wind ist, oder was? Genau, der Wind wird ja abgebremst durch den Boden, also durch den Wald, durch Felder und so weiter und je weiter ich nach oben komme, desto mehr Wind habe ich und dann habe ich einfach über die Höhe dann mehr Wind und wenn ich mehr Wind habe, kann ich halt auch wieder mehr Strom rausziehen. Das heißt also, die moderneren Windräder kriegen halt schon mehr Leistung, aber der Trick ist dann halt ein bisschen technisch optimiert, aber das meiste kommt halt einfach auch durch die Höhe. Gibt es irgendein Limit in der Höhe oder haben wir irgendwann Windräder in den Wolken? Naja, also da gibt es Ideen auch, dass man fliegende Windräder macht über Zeppelin oder Flugdrachen. Wow, kann man ja machen. Also es gibt auch Leute, die ja so Flugdrachen, die einfach so am großen Seil hängen und dann einfach Zugkräfte ausüben oder es gab auch schon Konzepte, dass ich irgendwie ein Zeppelin dann nach oben schicke und da eine Windturbine dranhänge, ein Seil runterhänge und den Strom dann nach unten leite, aber am Ende entscheidet der Preis über alles. Also das heißt, die Leute wollen ja auch bezahlbaren Strom haben und solche modernen Konzepte sind in der Regel wirtschaftlich, muss man schauen, ob das klappt, dann wird man vielleicht sowas sehen, aber am Endeffekt wird der Preis entscheiden und der begrenzt dann auch die Höhe, sondern statisch gesehen muss ich halt den Turm auch unten verstärken und dann wird es halt auch irgendwann teurer und dann gibt es halt einfach irgendwo ein kostentechnisches Optimum und da wird man sich halt hinbewegen. Was ist mit Mini-Windrädern? Kann man für Berlin oder so weiter? Liebhaberei, also bei uns im Stadtteil gibt es Nachbar, ein paar Häuser weiter, der hat dann irgendwie drei Windräder im Garten, kann man machen. Das Problem ist aber auch, was ich schon gesagt habe, der Wind nimmt halt mit der Höhe zu. Das heißt also, was am Hausdach ist, ist halt irgendwie ein Bruchteil von dem, was ich in der Höhe habe und so ein Windrad ist halt auch nicht sonderlich groß. Das heißt also, damit ist der Strom halt auch sehr teuer. Das heißt, wenn so ein Windrad auf der grünen Wiese fünf, sechs Cent hat, dann bin ich auf dem Hausdach bei einem Euro und ärgere auch noch den Nachbarn, der sich dann auch noch aufregt, dass da das Windrad pfeift und halt, das hat dann halt keine 600 Meter Abstand, sondern es ist halt nur vier Meter 50 und dann habe ich natürlich da auch Probleme. Kann man machen, also ich finde das irgendwie, wenn man das macht, ist das schon okay, aber es ist jetzt nicht die Lösung für Deutschland. Und bei den Offshore-Windrädern, gibt es da so Innovationen und so weiter oder ist das ähnlich? Auch da geht es über die Größe halt nicht. Also wenn ich jetzt natürlich eine 5 Megawatt Anlage oder zwei 5 Megawatt Anlagen durch eine 10 Megawatt Anlage ersetze, muss ich halt nur eine hinstellen statt zwei. Die wird dann ein bisschen größer, dann kann ich auch wieder mehr Wind ernten. Also das heißt, da versucht man über die Größe bessere Fertigung, da insgesamt auch Serienfertigung. Dann bei Offshore-Wind ist auch dann die Montage so ein bisschen das Problem. Also wenn es irgendwie Seegang ist, geht das nicht. Dann kann man durch verbesserte Montageschiffe noch ein bisschen was rausholen. Also da kann man noch ein bisschen die Kosten senken. Da geht noch ein bisschen was, aber auch da ist man irgendwann am Größenlimit, wo man sagt, also das wird sich jetzt nicht mehr verzehnfachen oder so. Ich war, neben der Bundestagswahl gab es ja eine Landtagswahl in Merck-Pomps letztes Jahr und außer den Grünen wollte keiner der Parteien da irgendwie mehr Windräder in Merck-Pomps haben, obwohl ja auch dort mehr nötig ist. Und SPD und Linke, die jetzt an der Macht sind, waren ja da so, Volker, wir müssen einfach nur die alten Windräder durch neue ersetzen. Dann läuft das schon. Läuft das dann auch? Ne. Also wir können einfach sagen, also wir brauchen, also Repowering oder wie heißt das? Genau, Repowering. Also wir brauchen, also wir haben ja von je 2% gehabt, bei 2% der Landesfläche können wir so um die 60.000 Windräder etwa hinstellen, wenn man die Abstände, die sowieso sein müssen, einhalten wollen. Das ist so ungefähr die Größenordnung. Wir haben momentan etwa 30.000 Windräder. Das heißt also, wir müssen die Zahl der Windräder verdoppeln und die alten Windräder fallen natürlich irgendwann weg. Das heißt, die halten 20, vielleicht 25 Jahre, dann muss man die irgendwann auch wieder wegreißen. Warum halten die nur so lange? Ja, irgendwann sind die halt, die Rotorblätter, da ist ja viel Mechanik, da ist ja, man muss ja überlegen, die Dinger sind ja größer als eine 747, nicht? Und das ist eine 747, die rund um die Uhr sich hier irgendwie dreht und dann auch entsprechende Kräfte halt auch auskann. Also auch ein altes Flugzeug muss ich halt irgendwann ausmustern. Man kann natürlich irgendwann Ersatzteile dann, also irgendwann hat das roter Blatt halt Risse, dann muss man das halt ausbessern. Irgendwann geht der Generator oder das Getriebe kaputt, ich muss das ausbessern. Irgendwann sind die Ersatzteile halt teurer als Abreißen und Neubauen. Dann hat man halt das Ende der Lebensdauer erreicht. Und wenn man heute, weiß man, dass man eigentlich 20 Jahre eine gesicherte Vergütung hat, dann versucht man auch, ich kann natürlich ein Windrad auch, was weiß ich, die Materialstärken alles irgendwie so fett machen, dann hält das auch 50 Jahre, nur dann wird das halt auch dreimal so teuer. Und wenn ich weiß, dass ich über 20 Jahre kalkuliere, dann macht man auch die Materialstärken, das kann man heute am Computer ganz gut ausrechnen, sodass die halt nach Materialermüdungen gut 20 Jahre noch halten und dann kommen halt die Materialermüdungserscheinungen und dann geht es halt kaputt, wie ein altes Auto halt auch. Repowering MV, wo die sagen, okay, aber die alten Windräder durch den neuen ersetzen, das reicht. Erstmal gut. Erstes Problem ist, die alten Windräder waren meistens sehr, sehr klein. Also das heißt, die Abstandsregeln, die kann ich heute nicht mehr durch die gleiche Größe ersetzen, weil ich kriege heute viel weniger Vergütung für den Windstrom. Das heißt also, alleine die Gesetzeslage zwingt mich dazu, ein größeres Windrad hinzustellen, weil es sich sonst nicht mehr rechnet. Also so kleinere, man könnte jetzt sagen, okay, wir machen ein neues Gesetz, also es gibt jetzt auch eine höhere Vergütung für kleinere Windräder. Ja zum Beispiel eine Sache, wir müssten in Deutschland sich dann auch bereit erklären, dass die Stromrechnung ein bisschen teurer wird, dass wir halt kleinere Windräder aufstellen. Kann man machen. Momentan sagt die Gesetzeslage aber irgendwie, es gibt halt möglichst billig und möglichst billig heißt halt in die Höhe gehen. Also das heißt, ich muss die kleine Windkraftanlage, damit ich konkurrenzfähig sein kann, durch eine große ersetzen und dann haut das meistens mit den Abständen schon nicht mehr hin. Das heißt, da fallen schon mal viele Standorte weg. Also das Problem Nummer eins. Außerdem erlischt die Genehmigung, also ich fange dann sowieso wieder von vorne an. Also wenn ich ein anderes Windrad hinstelle, es geht nicht einfach so, dass ich jetzt irgendwie, das ist ja teilweise, das deutsche Recht ist ja absurd. Also wenn ich eine Baugenehmigung einreiche, dann muss ich, ist das auch immer bezogen auf eine Windkraftanlage. Teilweise dauert es bis zu zehn Jahre, dass ich jetzt irgendwo eine Baugenehmigung wirklich dann bauen darf beim Windpark. Dann habe ich natürlich die Windkraftanlage von vor fünf Jahren eingereicht oder sowas. Dann müsste ich die hinstellen, die gibt es aber gar nicht mehr. Warum dauert das Jahre? Ja, wir haben also in Deutschland erstmal, muss ich jetzt erstmal mir einen Standort aussuchen. Dann muss das erstmal in irgendwelche Bebauungspläne rein. Dann müssen erstmal Pläne geändert werden. Dann muss der Gemeinderat zustimmen. Und dann diskutiert man erstmal drei Jahre, bis irgendwie jemand zustimmt. Dann gibt es natürlich Klagen dagegen. Erste Instanz, zweite Instanz. Dann muss man irgendwo natürlich erstmal Vögel zählen und eulen. Das dauert auch nochmal ein Jahr. Und bis halt der Windpark dann steht, kann das bis zu zehn Jahre dauern. Das ist jetzt nicht der Regelfall. Also der Schnitt ist glaube ich, habe ich gehört, so vier, fünf Jahre. Aber das ist ja auch absurd. Ich stelle mir gerade eine Bürgermeisterin vor, die jetzt zuguckt, sagt hier, ich will für meine Gemeinde, Volker hat mich überzeugt, Windpark hinbauen. Dann ist ja, das ist ja bei der nächsten oder übernächsten Bundesregierung dann erst. Geht das sonst nicht? Deswegen kriegen wir damit auch ein Problem bei der Klimakrise. Da hat Herr Habeck ja angekündigt, dass er einiges verändern will. Die Genehmigungsverfahren entschlanken und beschleunigen. Ich meine, wir haben ähnliche Rechte, wenn ich eine Munitionsfabrik oder ein Windrad bauen will, ist das, sage ich mal, fast ähnlich in Deutschland von dem Aufwand her. Und das kann es natürlich nicht sein. Also das heißt, eine Windkraftanlage, A ist die ja temporär. Das heißt, die steht erst mal 20 Jahre. Und gut, am Ende kann man noch streiten, was mit dem Fundament dann passiert, was noch übrig bleibt. Aber der Eingriff ist vergleichbar relativ klein. Und dann ist die ja vielleicht auch wieder weg oder steht irgendwo anders oder wird halt auch wieder erneuert. Das kann man dann nach 20 Jahren immer nochmal neu diskutieren. Das ist ja nicht wie ein Gebäude, was dann 100 Jahre steht. Also das heißt, da haben wir erstmal temporär. Deswegen, glaube ich, muss man das auch anders betrachten, wie jetzt zum Beispiel ein Gebäude, was gebaut wird, weil einfach die Zeiten halt hier wesentlich kürzer sind. Und für die Energiewende können wir uns das nicht leisten. Fünf oder zehn Jahre bei jedem Winterpark über drei Instanzen. Auch die ganzen Gerichtsverfahren kosten ja dann am Ende auch Geld. Das heißt, das geht ja in die Kosten der Windparks mit rein und das landet ja am Ende auf der Stromrechnung. Das muss man ja auch sagen. Das heißt, jeder, der Windparks verhindert, sorgt auch dafür, dass unser Strom teurer wird. Ist bekannt, wie viele Windräder gerade in der Mache sind oder in welchen Genehmigungsverfahren stecken? Ja, relativ wenig. Wir sehen das immer bei den Ausschreibungen. Also die Bundesregierung gibt ja vor, wie viel Windkraft gebaut werden darf. Das wird also ausgeschrieben. Das ist viel zu wenig. Das soll jetzt erhöht werden. Aber selbst da findet man derzeit nicht genügend Anbieter, die also selbst diese kleinen Mengen halt derzeit versuchen zu realisieren. Also das heißt, da steckt richtig viel in der Pipeline und kommt da auch gar nicht raus. Wir haben auch sehr viele Windkraftanlagen, die zum Beispiel durch Radaranlagen oder Bundeswehr oder sowas blockiert werden. Da sagen die halt einfach, naja gut, da ist eine Flugradaranlage, machen wir 15 Kilometer Kreis drum und da darf gar nichts passieren. Technisch kann man das deutlich reduzieren auf wenige Kilometer, aber da gibt es halt auch keinen Zwang dazu. Und wenn die eine Behörde halt sagt, 15 Kilometer Abstand muss sein, dann ist halt erstmal alles blockiert, bis da irgendeine Lösung gefunden wird. Was für Hersteller gibt es eigentlich von Windrädern? Gibt es da so einen großen Markt? Gibt es da irgendwelche Monopolisten? Gibt es deutsche Hersteller, die Windräder bauen? Deutschland war führend bei der Windenergie lange Zeit. Also so die ersten richtig, gut die Däden haben angefangen, muss man sagen, also in Europa und die Deutschen haben aber in den 80er Jahren schnell nachgezogen. So die ersten großen, es gibt so in Norddeutschland deutsche Firmen, die... Wer sind die führenden Firmen heutzutage? In Deutschland ist ein Unternehmen, Enercon ist zum Beispiel ein großer und das ist wirklich so ein Mittelständler, der hat in der Garage angefangen und ist dann also richtig groß geworden und jetzt auch ein Weltunternehmen. Also sowas gibt es. Und dann natürlich so die platzirische Siemens ist halt auch mit dabei oder andere. Also und dann gibt es noch kleinere, obwohl, aber sie haben alle eine Mittel- und Mindestgröße dann erreicht. Also man kann es vergleichen mit dem Automobilbereich. Es gibt vielleicht ähnlich viele Windkrafthersteller weltweit wie vielleicht Autohersteller so in der Größenordnung. Und in Deutschland gibt es halt eine Handvoll davon. Aber nicht, dass wir da ein Oligopol haben und die dann irgendwie den Markt beherrschen und das alles noch teurer wird und so. Naja, das würde ich jetzt irgendwie nicht befürchten. Also es gibt genug erstmal, die sich dann noch Konkurrenz machen und wenn es bei uns zu teuer wird, dann kommen die Chinesen. Also insofern, ja, ich meine die Chinesen, da muss man einfach mal gucken. Die stellen in einem Jahr so viel Windenergie hin wie wir in 30 Jahren. Also das heißt, die produzieren auch ganz andere Stückzahlen. Windräder sind, sag ich mal, nicht so einfach, die passen nicht in Euro-Container rein. Die kann ich jetzt nicht so einfach über den Atlantik oder die müssen ja irgendwie durch den Indischen Ozean oder sowas durchfahren, aber kriege ich jetzt nicht so einfach nach Europa. Anders als Solarmodule, deswegen ist da noch nicht so schnell was zu. Aber wenn einfach der Preisunterschied zu groß ist, dann werden die auch nach Europa verschifft und aufgebaut. Also das heißt, also zu viel Spirenzchen bei den Kosten können wir uns in Europa auch nicht erlauben. Da ist der Konkurrenzdruck schon groß genug. Und die Windenergie konkurriert ja auch durch andere Energieträger, Also auch gegen Solarenergie. Also wenn wir jetzt nur Erneuerbare angucken oder in anderen Ländern auch gegen Wasserkraft oder Geothermie und dann, wenn die Energie zu teuer ist, dann werden halt andere Anlagen gebaut. Also insofern gibt es da schon einen Konkurrenzdruck. Du sagst, gerade in China werden so viele Windräder pro Jahr gebaut, wie wir in 30 Jahren. Und gleichzeitig, das hörst du dann nicht von den, sag mal, Klimawandelverleugnern und so weiter, die dann so, ja, aber die haben doch auch, Volker, 200 neue Kohlekraftwerke gebaut. Machen sie auch, ja. Also ist natürlich, ist ein Problem. China hat einen gigantischen Energiehunger. Aber China wird immer so, ist ein bisschen ambivalent, muss man sagen. Also China ist jetzt nicht nur der Klimasünder, den man sagt, klar, also China hat viel mehr Kohle wie wir. Der Strom ist dreckiger noch in China als in Deutschland. Also trotz der vielen Windräder sind die da noch sehr schlecht unterwegs, weil die halt auch viele alte Kohlekraftwerke haben. Die haben einfach einen enormen Energiehunger. Aber sie haben schon irgendwie, also dank China gibt es überhaupt die billige Solarenergie. Wir haben in Deutschland mit angefangen. Die Chinesen haben das dann irgendwann übernommen, weil die Deutschen keine Lust mehr hatten damals und den Markt hier in Deutschland eingeschrumpft haben. Da haben die Chinesen gesagt, oh, dankeschön, wir machen das jetzt. Und Deutschland war ja mal führen 2008, 2009. Die Chinesen machen das jetzt mittlerweile komplett. Und ja, das hat man in China auch identifiziert als Exporttechnologie Nummer eins. Und da möchte man führend sein und ist da auch massiv reingegangen und installiert auch im eigenen Land was. Es könnte noch mehr sein in China. Also wenn man es jetzt pro Kopf runterbricht, ist das ja gar nicht so viel mehr wie in Deutschland. Also insofern sind die Zahlen halt einfach auch, China hat halt auch über eine Milliarde Einwohner. Das muss man halt auch immer dann in Relation setzen. Aber dadurch, dass sie so viel bauen, ist natürlich auch für ein deutsches Unternehmen, wenn wir jetzt in Deutschland Solarmodule bauen, dann sagen die Chinesen, okay, ich baue halt mal 50 mal so viel wie ihr. So, jetzt macht mir mal einen Preis für die Rohstoffe. Dann sieht das natürlich auch schon wieder anders aus. Und die können natürlich mit der Größe auftrumpfen, weil die natürlich auch diesen riesen Heimatmarkt haben. Wir könnten da mit Europa gegensetzen. Also Europa ist ja auch durchaus, also wenn man nur an Deutschland denkt, ist es ein bisschen klein vielleicht. Aber wenn man europäisch denkt, dann sind die Anzahl an Solaranlagen, Windräder, die wir für den Green Deal bräuchten, auch gigantisch. Da könnte man jetzt auch sagen, wir bauen da mal eine massiv eine Industrie auf, wovon wir profitieren. Soweit wird aber momentan, glaube ich, noch nicht gedacht. Letzte Frage beim Thema Windkraft. Du hast Europa jetzt angesprochen. Gibt es Länder in Europa, wo es noch mehr Windkraft anteilsmäßig schon gibt, als in Deutschland? Und welche Länder sind total, also ohne Windkraft oder haben am wenigsten Windkraft? Deutschland ist schon relativ weit vorne. Dänemark ist halt natürlich noch besser. Also das heißt, die haben halt auch vorher angefangen, die liegen so bei der Hälfte etwa bei Windenergie. Die wollen auch relativ zeitnah so Richtung 100 Prozent. Und gut, ein bisschen Sonne kann man in Dänemark auch machen. Aber sonst, die haben ja keine Wasserkraft. Da fehlen ja wirklich die Berge. Und ein bisschen Biomasse geht noch. Aber das heißt, Dänemark macht das meiste halt mit Wind. Ganz klar. Und die sind da weit vorne dabei. Und ja, sonst ist Deutschland schon irgendwie auch mit in der Spitzengruppe noch. Gibt es schon USA? USA tut sich noch relativ viel. Das ist am meisten gar nicht klar. Spannend ist auch, welcher Bundesstaat am erfolgreichsten ist. Das ist Texas. Und Texas ist traditionell von den Republikanern, also von der Bush-Partei. Also das heißt, man denkt ja immer so, naja, die konservativen Leute, die mögen jetzt irgendwie nicht die Energiewende. Aber wenn es ums Big Business, ums Geldverdienen geht, dann können die Republikaner auch rechnen. Ja, aber in Texas gibt es große Wüsten. Genau. Da gibt es erstmal keine Windkraftgegner und irgendwie schön Wind. Und man kann günstig Strom machen. Und dann wird das halt auch irgendwie von der konservativen Seite einfach umgesetzt. Und das ist eigentlich sehr, sehr schön. Gut. Falls ihr Fragen zur Windkraft habt, gebt sie, Hans Volker. Kann sie dann am Ende beantworten. Gut. Kommen wir zur Photovoltaik. Sonne. 11 Prozent aktuell landet Strom uns. Warum nur 11? Was sollte das Ziel sein? Das ist ja spannend. Also vor 30 Jahren habe ich gesagt, naja, wir müssen mal gucken, dass wir 20, 30 Prozent Solarstrom rahmen. Und dann haben sie gesagt, irgendwie, ey, du hast ja ein Vogel mehr. Wie zwei Prozent werden wir in Deutschland nie sehen. Also deswegen sind 11 Prozent erstmal schon mal gut. Klar. Genau. Aber nicht gut genug. Nicht gut genug. Wenn wir klimaneutral werden wollen, brauchen wir etwa ein Drittel und nicht nur vom Strom. Das sind 11 Prozent wieder von Strom. Oh. Genau. Das sind also zwei bis drei Prozent vom Gesamtenergieaufkommen. Das heißt, wir brauchen eher 30, ein Drittel vom Gesamten. Und das heißt, das, was wir an Solar derzeit machen. Verzehnfachen. Verzehnfachen, genau. Wow. Also wenn wir wirklich klimaneutral werden wollen, reden wir über eine Verzehnfachung der Solarenergie. In wie vielen Jahren? 12, 20 Jahre? 15. In 15 Jahren verzehnfachen. Wenn wir das Pariser Klimaschutz abnehmen. Das ist verrückt, Herr Quaschning. Der verrückte Professor. Wie soll das gehen? Ja, das wäre jedes Jahr 80 Prozent von dem, was die Chinesen in einem Jahr bauen. Also irgendwie, die kriegen es ja auch hin. Also klar, es ist ein größeres Land. Die haben mehr Personal. Ist jetzt irgendwie ein bisschen populistisch vielleicht daher. Das ist eine Riesenherausforderung, vor allem das Personal halt beizukriegen. Das ist für mich so die Hauptsache. Ich meine, von der Menge her muss man sich überlegen, das sind etwa zwei Prozent der Landesfläche, was wir brauchen. Also auch wieder, das ist so typisch. Also wir müssten praktisch zwei Prozent der Landesfläche hergeben, wo wir Solaranlagen bauen. Und ein Teil davon kriegt man auch auf die Gebäude rauf. Teil halt auch Verkehrswege, Schallschutzwände, überdachte Radwege wäre auch mal eine Idee. Also ja, warum nicht? Da kann man dann im Winter auch irgendwie, wenn es regnet, oben drüber sind die Solarmodule. Die machen Strom und unten drunter fahre ich trocken. Also das sind ja, kann man ja also einfach mal ein bisschen kreativ werden. Bin ich dafür. Genau, oder Carports oder sonst irgendwas nicht. Also da kann man durchaus, warum gefühlt entsteht bei uns im Bezirk irgendwie jedes Jahr ein neuer Supermarkt, nicht? Und da wird dann immer ein riesen Parkplatz hingemacht. Warum sind da keine Solarmodule drüber? Carports, nicht? Also Baden-Württemberg denkt drüber nach, dass es also eine Bauflicht für auch Solaranlagen auf Parkplätzen gibt, ab 20 Parkplätzen oder sowas. Also wäre ich auch voll dafür, weil die Fläche ist eh versiegelt, nicht? Also da ist schon eh zubetoniert. Und ob da nun eine Solaranlage drüber ist oder nicht, stört keinem Gegenteil. Also der Autobesitzer ist noch froh, wenn er ein Dach drüber hat, wenn es regnet und sonst irgendwo ist das noch geschützt. Also insofern, das sind natürlich dann schon so Konzepte, muss man auch wieder ein bisschen kreativ sein. Dann kriegt man auch einen Teil von diesen 2% auch sehr gut hin. Aber wir werden auch noch auf die Freifliche rauf. Aber ich meine, beim Windräder reden wir von der Verdopplung der Zahl? Ja, von der Anzahl der Anlagen, von der Leistung wäre es auch ein Faktor 4 etwa, weil die Anlagen ja auch größer werden bei der Windenergie. Aber bei den Solaranlagen reden wir von 10 Mal so viel. Bei der Windenergie haben wir ja auch schon früher angefangen. Bei der Windenergie haben wir ja 10 Jahre früher angefangen. Also bei der Solarenergie, da haben wir 1990 schon ein paar Windräder gehabt, da haben wir bei der Solarenergie halt noch nichts gehabt. Also das heißt, da hat die Windenergie ein bisschen Vorsprung. Deswegen müssen wir da auch nicht mehr ganz so viel machen. Außerdem ist bei der Windenergie die Fläche einfach begrenzt. Das hatten wir ja vorhin besprochen, aufgrund der Abstände. Solarenergie, wir haben 50% landwirtschaftliche Fläche. Wir können das eine Kombinutzung machen, sogenannte Agrarfotovoltaik. Also ich kann einfach Solaranlagen hinstellen und gleichzeitig noch Landwirtschaft. Das geht ja. Also deswegen könnten wir theoretisch auch uns komplett mit Solarstrom rein rechnerisch versorgen. Kommen wir nicht gescheit über den Winter. Deswegen wird das nicht passieren. Aber insofern haben wir mit der Solarenergie halt einfach in Deutschland die größten Potenziale. Aber wir haben halt relativ spät angefangen. Es lag an den Kosten. Die Windenergie war halt schon relativ früh, sag ich mal auch ein bisschen teurer als heute, aber schon auf dem Finanzlevel, wo man sagen kann, das ist okay. Solartechnik war, also als ich angefangen habe in der Solartechnik, da haben wir dann irgendwie über den 20-fachen Preis geredet von heute. Und dann haben wir natürlich auch gesagt, also muss ich selber sagen, also ich habe immer gesagt von großen Mengen, aber dann habe ich immer, wenn ich dann gesagt habe, bei den heutigen Preisen wird das schon recht teuer. hoffentlich stimmen unsere Prognosen mit den Kostensenkungen. Und zum Glück hat das geklappt. Also wir haben ja immer schon gesagt, es gibt solche Lernkurven. Die Solarenergie wird halt immer billiger. Und seit etwa so sechs, sieben Jahren ist halt einfach Solarenergie wirklich so, dass man sagen kann, wir können die in großen Mengen bauen, ohne dass wir dabei arm werden. Und deswegen sind wir halt aber erst auch seit sechs, sieben Jahren auf dem Niveau, wo wir jetzt eigentlich wirklich durchstarten können. Und deswegen sind wir da halt einfach noch ein bisschen hinter der Windenergie zurück. Aber verzehnfachen ist erstmal eine Herausforderung, zumal wir dafür auch Menschen brauchen. Also wir haben jetzt etwa 50.000. Wir haben 50.000 Leute derzeit in der Photovoltaikbranche. Wenn wir das verzehnfachen wollen, weil wir haben es mal überschlagen, brauchen wir etwa 200.000 neue Fachkräfte alleine für die Photovoltaik. Die können nicht alle bei dir studieren? Nee. Und wir haben noch das Problem, dass noch Studienplätze frei sind. Die Studierenden wollen momentan gar nicht erneuerbare Energien studieren. Das haben wir bundesweit, das Problem. Vielleicht guckt dir gerade jemand zu? Genau. Also hier nach draußen. Wenn ihr irgendwie überlegt, was ihr studieren wollt, studiert erneuerbare Energien. Wir haben da einen Infotag am 27.01. bundesweit, wo wir über alle Studiengänge aufklären. Es sind ganz viele Studienplätze noch frei. Wir haben irre Gedanken, wie schaffen wir überhaupt die Energiewende mit dem heutigen Personal? Das kriegen wir nicht hin. Und deswegen, wir brauchen euch. Macht mit bei der Energiewende, sonst klappt es nicht. Also ja. Du hast die Potenziale angesprochen bei der Solarenergie. Werden die jetzt genutzt von der neuen Regierung? Sagt die neue Regierung, Volker, haben wir auf dem Schirm, wir verzehnfachen das. Also Herr Habeck hat schon was beschlossen. Also ich bin, wie gesagt, wir möchten bis 2030 200 Gigawatt aufbauen. Das hatte ich, wie gesagt, schon vor 20 Jahren schon empfohlen. Damals bin ich noch ausgelacht worden. Wie gesagt, heute ist das im Regierungsprogramm. Es ist gut. Nur, wie viel haben wir denn heute? 60 etwa. Also das wäre ja schon immerhin eine Verdreifachung, also was die Bundesregierung will, in zehn Jahren. Also das ist schon eine Herausforderung. Auch dafür brauchen wir Personal. Reicht wieder, wie gesagt, nicht, um das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten. Also eigentlich müssten wir eher nur für fünf- bis versechsfachungen sogar erreichen. Also 300 Gigawatt. 300, 400 bis 2030 wäre schon gut, ja. Was kann die Politik da machen? Na, erstmal müssen wir schauen, dass wir Tempo rauskriegen. Nun hat die letzte... Tempo rauskriegen? Reinkriegen, Entschuldigung. Also die Bremsen rauskriegen. Das war ein freudscher Versprecher. Die letzte Regierung hat ja wirklich sich ganz viel Mühe gegeben, das Tempo rauszunehmen. Das heißt also, das Erneuerbare-Energien-Gesetz ist ja so geschrieben, dass es eine Obergrenze gab für den Ausbau und immer, wenn zu viel gebaut wurde, haben die verschiedenen Bremsen gegriffen. Und das muss man natürlich erstmal beenden. Also das heißt, alles raus, auch die Bürokratisierung. Also ich kenne viele Leute, die sagen, okay, Windkraftanlage, ich bin doch nicht verrückt, mir eine Windkraftanlage aufs Haus zu bauen. Solaranlage, oder? Solaranlage, genau. Windkraftanlage, hatten wir vorhin gesagt, macht keinen Sinn. Zumindest mal auf dem Haus. Also Solaranlage auf dem Hausdach, weil man natürlich irgendwie einen Haufen Bürokratie dann am Bein hat. Ich muss dann irgendwie gucken, erstmal die technische Seite, Netzbetreiber, das macht dann der Installateur noch. You wish. Ich meine, ich habe es selber bei meinen Eltern, machen müssen, das dauert sechs Wochen, bis da der Stromnetzbetreiber sich meldet und dann irgendwie das einspeist und die Genehmigung. Dann muss ich es noch irgendwo anmelden, in irgendeinem Marktstammgartenregister, wo ich da umständliche Formulare ausfüllen muss und dann kommt das Finanzamt plötzlich noch und so weiter. Und das ist natürlich sehr, sehr kompliziert. Deswegen, eigentlich müsste man so machen und sagen, komm, irgendwie alles, was, sage ich mal, unter 200 Quadratmeter Solaranlage ist, da hält sich der Staat komplett raus. Der Staat redet ja auch nicht mit, wenn du dir jetzt einen Herd kaufst oder sowas. Also das ist ja so die gleiche Leistungsklasse, irgendwie eine Solaranlage auf einem Einfamilienhaus und ein Herd. Also das muss genauso einfach sein, wie einen neuen Backofen zu kaufen, eine Solaranlage aufs Dach zu packen und da müssen wir einfach hin. Wie gesagt, meine Eltern haben eine Solaranlage jetzt anderthalb Jahre, haben jetzt auch quasi ein ganzes Jahr mal geguckt, haben ihren Stromverbrauch um ein Drittel gesenkt, haben, ich habe mal heute nachgefragt, letztes Jahr 7200 Kilowattstunden produziert und 2100 verbraucht. Trotzdem zahlen sie immer noch netto an den Stromanbieter. Also sie zahlen immer noch Geld dafür, für den Strom, obwohl sie fast dreieinhalb Mal mehr produziert haben. Ist das nicht eigentlich unfair und ungerecht? Naja gut, wir haben ja auch einen gewissen Nutzen noch. Wir haben ja immer noch ein Netz dahinter, das heißt also, wenn deine Eltern jetzt irgendwo im Winter keinen Solarstrom haben, dann liefert ihnen ja irgendjemand durch die Leitung halt auch Windstrom oder sowas und das muss ja auch bezahlt werden. Also insofern denke ich mal, ist das schon okay, dass wir da ungleich, also das heißt, ist ja so, wenn ich Solarstrom einspeise mit einer neuen Solaranlage, kriege ich derzeit 7 Cent pro Kilowattstunde. Sie kriegen 9 Cent. Das war, haben sie schon, genau, es ist immer weiter, die Regierung wollte ja weniger bauen, deswegen hat man die Vergütung halt immer weiter abgesenkt. Jetzt sind es nur noch 7. Und wenn ich jetzt Strom kaufe, wenn ich Glück habe, 30, aber tendenziell eher mehr. Also das heißt, da ist natürlich schon unverhältnismäßig. Deswegen, aber es wird ja auch spannend, zum Beispiel dann auch dann selber den Strom zu speichern. Also ich kriege halt wenig dafür, wenn ich einspeise, also haue ich mir eine Batterie in den Keller. Ja, aber die kostet ja auch eine Menge Geld. Kostet erst mal Geld, klar, aber die fahrende Batterie ist ja die Alternative. Das geht momentan noch nicht. Aber das Elektroauto steht ja zum Beispiel 20 Stunden rum. Also das heißt, das ist irgendwie, und das ist ja schon da, es ist technisch möglich, heute schon aus der Autobatterie zurückzuspeisen und das Haus mit zu versorgen. Also das wäre eigentlich natürlich so das Klassische. Das Elektroauto kommt, der Überschuss Solarstrom ab in die Batterie, nachts wieder raus. Geld fehlt fürs neue E-Auto. Ja gut, die werden aber auch billiger werden und das nächste Auto wird ein Elektroauto sein. Also das heißt, es ist nur eine Frage der Zeit, bis dann ein Elektroauto kommt. Und dann werden wir einfach diese Chancen haben. Aber das ist momentan halt noch nicht möglich, noch nicht erlaubt. Und das müssen wir natürlich versuchen, dass wir es hinkriegen. Es gibt ja so klassische Stromspeicher. Genau. Da könnte man ja auch, könnte die Politik sagen, okay, wir subventionieren das. Also wenn du das hier bei dir aufstellst, kannst du das am Ende des Jahres von der Steuer absetzen oder so. Ja, muss man machen. Also wir wissen, wird nicht gemacht. Mal abwarten, Herr Habeck hat ja irgendwelche Osterpakete versprochen, da wissen wir noch nicht, was drinsteht. Oster-Ei. Genau, was im Oster-Ei dann da drin ist im Paket und müssen wir abwarten. Aber wenn er clever ist, würde er das machen, weil wir wissen halt, also die Ausbaumengen, die er genannt hat bei der Solarenergie, ist ja schon, 200 Gigawatt haben wir drüber geredet, da werden wir dann im Mai, wenn Sonne am Wochenende ist, 200 Prozent unserer Stromversorgung mit abdecken können. Das heißt, wir werden einfach viel zu viel Strom haben und da muss man sich natürlich Gedanken machen, was mache ich damit. Ich kann natürlich ganz dumm alle Solaranlagen abschalten. Im Vergleich, ja, beim Kohle- oder Atomkraftwerk geht das ja gar nicht so einfach. Die muss ich ja durchlaufen lassen. Also eine Solaranlage kann ich auf Knopfdruck, Millisekunde ist die halt weg. Dann ärgern wir uns alle, dass der Strom halt leider nicht genutzt wird. Aber technisch ist erstmal kein Problem. Aber es kann ja nicht Ziel der Sache sein, dass wir ganz viele Solaranlagen bauen und die Hälfte des Stroms wegschmeißen dann hinterher. Also müssen wir uns überlegen, was machen wir damit? Und dann müssen natürlich auch sehr schnell die Speicher rein. Also ich würde, jetzt würde gerade diskutiert, gebe ich den Leuten mehr Geld, dass die wieder Strom einspeisen und dann vielleicht auch größere Anlagen bauen. Also das sind so Diskussionen, würde ich sagen, kurzfristig mag das helfen, aber langfristig ist es ja sinnvoller, dass man die Speicher auch reinbringt und den Leuten einfach sagt, komm, irgendwie du, irgendwie die Solaranlage lassen wir so von der Finanzierung, aber du kriegst noch einen sehr, sehr günstigen Speicher. Dann brauchst du dich nicht ärgern, dass du keine Einspeisevergütung mehr kriegst. Das ist eh nicht mehr Ziel, weil wir sowieso irgendwann zu viel Solarstrom haben, sondern der Strom bleibt bei dir in deinem Speicher und dann holst du die Nacht wieder raus und das, denke ich mal, wäre sehr, sehr wichtig, sowas jetzt auch zu fördern. Was heißt das von so Subventionsmodellen? Es gibt ja in einigen europäischen Ländern das Ding, du baust eine Solaranlage, keine Ahnung, kostet 10.000, 15.000 Euro und du kannst die gesamten Investitionskosten von der Steuer absetzen. Das würde da auch eine Menge motivieren. Ja, klar, von der Motivation her, aber eine Solaranlage rechnet sich ja heute. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt drauf zahle. Also das heißt, alleine auch deine Eltern werden nach 15 Jahren oder 12 Jahren eine schwarze Null haben. Die Anlage lebt vielleicht 20, 30 Jahre. Haben sie jetzt schon. Ich habe sie ihm geschenkt. Gut, da muss man natürlich immer so einen guten Sohn haben. Aber sage ich mal, auch wenn ich jetzt keinen Sohn habe, der mir eine Solaranlage schenkt, habe ich nach 10, 15 Jahren irgendwo eine schwarze Null und danach verdiene ich auch damit Geld. Also das heißt, eine Solaranlage ist erstmal, rechnet sich. Es gibt ja auch Modelle, dass ich, wenn ich das Geld nicht habe, dass ich eine Solaranlage miete. Das heißt, es gibt Anbieter, wo ich dann einfach sage, okay, ich habe jetzt nicht das Geld. Ihr stellt mir eine Solaranlage aufs Dach. Ich miete die Anlage und der Mietpreis ist dann etwas niedriger als mein Strompreis. Das heißt also, solche Modelle gibt es ja auch. Das heißt also, Solaranlagen rechnen sich erstmal. Deswegen glaube ich, muss man die gar nicht so stark fördern. Man muss es einfach machen. Es hilft ja nichts, wenn ich, also ich kann ja auch nicht reich werden damit. Also wenn es sich rechnet, heißt das, ich verdiene dann irgendwann mal 200 Euro im Jahr oder 500 vielleicht. Es gibt ja ein Limit. Ich meine, unser Dach ist größer, also groß genug, dass da noch ein paar mehr Panels drauf könnten. Aber dann, wenn man da mehr drauf macht, dann müsste man wieder eine Firma anmelden oder die Gewerbe anmelden. Das muss man halt einfach machen, dass man einfach den Leuten einfach sagt, komm, alle, der Staat hält sich, da kommt der raus, macht es so einfach, so einfach wie den Backofen anzuschließen, muss die Photovoltaikanlage sein. Da gehe ich jetzt einfach in den Mediamarkt oder Saturn oder sonst irgendwie oder zum kleinen Elektriker um die Ecke und hole mir einfach einen neuen Herd. Der wird dann einfach angeschlossen, fertig. Und so muss es mit der Solaranlage auch sein, ohne dass ich da diese ganzen bürokratischen Monstersachen habe. Bei Firmen ist das was anderes. Die sind das auch gewöhnt mit Umsatzsteuer und sonst irgendwie, aber damit kann ich die Privatleute nicht belästigen. Und deswegen, das würde wahrscheinlich viel mehr helfen als irgendwelche massivsten Förderprogramme. Wenn ich jetzt von der Steuer absetzen muss, dann muss ich ja auch wieder zum Steuerberater und der muss das einreichen und dann am Ende kriege ich 150 Euro irgendwie erstattet. Das motiviert die Leute doch nicht. Die wollen was für die Energiewende tun. Die wollen unabhängig sein. Jetzt haben wir irgendwie Krisen. Der Strompreis geht durch die Decke. Das ist doch schön, wenn ich eine eigene Solaranlage habe, sage ich, der Strompreis für die nächsten 20 Jahre ist bezahlt. Was jetzt passiert mit Ukraine, mit russischem Einmarsch, sonst irgendwie, was ja die Energiepreise explodieren lässt, das kann mir doch vollkommen egal sein. Ich habe meine eigene Solaranlage, ich habe den Strom schon bezahlt und dann habe ich einfach wirklich den Riesenvorteil, das motiviert doch die Leute und deswegen muss ich es ihnen einfach, aber wenn ich dann natürlich einen Steuerberater, einen Anwalt brauche, um das zu realisieren, dann höre ich halt wieder auf und das muss man einfach beseitigen und dann klappt das auch. Zurück zu der Solarproduktion meiner Eltern. Mein Vater hat ausgerechnet, die müssten fünf bis sechs Mal so viel Kilowattstunden produzieren, sodass sie am Ende plus minus null haben, im Gegensatz zu dem Verbrauch, für den sie ja bezahlen. Ist doch irgendwie unfair. Jetzt ist es ja dreieinhalb Mal und sie würden ja am Ende pro Monat so plus minus null haben wollen. Ach so, gut. Wie gesagt, das hängt ja von der Größe der Anlage ab, wenn jetzt, du hast ja gesagt, da ist noch ein bisschen Platz auf dem Dach, also hätten deine Eltern das Dach voll gemacht, hätten sie... Das Maximum haben sie raufgepackt. Naja, Maximum, was steuerlich geht, Genau. Damit es kein Gewerbe ist. Genau. Technisch wäre noch mehr gegangen, nicht? Also wenn sie mehr gegangen und das geht dann auch, der Aufwand steigt halt, aber wenn du mehr gemacht hättest, klar, dann hättest du irgendwann auch die schwarze Null, aber wie gesagt nochmal, deine Eltern haben halt immer noch einen Netzanschluss und irgendjemand muss ja auch den Strom liefern und das muss ja auch irgendjemand bauen und bezahlen. Also insofern denke ich mal, für die Leistung, sie kriegen ja auch was dafür, für das Geld. Also das heißt, da ist jemand da und wenn die Sonne nicht scheint, dann können sie trotzdem Fernsehen gucken. Klar. Und deswegen glaube ich, ist das auch schon okay, aber die Stromrechnung hat sich ja trotzdem deutlich reduziert. Andere Frage vom Vater, warum zum Beispiel mittags, wenn die Sonne genug scheint, warum können wir den Strom nicht einmal an den Nachbarn weitergeben? Der hat noch keine vorlote Voltaikanlage hat, aber irgendwie, okay hier... Frage ich mich auch. Ist ja noch absurder. Also ich kann jetzt eine Wallbox, eine Ladesäule hinstellen und für ein Elektroauto, der Nachbar darf auch sein Auto nicht bei mir laden. Wie bitte? Nö, darf er nicht. Das ist steuerlich irgendwie sehr, sehr kompliziert. Das ist Stromlieferung an Dritte, nicht? Also das heißt, ich werde dann zum Stromhändler und das ist in Deutschland irre kompliziert, also besser davon die Hände, also zumindest mal verschenken darf ich vielleicht den Strom noch, aber ich darf kein Geld dafür nehmen und das muss auch alles aufhören. Also das ist ja absolut... Aber welche Logik steckt denn dahinter, das zu verhindern? Oder das zu verbieten? Naja, also erstmal haben die Deutschen natürlich so einen Kontrollwahn, muss man einfach sagen. Also irgendwie, es muss alles gezählt und registriert werden und dann auch, ich meine, das ist sehr absurd. Also meine erste Photovoltaikanlage habe ich 2005 gebaut. Das war auch dann noch Gewerbe und so, also irre kompliziert und da musste man ja dann auch schon Umsatzsteuer anmelden. Umsatzsteueraufkommen sind 70 Euro im Jahr gewesen. Muss man irgendwie dann gucken und dann musste ich im ersten Jahr jeden Monat eine Umsatzsteuererklärung abgeben. Das habe ich mal einen Monat vergessen und dann hat dann das Finanzamt dann auch mir einen Brief geschrieben und gesagt, irgendwie die Umsatzsteuererklärung bitte nachreichen, sonst zahlt ihr das Dreifache des Preises. Ich sage, na gut, im Monat sind das zwölf Euro oder acht Euro, dreimal 18 sind 24, das bringt mich jetzt auch nicht um. Aber allein das Schreiben dieses Briefes hat ja mehr gekostet als das Geld, was man reinkriegt. Und da sieht man einfach, also das war einfach der Wunsch wirklich auch den letzten Euro einzutreiben, egal ob es Sinn macht oder nicht. Aber in Deutschland werden ja auch Briefe verschickt, wenn es irgendwie darum geht, verschicken des Briefes ist ja mehr als die Steuerschuld. Auch das ist deutsch. Und das zieht man dann erstmal für die Solaranlagen durch. Dann gab es natürlich auch die Verhinderungstaktiken der alten Bundesregierung. Also es war ja durchaus gewollt, dass es kompliziert wird, weil dann einfach auch mal Leute abgeschreckt hat. Also das war durchaus auch erwünscht, dass man also hier Leute mit verschreckt. Und insofern so die Kombination von deutschen Bürokratiewahren und Verschrecken der Leute hat halt zu diesen Gesetzen geführt. Das hätte so viele Vorteile. Man würde den Gemeinschaftsgedanken in einem Dorf, in einer Stadt fördern, oder wir teilen uns den überflüssigen Strom, der hier gerade quasi reinkommt. Das würde ja auch die Netze entlasten. Also genau, ich habe ja das Problem, wenn alle jetzt eine Solaranlage bauen und mittags um zwölf und wir keine speichern, keine Elektroautos haben, dann wollen alle mittags um zwölf in Strom loswerden. So und der muss dann aus dem Dorf raus, über die nächste Leitung bis hin zu irgendeinem Industrieunternehmen, was 100 Kilometer weiter steht. Und da muss ich die Leitung alle verstärken, kostet ja Geld. Und wenn wir einfach gucken, na gut, der Strom, wo bleibt der bei meinem Nachbar, in meinem Elektroauto, der geht gar nicht wenig für Deutschland. Aber dann muss man, also die neue Regierung hat zumindest mal nicht mehr den Verhinderungsgedanken. Also das heißt, das ist ja schon mal sehr vorteilhaft. Und gut, der Bürokratiewahn, der ist nach wie vor in Deutschland vorhanden. Mal gucken, was dabei rauskommt. Mein Vater hat auch ausgerechnet, gerade im Sommer, Sonne scheint mittags, Spülmaschine, Waschmaschine läuft. Theoretisch könnten parallel zehn andere in der Nachbarschaft genau dasselbe auch nochmal nutzen, ohne dass irgendein Strom aus dem Netz gezogen wird. Und manche Nachbarn haben sogar noch irgendwie so dreckigen Strom. Ja, nicht nur manche. Also man sieht es ja, ich wohne ja auch so im Einfamilienhausbezirk. Dann guckt man, also es hat sich schon erhöht. Also vor 15 Jahren waren wir die ersten mit der Photovoltaikanlage. Jetzt mittlerweile irgendwie, ja, gefühlt würde ich sagen, zehn, zwanzig Prozent der Häuser haben Solaranlagen, aber halt die anderen 80 Prozent halt auch nicht. Und es ist ja sehr, sehr spannend, auch wo die Prioritäten der Menschen sind. Das fand ich jetzt auch immer sehr interessant. Also wer hat Autos? Also da haben die meisten eher zwei. Aber für die Solaranlage reicht es halt nicht. Die Priorität ist halt eher Autofahren und keine Solaranlage bauen. Eine Photovoltaikanlage ist so teuer wie ein gebrauchter Diesel, der sechs oder acht Jahre alt ist. und das, naja, komm, ein bisschen billiger vielleicht sogar. Kommt auf den Diesel drauf an. Also, ja, kann ich mal sagen, was haben wir, zehn Kilowatt haben wir gebaut, deine Eltern werden um die 15.000 Euro bezahlt haben. So eine Größenordnung. Die kommt jetzt auf ein Auto an, klar, wenn du einen Kleinwagen hast, aber so die Größenordnung. Und das ist schon interessanter. Ich meine, bei der Solaranlage geht es ja um die Rettung der Zukunftsperspektiven unserer Kinder. Also das heißt, eigentlich sollte doch jedes Jahr, also wenn ich meine Kinder lieb habe, sollte ich doch eine Solaranlage auf dem Dach haben. Und Priorität zwei sollte das Auto sein. In Berlin gibt es eine gute BVG. Also das heißt, da kann man auch ohne Auto irgendwie sehr gut zurande kommen, aber die Priorität ist immer erstmal Auto haben und dann Solaranlage aufs Dach und möglichst noch ein Carport mit zwei Stellplätzen. Und eine Solaranlage führt auch dazu, dass das Wert des Hauses, des Eigentums gesteigert wird. Klar, weil ich ja auch, wie gesagt, die Absicherung wieder habe. Wir werden jetzt also mal gucken, was jetzt bei der Ukraine-Krise noch rauskommt. Das ist den meisten Leuten ja gar nicht klar. Also wenn Herr Putin jetzt mal ein bisschen am Gashahn umdreht, dann werden wir uns irgendwie wünschen, dass wir irgendwie Deutschland schon mit Solaranlagen zugepflastert hätten, weil also die Energiepreise dann so durch sowas von durch die Decke gehen, dass also jeder, der eine Solaranlage hat, einfach sagt, okay, es sind zwar nicht 100 Prozent meines Stroms, aber ein größerer Teil ist halt einfach schon gedeckt und da kenne ich halt die Preise schon. Das heißt, das kann mir auch keiner mehr wegnehmen. Die Preise, die Solarpreise sind über 20 Jahre schon bezahlt und die sind stabil und das ist natürlich eine Riesenvoraussetzung. Eine letzte Sache noch, die neue Regierung will jetzt glaube ich zur Pflicht machen, wer neues Haus baut und neue Sachen, neue Dächer quasi ausstellt, da muss Solar rauf. Nee, ein bisschen verschwurbelt. Also im Koalitionsvertrag steht drin, beim Gewerbe soll es verpflichtend sein, bei Wohnhäusern die Regel. Okay, ja, was ist jetzt die Regel? Also Regeln am Ausnahmen, oder was? Genau, also das heißt, bei Wohnhäusern traut man sich wohl nicht, das verpflichtend zu machen. Naja, es gibt jetzt ein Problem, also bei Wohnhäusern kann man ein bisschen nachvollziehen, wenn man so durch Einfamilienhäuser kriegt, die Häuser haben sich ein bisschen verändert. Früher hat man die so klassisch mit so einem Satteldach gemacht. Und heute hat man so diese Stadtville mit diesem schönen verzierten Zeltdach, nennt man das, wo eigentlich gar keine gescheiten Dachflächen mehr drauf sind. Da ist es natürlich nicht so einfach, irgendwie größere Solaranlagen mehr sinnvoll drauf zu kriegen, weil die Dächer einfach so blöd sind, dass ich einfach über diese Dreiecke gar nicht mehr so viele Module drauf kriege. Das heißt, eigentlich müsste man die Leute wieder dazu zwingen, die Dächer so zu bauen, dass man ausreichend Solar hinkriegt. Und das traut man sich nicht. Dann könnte ich eine Bauflicht machen mit einer Minisolaranlage, aber gut, wenn die dann irgendwie fünf Module, das bringt dann auch nichts. So eine Balkonsolarlage. Ja, genau. Das geht natürlich immer, aber wenn ich jetzt wirklich dann sagen würde, das halbe Dach muss mit Solar voll gemacht werden, dann würden sich dann die Leute tierisch aufregen, weil ich natürlich dann Ost, West, vielleicht sogar die Nordseite noch belegen muss, um mit diesem merkwürdigen Dach dann halt irgendwo noch ausreichend Solarflächen zu installieren. Dann müssten, also eigentlich muss man den Architekten wieder beibringen, so zu bauen, dass die Häuser halt auch irgendwie für die Energiewende geeignet sind und das haben wir in den letzten zehn Jahren auch noch verlernt und das ist natürlich so ein bisschen schwierig. Meine Güte. Falls ihr Fragen habt noch zum Thema Solarkraft, gibt sie Hans an die Hand. Wir waren bei erneuerbaren Anteilen beim Strom, wie gesagt, Wind 27%, PV 11%, Biomasse 10%. Überholt die Biomasse bald die PV? Also bei Biomasse sind wir am Ende der Fahnenstange. Also man muss ja gucken, Deutschland ist dicht besiedelt, es gibt eine begrenzte Menge an landwirtschaftlichen Flächen und Wald und klar, wir können temporär können wir auch 30% machen, nur dann haben wir in ein paar Jahren halt kein Wald mehr. Also insofern, genau. Sag mal kurz, was ist Biomasse? Biomasse ist alles, was wächst. Also bei Biomasse, bei der Stromerzeugung ist es im Wesentlichen Holz. Das heißt, man holzhäckselig klein, dann kommt das halt einfach in ein Kraftwerk rein, wird verbrannt und dann treibt das halt wie bei Kohle halt auch eine Turbine an. und macht Strom, gibt die Möglichkeit noch über Biogas dann auch Strom zu erzeugen. Das heißt, dann nehme ich, was weiß ich, Gülle oder irgendwelche Pflanzenreste, die kommen mit einem großen Gärtopf und dann vergären die, dann entsteht dabei Biogas und das kann ich halt auch dann wie im Gaskraftwerk verbrennen und daraus Strom machen. Okay. Und da sind die Potenziale ausgereizt? Ja, ich kann natürlich theoretisch noch mehr machen, aber sind wir dann, ich habe ja die Konkurrenz bei den Landwirtschaftlichen Flächen, habe ich ja Konkurrenz Biomasse Landwirtschaft. Also das heißt, klar, wenn ich jetzt irgendwie sage, wir essen kein Fleisch mehr und die ganzen Rinderflächen werden für Biomasseproduktion ginge mehr, klar. Ja, wir müssen ja weniger Fleisch essen. Ja, Nur da ist halt die Frage, irgendwie eine Solaranlage ist halt wesentlich effizienter. Man muss einfach gucken, ich kriege aus der gleichen Fläche, also bei Pflanzen kann man einen Wirkungsgrad ausrechnen, der liegt vielleicht so bei einem halben Prozent. Also das heißt, einen halben Prozent, die Pflanzen machen ja, die Biomasse macht ja nichts anderes wie Solarenergie in Brennstoff umwandeln für uns umsonst. Und da kann man auch einen Wirkungsgrad ausrechnen, der ist halt unter einem Prozent. Und eine Solaranlage hat halt 20 Prozent Wirkungsgrad, das heißt, ich kriege halt aus der gleichen Fläche, wo ich jetzt Raps anbaue, halt die 20-fache Menge an Energie raus, mindestens, wenn ich entsprechend Solaranlagen aufbaue. Deswegen ist halt einfach für die Energiegewinnung die Photovoltaik halt die bessere Variante. Und die letzte erneuerbare Energie in unserem Mix ist Wasserkraft mit vier Prozent. Geht da noch mehr? Nö. Also man kann Anlagen ein bisschen ertüchtigen, also das heißt, alte, wir haben ja schon gesagt, die sind zum Teil recht alt, also da kann ich jetzt irgendwie mal gucken, dass ich da mal ein bisschen ausbaggern, einen neuen Generator baue, aber auch da ist ja so, wenn ich jetzt neue Wasserkraft, dann staue ich auch Flüsse auf. Also wir reden ja über Häcksler von Tieren, bei Windenergie haben wir ja irgendwie über tote Vögel geredet, bei so einer Wasserkraftanlage Tote Fische. Tote Fische, genau, klar. Also kann man verhindern auch, auch da gibt es Fischtreppen und sonst wo der Aufwand steigt und deswegen gibt es auch Richtlinien, die den Bau von neuen Wasserkraftwerken ziemlich beschränken, einfach aus Naturschutzgründen. Und das muss man erstmal berücksichtigen, deswegen geht gar nicht so viel und dann fehlen uns halt auch einfach die Höhenunterschiede. Also für Wasserkraft brauche ich halt einen Berg, weil einfach Wasser, ich brauche halt Gefälle und halt einen Fluss und ich meine, mit der Havel irgendwie bis zur Ostsee sind es 30 Meter Höhenunterschied. Aber die Bayern haben dann die Alpen. Ja, klar. Aber da, wo irgendwie gute Flüsse sind, Isar und sonst irgendwie stehen ja auch überall schon Wasserkraftwerke. Achso. Gut, also das war der Anteil beim Strom. Ich war überrascht, bei der Wärme sind wir auch schon bei 14 Prozent. Woher kommt denn dann die erneuerbare Wärme? Im Wesentlichen Biomasse, Brennholz. Ah ja. Also das heißt, wir haben ganz viele Kaminöfen und sonst irgendwas. Also da ein bisschen Solarthermie, aber das ist irgendwie so ein gutes Prozent. Und der Rest ist einfach Biomasse, also Brennholz, was halt auch sehr, sehr laut Folgequasching müssen wir auf 100 Prozent kommen. Ja. Wie das denn? Brennholz geht nicht, haben wir schon gesagt. Also da fehlt uns der Wald dafür. Jetzt können wir Finnland abholzen und das importieren, aber das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein. Also insofern, Biomasse scheidet aus. Probieren. Ja klar, aber haben die Finnland irgendwas dagegen. Also insofern scheidet das aus und ja, dann müssen wir überlegen, was kommt in Frage. Öl und Gas, stellen wir gerade, Gas ist eine ganz blöde Idee, das stellen wir gerade fest, weil das kommt auch von direkt 50 Prozent aus, das Gas kommt von Herrn Putin. Also das merken wir, dass das jetzt auch, waren wir auch schon seit 30 Jahren davor, ist keine gute Idee. Ist ja am Ende egal, wo das Erdgas herkommt, wir brauchen uns nicht. Ja gut. Wir müssen davon loskommen. Momentan brauchen wir es ja, sonst müssen wir frieren. Ob es uns russisch ist oder amerikanisch. Ja klar, aber wir sind jetzt auch noch von Russland abhängig und das merken wir, also haben wir, das ist ja gar kein Problem, aber mittlerweile sehen wir, das ist halt ein Problem. Und alleine diese Spannung, also wir sehen ja, die Gaspreise haben sich ja mehr als verdoppelt in Deutschland, also die sind ja richtig durch die Decke gegangen. Das liegt einfach an den politischen Spannungen. Also wir sind einfach erpressbar und sonst irgendwie, das geht ja alles noch mit dazu. Das heißt, wir müssen weg vom Öl und Gas, nicht nur aus Klimaschutzgründen, sondern einfach aus Fragen aus der geopolitischen Abhängigkeit. Das heißt, wir können ja nicht eine Energieversorgung aufbauen, wo wir einfach noch die nächsten 20 Jahre von Russland irgendwie zu 50 Prozent oder steigendem Anteil noch abhängig sind. Das ist irgendwie, das ist ja schizophren und absurd. Ja, was können wir machen? Wir müssen gucken. Wir müssen ja 86 Prozent aufholen. Ja klar, und dann müssen wir mit Strom heizen. Also das heißt, Solar- und Windstrom werden wir auch für die Heizung gebrauchen und da dann aber mit einer effizienten Wärmepumpe. Das heißt, also da gibt es ja neue, also man kann natürlich so einen Elektrolüfter hinstellen, also auch das geht, ist aber, sag ich mal, nicht so ganz effizient. Und die Wärmepumpe hat einen Riesenvorteil, dass die aus Strom Wärme macht, aber gleichzeitig noch Umgebungswärme mit anzapfen kann. Das heißt also, aus einer Kilowattstunde Strom kann ich dann drei Kilowattstunden Wärme machen. Und das ist natürlich ein ganz guter Deal. Das heißt also, der Energiebedarf würde sich auf ein Drittel reduzieren, wenn ich einfach die Gasheizung rausschmeiße, eine Wärmepumpe reinmache und dieses Drittel, was dann übrig bleibt, das mache ich dann mit Strom aus erneuerbaren Energien. Sollen meine Eltern damit noch warten oder jetzt schon kaufen? Gute Frage. Wie lange hält die Heizung noch? Das ist eine Ölheizung. Ölheizung, also ja, also keine neue Öl- und Gasheizung mehr einbauen, kann man ganz klar sagen. Also das, nee, man muss ganz einfach sagen, wir müssen in, also je nachdem. Das haben Sie glaube ich kapiert. Eine Heizung hält halt 30 Jahre. Das heißt, wenn ich jetzt eine Heizung, also 20 mindestens, eher 30. Das sind eingezogen 2000, also jetzt 20 Jahre alt. Genau. Ein paar Jahre hält die noch. Also insofern 25, 30 sind schon so. Die Heizungen sind schon so alt. Das heißt, eine Heizung, die ich heute einbaue, 2040, 45, bis dahin wollen wir ja klimaneutral sein. Also das heißt, entweder müssen die dann wieder rausgerissen werden, dann entweder zahlt mir die Bundesregierung eine Abfragprämie oder irgendwann wird gesagt, okay, ihr habt euch da damals entschieden, ihr könnt jetzt irgendwie auch eine hohe Strafe zahlen für CO2-Emissionen oder ihr kauft euch dann halt eine klimafreundliche Sache. Also irgendwie werden wir die Anlagen rausdrängen müssen und jetzt nochmal eine neue einzubauen ist auch anhand der hohen Öl- und Gaspreizung eine ganz fatale Entscheidung. Also entweder meinetwegen noch Biomasse, das ist aber wie gesagt, da geht nicht mehr viel. Und dann ist eigentlich die Wärmepumpe derzeit die beste Lösung. Auch fairerweise muss man dazu sagen, da sollte das Haus auch ein bisschen gedämmt sein. Also so einen absolut ungedämmten Altbau ist für eine Wärmepumpe nicht ganz optimal. Ne, das wäre schon so. Wer stellt so eine Wärmepumpe her? Sind das so deutsche Hersteller auch? Ja, kriegt man also. Ist das auch wieder führend? Ne. Ne? Wer macht das? Also gut, die deutschen Hersteller haben alle was im Angebot. Also die meisten Anlagen, die in Deutschland verbaut werden, die kommen auch aus Deutschland. Wenn man sich so mal irgendwie auf den Internetplattformen umschaut, gibt es auch einige asiatische Hersteller, die noch deutlich günstiger anbieten. Die haben noch keinen großen Marktanteil, aber das wird spannend werden, wie das dann entsprechend ausgeht. Also die Deutschen haben einfach ein gutes Vertriebsnetz. Also hier ist einfach, das hilft natürlich. Also wenn ich jetzt als No-Name Asiate herkomme, dann kauft mir erstmal keiner die Anlage ab, weil einfach der deutsche Installateur halt und wie auch schon immer halt die deutschen Marken verbaut hat. Aber ob das immer so bleibt, müssen wir abwarten. Aber die Deutschen investieren auch sehr stark. Also es gibt große Heizungshersteller, die auch jetzt massiv in die Wärmepumpe reingehen und dann auch davon ausgehen, dass wir irgendwann die Öl- und Gasheizung nicht mehr einbauen können. Für einige kommt es ein bisschen zu schnell. Also wenn man mit denen redet, also ich habe mir mal gesagt, also eigentlich sollten wir bestens irgendwie in den nächsten zwei Jahren die Öl- und Gasheizung verbieten. Da kriegen die immer so Stirnrunzeln und sagen, also fünf Jahre brauchen wir schon noch, bis wir komplett umgestellt haben. Aber es ist auf dem Schirm. Gut. Wärme müssen wir künftig mit Strom generieren. Was ist mit dem Verkehr? Da ist der Anteil der erneuerbaren Energien bei sechs Prozent. Das ist also so E-Fuel oder? Das ist dann noch Biodiesel, nicht? Also wir haben jetzt irgendwie Raps auf dem Feld, so die schönen gelben Blüten und dann fährt der Traktor drüber, mäht den Raps und macht da Biodiesel draus. Und ja, wir können da nicht, also ein Bruchteil eines Prozentes der Solarenergie landet dann im Tank und der wird dann mit Diesel mit 30 Prozent Wirkungsgrad verfeuert. Also das heißt, das ist eine Energievernichtung par excellence. Und damit fahre ich dann noch zum Briefkasten, nicht? Also das ist irgendwie aus meiner Sicht die schwachsinnigste Möglichkeit, Energie einzusetzen. Da ging es auch gar nicht drum, Klimaschutz zu machen. Also die deutschen Automobilhersteller wollten halt, da gab es CO2-Werte. Wenn ich fünf Prozent Biodiesel beimische, dann muss ich halt den Motor nicht so effizient bauen. Das war eigentlich so der Deal, den man damals gemacht hat. Und deswegen haben wir halt jetzt diese Beimischung. Aber da gibt es auch keine Flächen. Ich kann ja nicht irgendwie ganz Deutschland mit Raps zupflanzen und dann keine Nahrungsmittel mehr anbauen. Also das heißt, das geht nicht. Selbst das würde nicht mal, wenn wir alle Felder nehmen würden, um Biomasse anzubauen, für Biosprit würde das nicht ausreichen, um alle PKWs fahren zu lassen. Also insofern ist das eine Sackgasse. Das heißt, aus dem PKW, der Verbrennungsmotor muss einfach weg. Also das heißt, Benzin und Diesel wird einfach importiert. Teuer. Das kannte Exporteure dann. Also auch hier in Russland zum Beispiel ein Hauptlieferant auf dem Öl. Auch da müssen wir gucken. Das heißt, wir finanzieren damit natürlich auch einiges von dem, was hier auf der Welt passiert durch unsere Importe. Deswegen sollte man da erstmal weg. Und auch der Verbrennungsmotor ist ja einfach eine fahrende Heizung. Also Dieselmotor hat 30 Prozent Wirkungsgrad. Da muss ich nach der Fahrt nur auf die Motorhaube mal drauf fassen und dann weiß ich, wo die Energie bleibt. Also das heißt, ich importiere Öl oder stelle mir noch Biosprit her, um dann die Motorhaube zu heizen. Ein bisschen halt voranzukommen dabei. Also deswegen, der Verbrennungsmotor muss raus. Der Elektromotor hat halt 90 Prozent Wirkungsgrad. Da komme ich halt einfach mit der gleichen Energiemenge dreimal so weit. Und deswegen ist ganz klar, also aus Effizienzgründen, die Elektromobilität wird es sein. Also im Pkw-Bereich ganz klar das Elektroauto mit Batterie. Beim Lkw-Bereich streiten wir noch so ein bisschen, was die besten Konzepte sind. Also allgemein, um auf 100 Prozent erneuerbare Energien im Verkehr zu kommen, müssen wir im Autobereich nur E-Autos haben, die dann mit erneuerbaren Energien betankt werden. Also quasi mit grünem Strom. Mit Solar- und Windstrom, genau. Das ist ja schon eingepreist. Ich habe ja vorhin die Mengen gesagt, die wir aufbauen müssen für Solar- und Windenergie in Deutschland. Das ist schon alles mit drin. Das ist alles mit drin. Also der Bedarf, den wir für die Wärme und für den Verkehr brauchen, ist bei den Ausbaumengen also schon mit drin. Also das würden wir mit den zwei Prozent Wind- und Solar halt auch mit abdecken können. Und bei Lkw, es gibt Streit. Ja, es gibt verschiedene Konzepte. Also Tesla zum Beispiel hat ja den Batterie-Lkw vorgestellt. 500 Kilometer Reichweite nur mit einer Batterie. Ich muss fairerweise sagen, da ist halt auch wirklich eine richtig fette Batterie drin, die ein paar Tonnen wiegt. Ob das das beste Konzept ist, muss man schauen. Andere sagen, Wasserstoff wird es sein. Da bin ich wieder skeptisch, weil Wasserstoff sehr teuer ist. Und ein drittes Konzept wird in Deutschland gerade erprobt, das ist die Oberleitung. Das heißt also, ich kann jetzt auf der rechten Spur der Autobahn eine Oberleitung machen und dann der Lkw hat einen Stromabnehmer, der hat eine kleine Batterie drin, das ist ja auch halt weg noch fahren kann, 30, 50 Kilometer. Kommt er wieder auf die Autobahn, fährt er seinen Abnehmer aus und fährt dann halt einfach mit der Oberleitung. Und das wäre vermutlich die preiswerteste Lösung. Aber ob die Deutschen das dann hinkriegen, wahrscheinlich diskutieren wir noch 30 Jahre, ob wir die Oberleitung bauen sollen oder nicht. Und dann wird dieses Konzept wahrscheinlich umgesetzt werden. Aber es ist wahrscheinlich das sinnvollste und preiswerteste Konzept. Gibt es irgendwie andere Länder, die das schon machen, wo wir uns das abgucken können? Es gibt eine deutsch, also es gibt eine deutsch-schwedische Kooperation. In Deutschland haben wir auch drei Teststrecken. Also eines in Frankfurt, eine in Süddeutschland, eine in Norddeutschland. Ein paar Kilometer Autobahn haben wir jetzt mit Forschungsgeldern ausgestattet. Und da fährt einmal die Woche irgendwie ein LKW vorbei, ein bisschen überspitzt. Also klar, für Testzwecke, klappt das überhaupt? Muss man natürlich erst mal machen, auch im Straßenverkehr. Verhält er sich nicht, wenn er sich einklebt, gibt es da Unfälle oder sonst irgendwie, muss man erst mal gucken. Also insofern ist so ein Projekt ja auch sinnvoll. Aber jetzt müsste man sich dann den zweiten Schritt machen, sagen, okay, jetzt haben wir da ein, zwei Jahre rumgetestet und wir haben nicht mehr viel Zeit, also müssen wir uns jetzt ausrollen und dann überlegen. Also dann allen Herstellern sagen, mal gucken, davon habe ich von der FDP, jetzt vom Verkehrsministerium noch nichts gehört und wenn wir halt noch zehn Jahre diskutieren, ist das Konzept durch, dann gibt es halt den Batterie-LKW von Tesla. Vielleicht kommt ja der andere Volker bald zu, jung und naiv. Also der Wissing. Okay. Das ist ja der neue Verkehrsminister. Wäre schön, aber ich finde es wie gesagt spannend, also wie er sich verändert hat. Also die Schlagzeile, also Herr Wissing rät von Benzin- und Dieselautos ab, also hat er auch schon verstanden, dass wir elektrisch werden müssen. Aber du musst auch immer noch sehen, wir sind in der Politik, nur weil sie das sagen, heißt ja nicht, dass sie es machen. Ja gut, aber vor der Wahl haben sie ja was ganz anderes gesagt. Also wir müssen E-Fuels machen und den Dieselantrieb erhalten und dafür sorgen und das ist natürlich für Deutschland wirtschaftlich fatal, weil bei dem Dieselantrieb, wenn wir das noch weiter bauen, dann werden wir irgendwann durchgereicht werden und die Automobilindustrie ist halt irgendwie danach geopfert und das hat man bei der FDP jetzt mittlerweile auch verstanden. Das ist ja gut. Bleiben wir mal beim Verkehr und Politik. Aktuell ist es so, dass der deutsche Staat den Kauf von E-Autos fördert. Es gibt ja so Kaufprämien. Gleichzeitig fördert er den Diesel, Dieselprivileg und den Kauf von Dienstwagen. Dienstwagen können auch Verbrennermotoren sein. Das heißt, wir fördern das Gute und das Schlechte gleichzeitig. E-Autos und Diesel. Obwohl wir ja nur das eine fördern sollten, oder? Wir sollten gar nichts fördern. Die E-Autos? Wir wissen, dass wir eigentlich die Zahl der Autos halbieren müssen. Also wir müssen ja einfach mal schauen. Wir haben in Deutschland ja eine Autodichte, die ist ja abartig. Also wir haben ja 47 Millionen Autos. Ich fahre ja sehr viel öffentlich und ich musste mal irgendwann von Wiesbaden nach Mainz, kann man mal gucken. Das ist so. Da habe ich jemand gesagt, nimmst du mich mal mit? Da habe ich dann zwei Stunden im Auto gesessen. Ich sage, wäre ich lieber mal mit Öffentlichen gefahren. Also das heißt, diese Autodichte sorgt ja dafür, dass wir auch mittlerweile immer weniger vorankommen, weil die Straßen dafür gar nicht mehr ausgelegt sind. Das heißt also, allein das macht eigentlich Sinn, dass wir runterkommen. Und wenn wir die gleiche Autodichte auf den Rest des Planeten übertragen, brauchen wir drei Milliarden zusätzliche Pkw. Wo sollen die Rohstoffe dafür herkommen? Das funktioniert gar nicht. Das heißt also, wir können in Deutschland nur so lange so viel Auto fahren, solange es ganz viele Länder auf der Welt gibt, die sich es gar nicht leisten können, so viel Auto zu fahren wie die Deutschen. Das kann ja auch nicht auf Dauer das Ziel sein. Und deswegen müssen wir uns in Deutschland einen Lebensstil angewöhnen, der auf dem Rest der Welt übertragbar ist und der hat maximal halb so viele Autos. Also das muss einfach die Botschaft sein. Aber wir wollen doch, dass die Verbrennerautos von der Straße verschwinden. Und die Autos halbiert werden. Deswegen müssen wir die Alternativen fördern. Radverkehr, öffentlicher Nahverkehr, Fußwege. E-Autos? Ein paar E-Autos schreibst du ja in deinem Buch. Wir brauchen ja trotzdem ein paar Autos. Ich meine, ich habe auch ein E-Auto. Wir haben ein Auto für fünf Personen. Also insofern sind wir da schon bei der Autodichte, die wir eigentlich haben sollten in Deutschland. Und ja, irgendwie das Auto kostet dann halt, so ein E-Auto kostet richtig viel Geld. Ich bin ja halt irgendwie Mittelklasse mit meinem Einkommen und dann kriege ich halt noch irgendwie, also damals war es noch 3.000, jetzt kriege ich 9.000 Euro hinterhergeworfen vom Staat. Muss man einfach gucken. Also irgendwie die Leute, die das Geld brauchen, die kaufen sich keine Elektroautos. Die kaufen sich einen gebrauchten Diesel. Also das heißt, da muss man ja überlegen, also wer braucht eigentlich die Förderung? Also die Leute, die sich ein Elektroauto leisten können, nehmen das Geld doch in der Regel einfach mit. Das heißt, die entscheiden sich Diesel oder Elektroauto und dann nehmen sie halt das Elektroauto und haben sich vielleicht auch schon vorher unterschieden und freuen sich, dass es jetzt noch 1.500 Euro für die Wallbox und 9.000 Euro für staatlichen Zuschuss gibt. Und es wird ja jetzt bald auch sehr bald gebrauchte E-Autos geben. Können sich die Leute ja, die jetzt keinen Neuwagen sich leisten können. Aber du bist natürlich gegen das Dieselprivileg und das Dienstwagenprivileg. Ja, wir müssen uns Gedanken machen, dass... Das sind ja auch Klimaschilie-Situationen. Aber du bist auch gegen die E-Auto-Prämie. Ja, man muss sich ja einfach mal überlegen, wie macht das denn New York, London zum Beispiel. London möchte die Anzahl der Autos in den nächsten 10 Jahren um 30 Prozent reduzieren. So, das ist ja mal ein Konzept. Also das heißt, da wird massiv in den öffentlichen Verkehr investiert. Da wird gesagt, du darfst mit dem Verbrenner gar nicht mehr in den Innenstadtring rein. In Paris darf ich auch nicht mehr rein. Das heißt also irgendwie, da kaufe ich mir halt auch keinen Verbrenner mehr, wenn ich mit dem Auto nicht mehr fahren darf. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Das heißt also, dann muss man sich überlegen. Und dann muss man sich überlegen, dann haben wir natürlich einige Leute, die damit überfordert sind, also die einfach niedriges Einkommen haben und nur auf gebrauchte Verbrenner zurückgreifen können. Den Leuten muss ich dann helfen. Denen muss man sagen, okay, also weil die machen dann den Widerstand gegen die Energiewende. Aber nicht derjenige, der irgendwie 70.000, 80.000 Euro Jahreseinkommen hat und sich gerade ein Auto für 50.000 Euro kauft, den muss ich jetzt nicht 9.000 Euro noch hinterher schmeißen. Die nimmt er natürlich gerne. Aber das hilft der Energiewende, wenn ich dann ausrechne, wie viel das pro Tonne CO2 ist, ist das einfach abartig viel. Und deswegen, denke ich mal, muss man in Deutschland auch wie in Paris oder in London mal den Mut haben, auch wirklich radikalere Maßnahmen zu machen und einfach sagen, okay, ich kann ja auch das Dieselautofahren unbequem machen. Dann kaufen die Leute auch keinen Diesel mehr und das kostet mich gar nichts. Ich muss aber natürlich Alternativen anbieten und ich muss die Leute, die sich dann davon finanziell, die das wirklich nicht mehr leisten können, die muss ich halt irgendwie abholen. Und dann gibt es halt zum Beispiel eine Kaufprämie nur für Leute, die ein Einkommen unter 40.000 Euro haben. Also warum nicht sowas? Das stimmt. Wir waren ja schon bei den Verbrennern. Bist du dafür, die Neuzulassung am besten sofort zu verbieten? Weil meine Gedanke ist ja, wenn du sagst, wir müssen eigentlich klimaneutral Mitte der 30er sein. Also in 10, 15 Jahren. Wenn ich heute mir einen neuen Verbrenner kaufe und die Lebensdauer von so einem Auto bedenke, dann der Staat kann mir ja nicht irgendwann, nachdem ich es mir gekauft habe, wegnehmen. Das heißt, ich kann jetzt das Ding 15 bis 20 Jahre fahren. Wenn wir aber klimaneutral sein wollen, dürfen wir ja keinen Verbrenner mehr 20, 35 fahren. Also müssten wir theoretisch doch jetzt die Neuzulassung verbieten. Genau das, was ich die ganze Zeit sage. Schon seit Jahren eigentlich. Also man kann ja wirklich rechnen. Du weißt das. Habe ich von dir. Nee? Aber ich meine, irgendwie ist ja, wie du sagst, Aber die Politik redet ja davon noch 2030. Genau, ist ja eigentlich vollkommen logisch. Also wenn du einfach sagst, also ein Auto, was im Jahr 2030 gebaut wird, fährt im Jahr 2050 noch rum. So und ich will aber, die Regierung will im Jahr 2045 klimaneutral sein, selbst dafür funktioniert es nicht. Genau. Wenn ich 2035 klimaneutral werde, funktioniert das überhaupt nicht. So, dann kann ich natürlich anfangen. Also irgendwie, das ist ja die FDP-Politik. Naja, dann kommen halt E-Fuels. Das heißt, ich nehme Solaren Windstrom, mache daraus Wasserstoff und den Wasserstoff arbeite ich in Methan, Methan Null und dann mache ich dann Diesel draus. Und das ist ja eine Riesenkette. Und die ist einfach, also da wird der Liter Sprit halt vier, drei, vier, fünf Euro kosten. Und das muss man den Leuten aber auch sagen. Wenn ihr euch heute einen Diesel kauft, dann werdet ihr in fünf oder zehn Jahren an einem Punkt sein, wo ihr drei, vier, fünf Euro für den Liter Sprit bezahlen müsst. Das müsst ihr mit einpreisen. Und das sagt man den Leuten nicht so deutlich. So, was passiert denn dann in der Zeit? Entweder sagt man, okay, das mit dem Klimaschutz überlegen wir uns nochmal, weil die drei, vier, fünf Euro sind halt nicht durchsetzbar. Also das ist ja Punkt Nummer eins. Oder wir haben so große Klimaprobleme, dass wir einfach sagen, okay, die Autos müssen runter. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder entschädigt der Staat. Das heißt, wir geben dann nochmal die ganze Förderung aus, um die Autos wieder auf der Straße zu kriegen. Abfragprämie. Also das hatten wir ja schon mal. Oder ich verbiete einfach die Autos und dann müssen die, dann bleiben die Leute halt auf ihren Altwagen sitzen und werden praktisch enteignet. Also das sind die beiden Konzepte, die dann noch übrig bleiben. Und deswegen, um die Leute zu schützen, hatte ich auch einen Shitstorm auf Twitter. Ich habe gesagt irgendwie, also es ist ja sinnvoll jetzt, die Leute vor dem Kauf von neuen Benzin- und Dieselautos zu schützen. Ich will nicht geschützt werden. Aber du bist doch derjenige, der dann in fünf Jahren schreit, wenn der Literspritz so teuer ist oder du enteignet wirst und nicht mehr die Stadt rein darfst. Also insofern müssen wir eigentlich hier zu den Leuten ehrlich sein und auch sagen, was ist die Konsequenz, wenn du dir heute noch ein neues Benzin- und Dieselauto kaufst? Und das wird überhaupt nicht ehrlich kommuniziert. Weder von den Grünen noch von der FDP. Apropos ehrliche Kommunikation bei der Herstellung. Geht es auch in deinem Buch um, wenn du ein Verbrennerauto herstellst, verbrauchst du im Schnitt circa sieben Tonnen CO2. Beim E-Auto auch sieben Tonnen plus fünf Tonnen CO2 für die Batterie. Also Volker, wenn ich jetzt hier doch mich klimafreundlich verhalten will, kaufe ich mir einen Verbrenner. Nee, also da kaufst du dir gar kein Auto. Dann kaufst du dir irgendwie ein Fahrrad. Aber wenn ich mir jetzt unbedingt ein Auto noch kaufen will? Dann kaufst du dir trotzdem ein Elektroauto, weil wir haben ja den Betrieb noch hinterher. Also das ist ja die Herstellung, die du hast. Und so ein Verbrenner kommt dann, also du hast ja schon gesagt, sechs, sieben Tonnen Herstellung. Aber dann halt über die Lebensdauer komme ich halt trotzdem auf 40 Tonnen. Weil natürlich ich jedes Jahr halt Diesel verfeuere, immer eine Tonne CO2 jedes Jahr obendrauf oder zwei. Und dann summiert sich das auf. Das Elektroauto ist halt bei dem Betrieb wesentlich sparsamer. Also bei mir, ich habe so den Ehrgeiz, möglichst nur mit Solarstrom zu fahren. Also bei mir, ich habe die Bilanz jetzt gerade für 2021 gemacht, 85 Prozent meines Fahrstroms kommen von der eigenen Solaranlage. Das heißt also, das Auto fährt praktisch fast, der Rest kommt vom grünen Stromanbieter. Das heißt, das Auto hat zwar 15 Tonnen irgendwie bei der Produktion, aber das ist dann halt schon in wenigen Kilometern drin. Weil natürlich der Diesel halt jedes Jahr seine ein, zwei Tonnen raushaut. Und dann ist es nur eine Frage der Zeit. In zwei, drei Jahren ist das halt drin. Und ab da bin ich halt besser als der Diesel. Und die anderen 17 bis 20 Jahre, die macht der Diesel halt einfach Schadstoffe, die ich halt mit dem E-Auto nicht mehr habe. Wissen viele auch nicht. Darum habe ich es mal angesprochen. Fand ich interessant. Dann der Punkt, seltene Erden. Zum Beispiel kommt ja auch immer wieder bei der Batterieherstellung. Was ich auch nicht wusste, hast du reingeschrieben, Lithium landet ja auch im Verbrennerauto. Beispiel bei den Schmierstoffen. Was die Wesen gar nicht wissen, wir haben gar keine seltenen Erden in Batterien. Also das muss man immer nochmal dazu sagen. Also wir haben Stoffe drin, die in der Kritik sind. Das ist Kobalt und Lithium. Die gehören aber nicht zur Elemente, also ein bisschen Korinthen-Kackerei, aber die gehören nicht zur Gruppe der seltenen Erden. Das ist eher Yttrium und sonst irgendwelche Sachen. Also insofern, die finde ich aber nicht in Batterien. Lithium ist keine seltene Erde? Lithium ist keine seltene Erde. Es gibt bei Batterien kein Problem der seltenen Erde. Ich habe trotzdem seltene Erden im Elektroauto, die sind aber im Elektromotor drin und nicht in der Batterie. Gut. Und die finde ich aber auch im Verbrenner. Das sind die im Katalysator und auch in der Elektronik und sonst irgendwie. Ja, das habe ich nicht gewusst. Sonst hört man ja mal so von den Gegnern von E-Autos, ja Lithium, das ist das Problem. Weniger, aber die seltenen Erden. Genau. Also Lithium, ein bisschen ist da sicherlich auch drin in der Elektronik, aber die seltenen Erden sind da genauso drin. Ich habe dann auch andere Stoffe im Katalysator. Da wird ja auch als Beigesetz bis zu Platin und sonst irgendwas. Also das heißt, man muss ja auch überlegen, da sind ja auch die irrsinnigsten Stoffe in so einem Verbrennerauto drin. Also deswegen. Und dann muss man die Spritgewinnung ja noch sich angucken. Also das haben die meisten ja nicht auf dem Schirm und sagen, boah, das Elektroauto. Ja klar, also ein Elektroauto muss hergestellt werden. Jedes Produkt, was hergestellt werden, hat einen ökologischen Fußabdruck. Das heißt, wenn ich den minimieren will, muss ich mir überlegen, dass so wenig wie möglich hergestellt wird. Punkt. Jetzt muss man sich aber überlegen, wenn ich jetzt sage, ich will aber trotzdem ein Auto, dann habe ich ja die Wahl zwischen Benziner oder Diesel und einem Elektroauto. Dann blende ich einfach die Spritgewinnung aus. Und wenn ich jetzt mal einfach gucke, so ein Tankerunglück, also irgendwie, da brauche ich über Lithium gar nicht reden und die Umwelt folgen. Also das ist eine ganz andere Dimension und das ist ja in der Tagesordnung. Wenn ich mir einfach gucke, wie in Kanada zum Beispiel Ölsande gewonnen werden oder wie in Nigeria dann das Öl gefördert wird aus maroden Pipelines, was da in die Natur, in die Umwelt gelangt, da ist der Schaden halt einfach gigantisch. Und das habe ich ja mit dabei. Das kaufe ich mit dem Verbrennerauto mit ein. Aber dann natürlich halt über die nächsten 20 Jahre und das muss ich mit aufpacken. Und wenn ich dann einfach mal die Rohstoffbilanz sehe beim Elektroauto, natürlich auch ein bisschen Solaranlagen muss ich auch herstellen, kann ich auch noch gerne mit draufsatteln und dann die Rohstoffbilanz beim Diesel, inklusive Dieselgewinnung, dann sieht natürlich die Bilanz auch ganz anders aus. Ein anderes Wort, was immer wieder von E-Auto-Gegnern kommt oder Skeptikern. Kobalt. Habe ich auch nicht gewusst, dass Kobalt auch in Verbrennerautos steckt. Ja, es steckt auch in Flugzeugturbinen. Ich kaufe mir jetzt keinen. Und es gibt auch Kobalt, also Kobalt steckt in der Batterie drin, aber auch nicht in allen. Das heißt, es gibt mittlerweile Kobaltfreie Batterien, also zum Beispiel Tesla baut jetzt in China Autos, die mit Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien ausgestellt werden. Da ist also nur Eisen und Phosphat drin, kein Kobalt mehr. Also geht technisch auch Batterien ohne Kobalt zu bauen. Trotzdem haben wir immer gesagt, die Elektroautos sind ein Riesenproblem, weil Kobalt drin ist, ist in vielen Batterien, muss man auch fairerweise sagen. Wo ist das Problem? Es gibt ein Hauptlieferland von Kobalt, das ist die Demokratische Republik Kongo. Demokratisch. Ja. Ist halt, genau. Heißt so, aber ist halt nicht so demokratisch. Ist vor allen Dingen richtig arm. Der Pro-Kopf-CO2-Ausstoß dort liegt bei einem Dreihundertstel des Deutschen. Also da sieht man schon irgendwie. Also die machen nichts zum Klimaproblem, tragen was bei. Alleine dadurch, dass ich mir ein Auto kaufe, verursache ich mehr, alleine den Auto kaufe, egal ob Verbrenner oder Diesel, verursache ich mehr CO2 als jemand in der Demokratischen Republik Kongo in seinem kompletten Leben. Also das heißt, das muss man sich auch erstmal so auf der Zunge zergehen lassen. Und die sind so arm, dass die natürlich irgendwie ihre Kinderarbeiten schicken müssen, weil die einfach sonst nicht über die Runden kommen. Und eine Möglichkeit, wo Kinder Geld verdienen können, ist halt Kobaltabbau. Und dann gibt es halt einen Riesenaufbau. Warum machen sie das denn nicht? Die machen es auch, aber es reicht halt nicht, was die reinkriegen. Da müssen die Kinder halt mitarbeiten. Und die arbeiten halt zum Teil in Kobaltminen. Und das ist natürlich irgendwie erstmal keine leichte Arbeit. Kinderarbeiten sowieso irgendwie ein No-Go eigentlich. Aber es hilft ja nichts, wenn ich keinen Kobalt mehr kaufe. Die Bevölkerung ist auch arm. Also die Lösung wäre, dass man einfach sagt, wir geben den Leuten für ihr Kobalt so viel Geld, dass die Kinder nicht mehr arbeiten müssen. Also darüber müssen wir mal diskutieren. Und diese Diskussion beim Kobalt, wir haben ja Kobalt in vielen anderen Sachen drin. Farben zum Beispiel. Trocknungsmittel, Kobalt. Wer geht denn in den Baumarkt und sagt, es ist kleingedruckt, nicht bei jeder Farbe, aber es gibt Farben, wo Kobalt drin sind. Wer geht in den Baumarkt und sagt, ich hätte jetzt gerne eine Farbe, die kobaltfrei sind, damit keine Kinderarbeit im Kongo stattfindet. Oder ich gebe ein Euro mehr für die Farbe aus, damit die Kinder ausreichend Geld haben und nicht mehr arbeiten müssen. Das wäre ja auch eine Lösung. Aber da wird die billigste Farbe gekauft und da wird gar nicht drauf geachtet. Aber das Elektroauto. Deswegen muss man es einfach im Dorf lassen. Und das Spannende ist aber, ich finde diese Diskussion sehr gut, weil die Diskussion erzeugt natürlich Druck. Das heißt also, Autohersteller wie Tesla gehen raus aus der Kobalt-Nutzung, gehen also zum Beispiel auf Lithium-Eisenphosphat. Andere Hersteller machen Verträge mit Minen, wo ausgeschlossen wird, dass Kinderarbeit stattfindet. Hilft vor Ort jetzt auch nicht unbedingt, weil natürlich dann die Kinder, wenn die arbeiten müssen, die arbeiten dann halt irgendwo anders, nicht irgendwie. Also ich müsste halt einfach gucken, dass wir einfach gerechte Rohstoffpreise zahlen. Das wäre eigentlich eine sinnvolle Lösung. Aber es erzeugt Druck, es verändert sich was und wir haben ein Schlaglicht auf die Bedingungen im Kongo, was vielleicht auch hilft. Aber dann müssen wir natürlich auch gucken, dass es in anderen Bereichen ist. Und ein Bereich, was ich auch spannend finde, in Flugzeugturbinen ist auch Kobalt drin. Ich habe noch niemanden gehört, der gesagt, ich fliege nicht mehr, weil da Kinderarbeit im Flugzeug drin steckt. Aber beim Elektroauto, das geht nicht. Und da sieht man, wie die Menschen halt so mit zweierlei Maß messen. Also da wird einfach sich auf eine Technologie gestürzt, was gut ist, weil wir da einfach den Flokus machen. Jetzt kriegen wir das Elektroauto irgendwie nur mit gerechtem Kobalt hin. In allen anderen Bereichen, wo Kobalt verwendet wird, guckt keiner nach. Das heißt, die Kinderarbeit verschieben wir nur, die beseitigen wir dadurch nicht. Das war die traditionelle Nutzung von Kobalt. Jetzt ist schon wieder was Neues problematisch. Das Neue machen wir jetzt gut und die traditionellen Sachen bleibt halt. Ich wollte vom Elektrotechniker auch nochmal wissen, können wir so eine Batterie eigentlich oder so ein Elektroauto ohne Lithium und ohne Kobalt nur noch mit unproblematischen Rohstoffen und Stoffen herstellen? Also ohne Kobalt geht ja. Wie gesagt, das kann ich heute schon kaufen. Ohne Lithium? Genau, ohne Lithium. Theoretisch ja. Also es geht ja um die Batterie und da gibt es das Periodensystem der Elemente, kann man sich in der Chemie angucken, da gibt es ganz viele Stoffpaare. Das Lithium ist halt einfach das derzeit am vielversprechendste, was halt die größte Energiedichte hat und vom Preis-Leistungs-Verhältnis irgendwie am besten ist. Deswegen baut man Lithium ein. Nur ist Lithium jetzt gar nicht so problematisch. Also das ist jetzt, also das Toxischere ist zum Beispiel Blei, da haben wir uns gar keine Gedanken drum gemacht. Also jeder hat eine Bleibatterie und das ist ja vollkommen okay. Blei ist hochgiftig. Also da müssen wir mal gucken, also mit schweren Vergiftungen, wenn ich das in großen Mengen habe, was passiert mit der ausgedienten Bleibatterie? Einige werden in Deutschland recycelt. Viele kommen einfach in die Entwicklungsländer. Wer zerlegt dort die Bleibatterie? Die Kinder. Wir haben über 100 Millionen Kinder, die eine Bleivergiftung haben auf der Welt, weil die halt einfach in Entwicklungsländern die Bleibatterien zerlegen. Da hat sich kein Mensch drüber aufgeregt in den letzten Tagen. Bleibatterie, im Fall Brenner ist ja vollkommen okay. Und jetzt beim Lithium haben wir wieder diese riesen Diskussion. Auch wieder gut, weil wir haben ein Schlaglicht auf das Lithium. Aber warum gibt es kein Gesetz, dass keine Bleibatterie aus Deutschland mehr exportiert werden darf? Oder auch kein Auto mehr, wo eine Bleibatterie drin ist. Das heißt, das wäre ja irgendwo eine Sache. Damit kann ich irgendwie ein Problem natürlich erstmal lösen. Aber das hat man ja erstmal nicht auf dem Schirm. Natürlich, klar. Die alten Autos, wo die Bleibatterien drin sind, die kommen dann noch nach Afrika. Da fahren die mal zehn Jahre rum und danach irgendwie zerlegen werden die von Kindern zerlegt, die dann alle eine Bleivergiftung haben. Das ist natürlich unser Lebensstil, den wir halt hier irgendwie exportieren. Beim Lithium ist es gar nicht so schlimm. Das ist auch eine zynische Form von Fluchtursachenbekämpfung. Ja, okay. Also so zynisch will ich dann gar nicht sein. Also es ist ein lösbares Problem und da haben wir den Fokus gar nicht drauf. Man kann ja Bleibatterien zu 100% recyceln, aber das muss ich halt gesetzlich vorschreiben. Das ist gar nicht so teuer. Apropos recyceln. Das kommt ja auch immer als Argument so ein E-Auto-Batterie, Volker. Was ist mit der Recyclbarkeit? Ist recycelbar? Also das heißt, erstmal nochmal zurück zum Lithium vielleicht, weil die Frage noch nicht beantwortet ist. Aber Lithium ist erstmal nicht toxisch. Es ist ein Salz im Prinzip, also in Salzen drin. Das heißt also, es ist erstmal so als Rohstoff, jetzt nicht irgendwie so wie Blei extrem giftig. Also das sollte ich, das ist erstmal das Problem. Also ist es auch eine Ostsee oder was? Ich finde Lithium gibt es auch mehr, aber gut, da finde ich auch Gold. Also aber in kleinen Mengen. Da lohnt es sich nicht rauszuholen. Also in Deutschland will man es sogar fördern, aber in der Rheintiefebene. Also das heißt irgendwie auch aus, das heißt Lithium wird in der Regel aus Wasser gefördert. Das heißt, ich gucke irgendwo, wo ich eine Salzwassersee unterirdisch habe, den pumpe ich nach oben und da trenne ich das Wasser von dem Lithium. Und entweder mache ich, in Deutschland will man das machen mit Erdwärme, mit Geothermie. Da wird das also oben getrennt und das Wasser geht wieder runter. In Südamerika mache ich das halt oberflächlich. Da lege ich Riesenseen an und lasse das Wasser halt verdunsten. Und da habe ich halt einen sehr, sehr großen Eingriff in die Landschaft. Dadurch, dass ich diese Riesenseen anlegen muss, das sind natürlich dann irgendwie Riesenbilder, wo ich gigantische Seen habe, die halt angelegt werden. Und dann sagen die Leute, boah, der Landschaftsverbrauch ist auch da. Klar, muss man darüber diskutieren. Aber es geht auch, wie zum Beispiel in Deutschland, so, dass ich die Landschaft nicht verbrauche. Das Material ist nicht toxisch. Das heißt also, Lithium ist per se nicht schlecht. Also das heißt, man muss gucken, dass man es besser gewinnt. Blei ist immer ein schlechtes Produkt, weil es ist für die Menschen toxisch. Und Lithium kann ich auch recyceln. Das heißt, es gibt einen deutschen Hersteller, der verspricht, dass ich also Lithiumbatterien zu über 90 Prozent recyceln kann. Das heißt also, da werden die Batterien am Ende der Lebensdauer fein vermahlen. Und dann Sorten rein. Die meisten wissen gar nicht, dass es gar nicht so viel Lithium drin ist. Also in so einem großen Elektroauto ist vielleicht einmal Lithium drin, zehn Kilo. Und der Rest ist irgendwie Aluminium, Kupfer und andere Materialien. Und die sind ja auch wertvoll. Und die versucht man halt dann Sorten rein zu trennen und holt die wieder raus. Das geht technisch. Momentan ist man noch dabei, weil natürlich es gibt noch nicht so große Rücklaufmengen. Also Elektroautos gibt es ja erst sehr kurz und da sind wir jetzt nicht dabei. Aber wenn jetzt mal Millionen Autos pro Jahr verschrottet werden, wird man auch das Lithium wieder rausholen, weil das ja einfach ein wertvoller Rohstoff ist. Falls ihr Fragen zu E-Autos habt, schreibt sie, Hans, in den Chat. Da geht es gleich los. Ich wollte zum Wasserstoff kommen. Volker, ich wollte mir eigentlich ein Wasserstoffauto kaufen, weil ich jetzt gehört habe, Wasserstoff ist eigentlich der wirkliche Heilsbringer in den nächsten Jahren. Kannst du das empfehlen? Ja, Kollegin Frau Kempferl hat mal gesagt, der Wasserstoff ist der Champagner unter den Energieträgern. Das finde ich sehr gut. Ja, ich trug gegen Champagner. Genau, aber als Grundnahrungsmittel. Weißt ja nicht, was du hier verdienst mit. Aber mit eurem Studio, genau. Wasserstoff ist halt einfach aufwendig herzustellen. Muss man einfach sagen. Ich brauche für den Betrieb eines Wasserstoffautos etwa die zwei- bis dreifache Menge an Solar- und Windstrom wie für den Betrieb eines batterieelektrischen Autos. Also wird das Wasserstoffauto auch am Ende zwei- bis dreimal so teuer sein. Punkt. Das heißt, also kann ich machen. Es gibt Leute, die das auch kaufen werden. Also beim batterieelektrischen Auto, es ist ja heute so, ich kann 300-400 Kilometer fahren und muss dann eine halbe Stunde nachladen. Mit einem Wasserstoffauto kann ich halt 800 Kilometer fahren und muss dann eine Stunde in eine Tankstelle suchen, um dann in fünf Minuten nachzuladen. Das finden einige Leute besser. Aber dann habe ich halt auch ein Auto, was doppelt so teuer, oder nicht doppelt so teuer, aber zumindest mal 30 Prozent teurer ist, weil die ganze Wasserstofftechnologie ist halt einfach aufwendig. Und ein nicht subventionierter, momentan ist der Wasserstoff subventioniert, den ich tanken kann, der ist auch gar nicht grün, der kommt in der Regel aus Erdgas, also macht sogar noch einen CO2-Schaden. Und wenn ich einen nicht subventionierten Wasserstoff habe, wird dann auch das Betanken des Wasserstoffautos zwei- bis dreimal so teuer sein, wie das Tanken des Elektroautos. Diebhaberobjekt für Champagner und Trinker halt. Bevor wir gleich die Farbenlehre nochmal kurz erklären, wo macht denn Wasserstoff als Energieträger im Verkehr Sinn? Bei Sachen, wo wir, also Wasserstoff, so fliegen. Genau, also es gibt immer die Frage, also Wasserstoff setzt man immer dort ein wie Champagner, nicht? Also wenn ich eine Fete mache und das Edelste soll halt her, dann kommt halt der Champagner zum Zug. Aber wenn ich jetzt Durst habe, dann nehme ich halt Wasser. Und überall, wo ich halt eine Alternative habe für den Durst, also fürs Auto oder auch immer gesagt wird, fürs Heizen. Also kein Mensch würde jetzt sagen, die Erdgasheizung bleibt drin, weil dann kommt der grüne Wasserstoff, kann ich machen. Und dann ist halt die Gasheizung dreimal so hoch. Also wenn ich da bereit bin, dann geht das auch. Aber das heißt, es wird halt einfach teuer sein. So ähnlich, wie wenn ich Wasser durch Champagner ersetze. Und das muss man den Leuten einfach sagen. Es gibt Bereiche, wo es halt nicht funktioniert. Also wenn ich jetzt irgendwo eine große Party habe, die Nobel sein soll und ich stoße dann am Schluss mit Wasser an, auch nicht so doll, genau. Da gäbe, wäre ja Wasser noch eine Alternative. Beim Wasserstoff gibt es Bereiche, wo ich halt keinen Plan B habe. Das ist erstmal in der Industrie, also Herstellung von Stahl. Ich kann Stahl nicht ohne Wasserstoff klimaneutral herstellen. Genau, beim Stahl gibt es zwei Sachen. Also beim Stahl hole ich mir erstmal Eisenerz aus der Erde raus. Das kommt dann erstmal in den Hochofen rein. Das kann ich noch klimaneutral machen, indem ich einfach mit solaren Windstrom heize. So, nun habe ich aber ein folgendes Problem. Ich habe dann eine chemische Reaktion, die noch stattfinden muss. Also da ist Eisenoxid drin. Also F, E und O. Ein bisschen Chemie hier. Und ich muss, damit ich das reine Eisen habe, woraus dann der Stahl werden soll, muss ich den Sauerstoff loswerden, das O. Das macht man heute, indem ich halt einfach Kohle reinschmeiße. Der Sauerstoff nimmt sich halt den Kohlenstoff und dann wird halt CO2 raus. Und damit kriege ich einfach CO2 nicht nur über das Heizen des Ofens, sondern auch einfach über diese chemische Reaktion, dadurch, dass ich den Sauerstoff loswerden will. Und jetzt kann ich statt Kohle halt einfach auch Wasserstoff reinleiten. Und dann wird halt kein CO2, sondern der Wasserstoff klaut sich dann auch den Sauerstoff und dann kommt halt Wasserdampf raus aus dem Hochofen. Und dann habe ich klimaneutralen Stahl, aber dafür brauche ich halt Wasserstoff, den ich dem Eisenoxid als chemischen Reduktionspartner zur Verfügung stelle. Das geht halt nicht anders. Und wir werden auch eine Welt ohne Eisen, wird es nicht geben. Und deswegen, wenn wir Eisen herstellen und Stahl herstellen wollen, brauchen wir Wasserstoff und deswegen kommen wir da nicht drum rum, Punkt. Also das ist erstmal auch klar. Das muss dann auch grüner Wasserstoff sein. Genau. Also klimaneutraler Wasserstoff. Ja, wenn ich jetzt irgendwie Wasserstoff, kann ich auch aus Erdgas herstellen. Wenn ich das mache, kann ich es auch sein lassen, weil dann kommt am Ende sogar mehr CO2 raus, als wenn ich Kohle verfeuere. Gut. Also bei Stahlproduktion, warum beim Fliegen? Warum macht das beim Fliegen Sinn? Naja, beim Fliegen... Kommen wir da nicht so schöne große Batterie ins... Ja, das wird kommen. ...und das Flugzeug packen oder so? Das wird kommen. Oder auch vielleicht das Wasserstoffflugzeug wird kommen. Das müssen wir schauen. Also momentan haben wir aber ja noch ein ganz anderes Problem. Wir haben ja auch die herkömmlichen Flugzeugantriebe. Und so ein Flugzeug, ähnlich wie das Auto, das wird nicht nach drei Jahren verschrottet. Das fliegt halt 10, 20, 30. Es gibt Flugzeuge, die 40 Jahre schon auf dem Buckel haben. Und ich muss mir jetzt erstmal Gedanken machen, wie kriege ich die alten Triebwerke umgerüstet, bevor ich jetzt über neue Flugzeuge rede, weil die einfach auch nochmal sehr lange da sind und noch länger als Autos dann wahrscheinlich leben. Und das heißt, da wird man sogar nicht nur mit Wasserstoff hantieren. Da muss man nochmal eine Schippe drauflegen. Ich muss aus dem Wasserstoff dann über ein bisschen Chemie und Voodoo kann ich dann ein... Das sagt der Energieprofessor. Ja, ich kann jetzt anfangen. Fischer-Fischer-Tropsch-Analysen und sonst irgendwie. Aber genau, machen wir zwei Stunden jetzt hier nochmal Thermodynamik und Industrieprozesse. Aber gut, studiert bei uns... Voodoo aus deinem Mund zu hören ist lustig. Genau, studiert erneuerbare Energien bei uns, dann kriegt ihr das alles beigebracht, wie das funktioniert. Werdet Voodoo-Meister. Voodoo-Meister der Energiewende. Dann nehme ich halt den Wasserstoff, wie gesagt, ein bisschen Chemie dahinter und dann kommt ein grünes Kerosin raus. Das kann ich machen, wird aber auch teuer sein. Also man geht davon aus, dass jetzt so ein Flug nach New York dann hin und zurück so um die 500 Euro teurer sein wird, weil einfach der Brennstoff teurer ist. Aber der ist dann klimaneutral. Das geht und langfristig wird man aber von diesen Triebwerkflugzeugen wegkommen. In Norwegen baut man jetzt schon, wenn man die Inlandsflüge auch schon sehr schnell klimaneutral macht. Und da geht man auch am Anfang auf Elektroflugzeuge. Das Problem ist momentan, dass die Batterien dafür noch nicht gut genug sind. Also da kann ich jetzt irgendwie in Norwegen mal 300 Kilometer von einer Stadt zur anderen fliegen und die Batterie wieder aufladen. Das geht, aber über den Atlantik komme ich halt noch nicht. Aber wenn wir mal 50 Jahre weiterdenken, da ist noch viel möglich mit der Batterietechnik oder dann halt auch direkt über Wasserstoffverbrennung. So jetzt die Farbenlehre beim Wasserstoff. Es gibt blauen Wasserstoff, es gibt grauen Wasserstoff, es gibt türkisen Wasserstoff und es gibt grünen Wasserstoff. Es gibt auch noch gelben und sonst irgendwie. Von FDP oder was? Nee, Atom. Aber gut. Was ist blauer Wasserstoff? Genau. Warum ist nur der grüne gut? Fangen wir mal mit dem grauen an, sag ich mal. Der ist am Anfang. Also es gibt ja, Wasserstoff gibt es auf der Erde nicht. Wird ja immer so gesagt, wie lösen wir unser Energieproblem mit Wasserstoff? Jules Verne hat es ja schon gesagt, Wasserstoff wird die Lösung von allen Sachen sein. Nun kann man sagen, Wasserstoff finde ich halt nicht. Da muss ich zum Saturn oder zum Jupiter fliegen. Da gibt es Wasserstoff in großen Mengen, aber der Flug dafür würde mehr Energie verbrennen, als ich dann an Wasserstoff hierher transportieren kann. Also müssen wir den Wasserstoff auf der Erde herstellen. Und dann muss man überlegen, wo finde ich Wasserstoff? Wasserstoff, der muss billig und verfügbar sein. Es gibt zwei Rohstoffe, wo Wasserstoff drin ist. Einmal Wasser, H2O, Wasser und Sauerstoff, oder Erdgas. Erdgas ist CH4, also Kohlenstoff und viermal Wasserstoff. Also das heißt, sowohl im Erdgas als auch im Wasser habe ich Wasserstoff drin. Und ich habe aber beides Male ein Produkt, was mich stört. Beim Wasser ist es halt der Sauerstoff und beim Erdgas ist es halt der Kohlenstoff. Und dann muss ich die Fremd erst mal abtrennen. Wenn ich das Erdgas nehme und den Kohlenstoff abtrenne, dann habe ich auch Wasserstoff. Den nennt man grauen Wasserstoff. Der Kohlenstoff verbindet sich zu CO2, landet in der Luft. Und es entsteht dabei mehr CO2, als entstehen würde, wenn ich Erdgas verbrenne. Und deswegen ist grauer Wasserstoff jetzt für den Klimaschutz nicht so sonderlich intelligent. Der graue Wasserstoff wird trotzdem massiv eingesetzt momentan. Etwa ein Prozent der weltweiten CO2-Emissionen kommen durch die Wasserstoffherstellung derzeit. Was? Naja, wir brauchen gigantische Mengen an Wasserstoff für die chemische Industrie. Und die nimmt natürlich den Wasserstoff, der am billigsten ist. Und das ist der, der aus Erdgas gewonnen wird. Und da kommt jetzt der Wehrwasserstoff rein. Und wie gesagt, ein Prozent, und da entsteht halt auch jede Menge CO2 dabei, etwa ein Prozent der weltweiten CO2-Emissionen, wesentlich für die chemische Industrie, kommt aus der Gewinnung von Wasserstoff aus Erdgas. So, das kann natürlich nicht bleiben. Kann man denen nicht vorschreiben, dass sie Grünen nehmen sollen? Kann man machen. Und dann drohen die halt irgendwie, ist halt 15 Mal so teuer oder sowas. Und dann sagen die, okay, dann wandern wir halt ab. Oder sonst irgendwie. Also die alte Diskussion, die wir gehabt haben, früher oder später wird das kommen. Also da diskutieren wir ja auch drüber. Und die Industrie will mittlerweile auch. Also vor zehn Jahren wollten die ja auch gar nicht. Mittlerweile haben sie verstanden, dass der Weg eigentlich auch in die Klimaneutralität nur mit ihnen geht und nicht ohne ihnen. Und das ist zum Glück auch angekommen. Deswegen habe ich auch gute Hoffnung, dass wir das jetzt auch endlich mal umsetzen können. Es gibt also drei Ideen. Wie kriege ich den Wasserstoff clean? Also muss man ja gucken. Aber wir waren jetzt beim Grauen. Der Graue kommt durch den Erd. CO2-Entzug. Jetzt gibt es die Möglichkeit, ich fange das CO2 auf, also großem Luftballon auf den Schornstein. Dann habe ich das CO2, suche mir irgendein Loch in die Erde, verpresse das. Dann nennen wir das Ganze dann blauen Wasserstoff. Und wenn ich es nicht verpresse und in die Erdgepacke, sondern in die Luft geht, dann ist es grauer Wasserstoff. Blau wird es, wenn wir es vergraben. Genau. Der Wasserstoff sieht ja genauso aus. Der ändert seine Farbe nicht. Aber ich verpresse halt das CO2. Das heißt, da wird ausgedrückt, ich gebe mir Mühe, das CO2 loszuwerden. Es gelingt aber nicht, das komplette CO2 aufzufangen. Also selbst bei dem blauen Wasserstoff bleibt irgendwie ein Drittel der CO2-Emissionen immer noch übrig. Das heißt also, das ist für den Klimaschutz auch keine wirkliche Lösung. Ist aber für die Erdgasindustrie halt so, der Stroh ist Strohhalm. Wir versprechen, wir fangen das auf und lagen das unter Tage. Dann sagen viele Hurra. Das hört sich ja super an. Das ist dann klimaneutral. Ist es aber nicht. und muss man abwarten. Aber das ist natürlich was zum Beispiel, die Russen haben jetzt auch ein Problem. Die bauen Nord Stream 2. Da wollen sie ja Erdgas durchleiten. Und wenn wir jetzt in zehn Jahren sagen, wir haben gar kein Erdgas mehr, was wir in Deutschland kaufen wollen, dann immer die Frage, was machen die? Ja, vorhin war man wieder Schwesig. MV-Ministerpräsident gesagt, da kommt dann Wasserstoff durch. Genau. Dann irgendwie ist die Frage, wo kommt der Wasserstoff her? Es ist irgendwie... Und ist die Pipeline überhaupt dafür ausgerichtet? Ja, es ist die Frage, ob ich in Sibirien jetzt unbedingt Solaranlagen aufbauen kann, um Wasserstoff herzustellen. Also das ist immer die Frage. Ich meine, Russland hat momentan sechs Prozent erneuerbare Energien. Das heißt, die haben ja gar keine erneuerbaren Energien, die die in Wasserstoff umwandeln können. Also ist die einzigste Option, die die haben, ist blauer Wasserstoff, nicht? Ihr Erdgas weiterzunehmen, irgendwie das CO2 abzutrennen und dann zu versprechen, liebe Leute... Wir buddeln das in Sibirien. Wir buddeln das in Sibirien. Fragt mal nicht so genau nach, wo das bleibt. Und ihr zahlt jetzt das Doppelte, weil ihr ja gerne irgendwie CO2-neutralen Wasserstoff haben wollt, statt Erdgas. Das ist der Plan. Ob der gut ist, ich finde ihn nicht gut, aber einige finden da hoffentlich sich gefallen dran. Ja, und... Okay, also grau ist Erdgas, blau ist verbuddeln? Erdgas mit verbuddelnem CO2, wo aber trotzdem noch viel CO2 bei entsteht. Und türkiser? Türkiser Wasserstoff ist auch aus Erdgas hergestellt, aber wir machen jetzt ein anderes Verfahren, um das CO2 abzutrennen. Und zwar, das geht über einen Prozess, der sehr heiß wird und dann bleibt nachher fester Kohlenstoff zurück. Also nicht mit kein Gas mehr, es bleibt einfach so richtig schön fester Kohlenstoff zurück. Und den kann ich jetzt auch verbuddeln zum Beispiel und da gelingt es schon, sehr, sehr große Mengen rauszuholen. Der wäre dann also annähernd klimaneutral, wenn ich den aus Erdgas herstelle. Ich könnte theoretisch den auch aus Biogas herstellen. Und dann hätte man theoretisch sogar eine Möglichkeit, also Biomasse beim Pflanzen holen, das CO2 aus der Luft, ich trenne das ab, dann habe ich den Kohlenstoff, den verbuddel ich dann und dann habe ich theoretisch sogar eine leicht negative CO2-Bilanz. Biogas ist sowas wie Methan aus von den Kühen? Ja, das ist so die Gülle und Dreck, den ich halt irgendwo in der Gäranlage vergehren lasse und oben kommt dann halt Methan auch raus. Also Erdgas, was ich dann also praktisch nutzen kann und dann statt Erdgas verwenden kann. Also gleicher Prozess. Also türkiser Wasserstoff ist noch der halbwegs... Kommt drauf an, wie man es macht. Also wenn ich jetzt den Kohlenstoff, ist ja die Frage, was mache ich mit dem Kohlenstoff hinterher? Ja. Den kann ich jetzt zum Beispiel einbauen, brauche ich zum Beispiel als Autobatterie, brauche ich auch irgendwie Kohlenstoff. Was mache ich mit der Autobatterie, wenn sie kaputt ist? Sie wird vielleicht recycelt oder verbrannt. Am Ende landet eigentlich alles irgendwann mal in der Müllverbrennungsanlage und was passiert dann mit dem Kohlenstoff dann am Ende mit dem CO2? Haben wir auch wieder in der Atmosphäre. Und das heißt, ich muss den Kohlenstoff, den festen, eigentlich darf ich den gar nicht stofflich nutzen, ich muss den eigentlich verbuddeln und das müsste ich auch vorschreiben. Dann wäre es für den Klimaschutz eine Alternative. Also insofern, türkiser Wasserstoff kann gut sein, ist aber erstmal per se nicht unbedingt gut. Und können wir das überall verbuddeln? Kann das jeder in seinem Garten verbuddeln, theoretisch? Oder müssen wir dann nach Sibirien oder müssen wir da so entlagern? Ja, also bei Blauen, also Gas entzulagern ist halt schwierig, weil ich einfach ein riesen Volumen habe. Wenn ich jetzt einfach, wir haben ja sehr große Löcher, wo wir Kohle rausgeholt haben, theoretisch schmeiße ich da halt einfach die Kohle rein und ein bisschen Erde drüber und ein bisschen Abdichtung und dann bleibt das da auch drin. Also kann man ja machen. Also wir machen ja praktisch aus Erdgas wieder Kohlenstoff, also praktisch wieder Kohle und wenn ich die da verbuddele, wo schon mal Kohle drin war, kann natürlich, also wird funktionieren. Gut, jetzt grüner Wasserstoff. Ist das der Champagner oder? Das ist dann der Champagner, genau. Also da nehme ich jetzt Solar- und Windstrom. Das kennt man aus dem Chemieunterricht, Physikunterricht, Elektrolyse. Also ich nehme einfach in einmal Wasser, zwei Elektroden rein, dann blubbert irgendwann Wasserstoff und Sauerstoff raus und den Wasserstoff fange ich auf und der ist dann sauber. Top. Problem gelöst. Ja, nur teuer. Warum ist das teuer? Erstmal brauche ich, erstmal habe ich ja einfach Verluste dabei. Also das heißt, nicht 100% meines Stroms wird zu 100% Wasserstoff, sondern ich habe erstmal halt bei der Herstellung Verluste. Ich brauche Süßwasser. Also wenn ich das nicht in Deutschland mache, sondern das irgendwo in der Wüste, muss ich mir erstmal überlegen, wo kriege ich das Wasser her? Auch eine ganz banale Frage, die irgendwie in der Sahara nicht so einfach zu klären ist. Und dann muss ich natürlich erstmal, da kann ich jetzt Wasser entsalzen, zum Beispiel Salzwasser, aber das muss ich auch erstmal herstellen, aufwendig. Ich habe Wirkungsgradverluste. Dann muss ich natürlich auch den Elektrolyseur bezahlen. Also der kostet ja auch nochmal Geld. Und im Endeffekt geht man heute davon aus, zu heutigen Kosten, dass Wasserstoff ungefähr mindestens fünf bis acht Mal so teuer ist wie Erdgas. Also grüner Wasserstoff, das wird sich nochmal, wird sich reduzieren irgendwann, klar. Also man kann bei den Elektrolyseuren die Kosten deutlich senken. Also da geht man davon aus, dass die Kosten nochmal halbieren. Aber grüner Wasserstoff wird immer teurer bleiben als Erdgas. Zumindest mal das, was wir jetzt die letzten zehn Jahre gewohnt waren bei Erdgas. Die Regierung hat jetzt auch eine Wasserstoffstrategie. Die gab es ja schon vorher. Altmaier hat das auch ein bisschen gepusht. In Marokko haben wir so ein Modellprojekt und so weiter. Ja, aber das sind ja so Projekte, wo man ein rotes Band durchschneidet. Aber eine Strategie ist ja dann immer die Frage, wie sieht die aus? Ich hoffe mal, dass die neue Regierung da jetzt mal wirklich eine Strategie entwickelt. Also die Strategie der alten Regierung sah aus, Wasserstoff ist toll und wird verteilen mit der Gießkanne. Jeder, der Wasserstoff schreit, kriegt halt Geld, damit er halt irgendwas mit Wasserstoff machen kann. Du hast blauen, hier ist das Geld, du hast grauen, hier ist das Geld. Ja gut, man hat schon schwerpunktmäßig grünen Wasserstoff, muss man fairerweise dazu sagen. Aber die Frage ist, also macht es Sinn, Wasserstoff im Automobilverkehr im Steuerbereich einzusetzen. Fördere ich Wasserstofftankstellen, die eine Million Euro pro Stück kosten, wo es in Deutschland irgendwie eine Handvoll Wasserstoffautos gibt. Also wo dann das Wasserstoffauto beladen dann irgendwann rechnerisch dann 5000 Euro kostet. Also das sind irgendwie so Sachen, das sind Leuchtturmprojekte, wo man gesagt hat, wir machen was. Also das ist dann ganz gut. Aber da wurde auch viel Geld verbrannt. Also wir brauchen Wasserstoff für den Flugverkehr, für die Stahlindustrie. Da macht es auch Sinn zu investieren. Also vollkommen klar. Also nicht alles mit Wasserstoff ist schlecht. Nur man muss es halt intelligent erstmal einsetzen. Und wir müssen uns Gedanken machen, wo der Wasserstoff herkommt. Das hat die alte Regierung nicht gemacht. Also das heißt, die Ausbau der solaren Windenergie in Deutschland nicht und dann irgendwie aus dem Ausland. Aber wenn wir bis 2045, wie die Regierung, oder sogar bis 2035 klimaneutral werden wollen, dann brauchen wir einfach gigantische Mengen an Wasserstoff. Wir haben mal ausgerechnet, also wenn wir 20 bis 30 Prozent des Wasserstoffs importieren wollen nach Deutschland, brauchen wir zum Beispiel drei Prozent der Landesfläche von Marokko, um dort Solaranlagen aufzubauen, die dann Wasserstoff erzeugen. Müssen wir mit den Leuten in Marokko auch mal reden, ob die das auch wollen, nicht? Also das sind erstmal so Fragen, die wir auch noch zu klären haben. Volker, wir haben, glaube ich, ein paar Fragen heute geklärt. Wahrscheinlich für manche nicht genug, aber du kommst hoffentlich nochmal wieder. Gerne. Vielleicht, wenn du das nächste Buch geschrieben hast mit deiner Frau, Usain Cornelia. das Buch von Volker ist übrigens billiger als Champagner, kann sich jeder leisten, liest sich schnell weg, nur zu empfehlen. Jetzt kommt Hans mit den Publikumsfragen. Super. Viel Spaß damit. Dankeschön. Ja. Hallo Hans. Hallo Volker. Kannst du noch? Ja, ne? Ja, geht noch. Ja, du hast vorhin gesagt, wie viel? Acht Stunden Vorlesung? War das so? Also montags habe ich meinen dicken Tag, wo ich genau Abstand und Vorlesung habe, aber man gewöhnt sich dran und die Studierenden geben einem auch wahnsinnig viel zurück. Also es ist immer so, es ist schon, wir haben ja sehr interaktiven Unterricht, man stellt Fragen, also es ist dann auch viel Gespräch dabei und also es macht auch Spaß. Also man merkt am Hagesende schon, dass man ein bisschen groggy ist und auch mit der Maske, klar, also man kriegt dann irgendwie ein bisschen schlechter Luft, aber es geht und es macht aber auch einfach Spaß. Also es war riesen Spaß. Also dann ist das, was bisher war und jetzt noch kommt, eigentlich immer noch Overtüre. Ja. Das Publikum möchte Professor Quaschnings Energiesprechstunde mit sehr vielen eigenen Fragen gerne fortführen. Gerne. Wir haben zwei Stapel hier. Das eine sind Sachen, die ich mir rausgeschrieben habe, das andere von Kira. Wir teilweise Überschneidung. Wir gehen jetzt einfach mal quergemisch durch. Susi ST fragt, wie kann man eigentlich Hauseigentümer dazu bringen, das Dach für Solar umzubauen? Spannende Frage. Also ich glaube, also momentan, es rechnet sich ja, es ist halt kompliziert. Erstmal muss man es einfach machen, was wir vorhin besprochen haben. Also erstmal die Bürokratie weg, dass die Leute einfach nicht abgeschreckt werden. Das würde schon mal helfen, dass wahrscheinlich sich doppelt so viel für eine Solange entscheiden, immer noch zu wenig und man wird an irgendwelchen Bauflichten wahrscheinlich langfristig gar nicht vorbeikommen. Nur auch das muss man clever machen, wenn dann am Ende ich eine Pflicht mache, aber die Handwerker fehlen und ich die Anlage gar nicht und das Dach gar nicht fertig bauen kann, weil dann das Personal fehlt, dann wird man natürlich auch Probleme kriegen. Also insofern, ja, und dann muss man eine Verpflichtung machen und am Ende zwingt man die Leute dann noch Geld zu sparen, was ja okay ist. Daniel 1987 und so weiter. Lohnen sich Balkonkraftwerke? Ja, bei uns an der HTW, wir haben gerade einen kleinen Rechner im Internet entwickelt, wo man das auch selber ausrechnen kann. Also dann, oder auch bei mir auf der Webseite ist der auch verlinkt. Also da kann man einfach schauen, also wenn ich ein Modul habe, so und so viel Strom verbrauche, was kriege ich dann raus? Man kann nicht mit reich werden, aber jetzt über 15, 20 Jahre gerechnet, hat man mindestens mal eine schwarze Null, wahrscheinlich in der Regel auch ein kleines Plus, je nachdem wie sonnig halt der Balkon ist und es ist ein Beitrag zum Klimaschutz und auch zur Demokratisierung der Energiewende und deswegen bin ich eigentlich auch so ein Fan von solchen Balkonkraftwerken. Chris Quantell, vor dem Hintergrund der kritischen Wasserstoffdiskussion passt das hier ganz gut. Sollten wir eigentlich, wenn es denn dann tatsächlich möglich wäre, Wasserstoff über große Entfahnungen per Pipeline transportieren, in Klammern rechnen wir unsere CO2-Bilanz durch die Perspektive Wasserstoff aus Russland eigentlich künstlich schön? Also der Wasserstoff aus Russland, den sehe ich nicht, also keinen grünen Wasserstoff, das haben wir jetzt auch schon diskutiert, weil Russland hat, wie gesagt, sechs Prozent Erneuerbare derzeit. Damit die grünen Wasserstoff exportieren können, müssen die erstmal selber klimaneutral werden und bräuchten dann Überschüsse, die die uns liefern können. Das wird die nächsten 20 Jahre nicht passieren. Wolkenkoguxheim. Genau, also da müssen wir nach Afrika gehen und das müssen wir machen, weil wir werden in Deutschland wahrscheinlich die Menge an Wasserstoff, die wir für die Stahlherstellung und sowas brauchen, gar nicht im eigenen Land, zumindest mal nicht mit den Abstandsflächen, die wir brauchen für die Windenergie herstellen können. Und deswegen müssen wir nach Afrika gehen, das müssen wir machen, aber auch das ist ja eine Art des Kolonialismus, wenn ich jetzt einfach da große Flächen beschlagnahme, weil wir in Deutschland, sag ich mal, nicht so viele Solaren-Witräder haben wollen, muss man dafür auch einen fairen Ausgleich kriegen, finden. Da gibt es zwei Fragen, die sich da direkt anschließen. Das eine von Till Nienberg, werden die energieintensiven Zement, Stahl, Glas eigentlich weiterhin in Deutschland zu halten sein? Sehr, sehr spannende Frage. Die Frage ist offen. Also die Industrien werden noch erhalten bleiben, nur wir wissen, dass wir natürlich in Marokko oder einfach in Afrika Solarstrom wesentlich günstiger erzeugen können. Nun gibt es ja zwei Möglichkeiten. Also wir wissen, wir brauchen auch künftig Wasserstoff, zum Beispiel um Stahl herzustellen. Und nun kann ich natürlich in Marokko Wasserstoff machen, den Wasserstoff nach Deutschland bringen oder ich kann sagen, ich mache das direkt vor Ort, dann spare ich mir den Transport und bringe halt die Fabrik nach Marokko. Also das wäre ja auch eine Option und das wird am Ende der Markt entscheiden, was billiger ist. Also wir werden nicht alle energieintensiven Betriebe hier in Deutschland halten können, was ich aber gar nicht so schlimm finde, weil wir auch in vielen anderen Bereichen, also gerade durch die Energiewende, den Aufbau der Solaranlagen, der Windkraftanlagen, der Speicher, der Ladesäulen, der Elektromobilität brauchen wir so viel zu tun, dass wir uns auch leisten können, mal den einen oder anderen Industriearbeitsplatz auch wieder abzugeben und Deutschland, also wir müssen ja auch gucken, dass der Rest der Welt sich entwickelt. Deutschland ist jetzt schon Exportweltmeister, das geht auf Dauer ja nur, wenn sich andere Länder verschulden und wenn wir jetzt noch die Energie nicht mehr importieren, sondern es auch noch selber machen, dann wird der Exportüberschuss ja doch größer, dann ist es ja vielleicht auch ganz okay, wenn wir mal den einen oder anderen Rohstoff importieren. Zur Frage des Kolonialismus in Verbindung mit Energiewende, die habe ich jetzt nicht die Karte da aber aus dem Kopf zitiert, da war die Frage, ist es nicht auch eine Form von Kolonialismus, wenn wir die Rohstoffe und die Entsorgung für Anlagen der erneuerbaren Energien, auch Windgeneratoren, auch Batterien, dann in Ländern des globalen Südens uns besorgen und entsorgen geht. Also unser sauberes Energiegewissen zu Lasten des globalen Südens. Also die Entsorgung darf nicht in den Ländern des globalen Südens stattfinden, Punkt. Also das müssen wir ganz klar sagen, das machen wir ja sogar, wie die Leute trennen ja dann ganz, ganz gewissenhaft ihren gelben Sack, dann den grünen Punkt und das wird ja dann auch zum Teil exportiert, also irgendwo, das heißt, das darf nicht sein, also wir dürfen nicht unseren Müll irgendwie den Rest der Welt abladen, nur weil wir uns irgendwie zu fein sind, das bei uns zu entsorgen und das uns zu teuer ist, dann wird das entweder woanders ins Meer gekippt oder sonst irgendwie, das darf nicht sein. Also wir müssen gucken, dass wir unsere Probleme auch bei uns lösen. Bei der Rohstoffgewinnung werden wir es nicht schaffen, uns aus eigenen Rohstoffen zu versorgen komplett. Da sind wir auf Importe angewiesen und da muss man einfach gucken, dass die Rohstoffe vor Ort halt auch unter den gleichen Standards gewonnen werden, wie sie bei uns gewonnen würden. Und dann ist es glaube ich okay. Konkrete technische Frage von Mr. Cam GND. Deine Einschätzung zum Thema Großbatteriespeicher, also Stichwort Megapacks von Tesla, sinnvoll und ökonomisch Fragezeichen? Naja, ich kann mit Batterien, kann ich Leitungen reduzieren. Wir wissen, dass wir einfach sehr lange Bauzeiten von Leitungen haben und die Leitungen, das wissen die wenigsten eigentlich, die sind ja gar nicht komplett ausgelastet. Das heißt also, die Hälfte des Jahres langweilen die sich, weil ich da eigentlich vielleicht gar nicht genug Strom habe, um durchzuschicken. Da kann ich jetzt am Anfang, am Ende der Leitung eine große Batterie hinstellen und kann dann praktisch Überschussstrom erstmal zwischenpuffern und wenn dann Platz in der Leitung ist, dann schicke ich den dann halt durch. Also das ist eine Möglichkeit. Wird man irgendwann machen müssen, weil natürlich eine Batterie kann ich innerhalb von ein paar Monaten hinstellen. Eine Leitung dauert halt zehn Jahre und deswegen wäre das eine Option, halt Leitungen zum Beispiel auch besser auszulasten. Natürlich werden wir auch anders Energie speichern, zwischenspeichern. Also wir werden solche Batterien sehen, zumal, weil die Batterien auch billiger werden. Also es wird eine Option sein. Man muss es im Einzelfall halt immer durchrechnen, ob es sich dann rechnet. Batteriefrage war noch eine andere, konkret auf Autobatterien, weil du gesagt hast, ja eigentlich könnte man sie auch zur Rückspeisung dann benutzen. Da war die Frage, würde das die Lebensdauer der Batterien reduzieren? Stichwort Lade oder Produktions- und Ladezyklen? Ja, also definitiv klar. Also jeder Zyklus, die Lebensdauer. Du musst mal schauen, also Toyota, also die jetzigen Batterien halten vielleicht zwei bis vierhunderttausend Kilometer, sowas in der Größenordnung. Toyota wirbt jetzt glaube ich beim Transporter mit einer Million Kilometer. So viel schafft das Auto ja nicht. Das heißt also, die Batterien werden auch immer besser. Das heißt, man hat da einen gewissen Puffer, mit dem man auch wirklich spielen kann, dass die Batterie trotzdem die Lebensdauer des Autos erreicht. Das ist jetzt nicht natürlich so gigantisch viel, also das muss man dann irgendwie gucken. Aber andererseits, wenn ich dann auch für die Rückspeisung Geld verdienen kann und vielleicht auch nicht wenig, dann kann das auch interessant sein. Da muss man schauen. Finanziell ja, aber von der Lebensdauer her. Ja gut, wir haben ja ein bisschen Luft, wie gesagt, drin. Also da muss man natürlich dann, aber ich glaube, das haben auch so Autohersteller wie Tesla auf dem Schirm, dass man einfach sagt, okay, also wir stellen die Kapazität zur Verfügung, die halt, dann sagen wir, wie lange soll das Auto halten? 200.000 Kilometer und dann sagt ihr, okay, dann dürft ihr so viel mit der Batterie machen und dann ist gut. Dann wird halt nur der Teil halt auch genutzt. Batterie-Elektroauto war auch eine Frage. Da hat jemand geschrieben, ich verstehe es gar nicht, warum nicht sowieso Batterien als Module gebaut werden, sodass man beim Tanken oder sonst wo eigentlich nur in einer Minute das Batteriepack austauscht. Ist das eine realistische Perspektive? Naja, es gibt einen Hersteller jetzt einen chinesischen, der, ich glaube Nio ist das, die haben das in China schon eingeführt, die wollen damit auch in Europa auf den Markt kommen. Ich bin skeptisch, dass ich das durchsetze. Warum? Also erstmal, so eine Batterie ist ja jetzt nicht wie so ein Handy-Akku oder sowas, den ich da klack, klack rein, also die wiegt ja ein paar hundert Kilo, das heißt also, das kann ich, also brauche ich ja auch eine sehr aufwendige Wechselstation, die ja dann irgendwie das Auto anhebt, dann 300, 400, 500 Kilo Batterie rausnimmt, der andere wieder reinmacht und das soll ja auch innerhalb von 5 Minuten passieren. Also das sind dann irgendwie hochautomatisierte, sehr teure Wechselstationen und im Endeffekt die Batterien werden auch besser. Das heißt also, man hat heute schon bei den Spitzenbatterien, bei den besten Elektroautos für Ladezeiten von 15 bis 20 Minuten. Ein Wechselkost dauert auch 5 Minuten, das heißt ich spare 10 Minuten ein und die Batterien werden besser und dann um 5 bis 10 Minuten einzusparen, ein aufwendigeres System zu haben, was dann im Endeffekt, weil die Lade, also laden kann ich auch zu Hause, nicht? Also das ist einfach deswegen, aber... Die Möglichkeit hatte. Tauschen, tauschen nicht. Nochmal Batterie, jemand fragte, gefühlt ist die Handybatterie nach zwei Jahren dort. Wie ist denn das bei der Autobatterie, gerade wenn sie dann auch in den Zyklen heftig beansprucht wird? Naja, beim Handy habe ich ja so, die werden ja praktisch täglich gehen und entladen oder vielleicht sogar zweimal. Das heißt also, die haben dann im Jahr 365 Zyklen, nach zwei Jahren sind wir schon bei Richtung 1000 unterwegs. Wenn jetzt ein Auto 500 Kilometer mit einer Batterieladung schafft und ich 1000 Zyklen habe, sind das ja schon 500.000 Kilometer. Selbst bei 300 Kilometer sind es 300.000 Kilometer. Das heißt also, alleine die Zyklenzeit, die wir bei den Handy-Akkus erreichen, werden bei Autos schon ganz gut. Die Autos-Batterien sind aber besser. Also bei Handys werden halt auch sehr, sehr primitiv und einfache, weil da weiß man auch, irgendwo nach zwei Jahren kaufen sich die Leute eh ein neues Handy. Und wenn es das nicht so ist, dann kaufen sie sich halt einen neuen Akku. Also das heißt, da ist das einfach eingepreist und da kauft man halt die günstigsten Akkus. Und bei Autos, die Hersteller geben acht Jahre Garantie oder 160.000 Kilometer. Das ist eigentlich derzeit Standard. Das heißt, wenn die Batterie vorher kaputt geht, dann wird das ja auch teuer für die Hersteller und deswegen werden da auch etwas bessere Batterien verbraut. Und deswegen sollte das auch kein Problem sein. Ganz andere Frageecke. Rayleigh fragt, wäre es nicht sinnvoll, AKW noch so lange zu nutzen, bis alle Kohlekraftwerke abgeschaltet sind? Das ist eine rein theoretische Frage. Das geht in Deutschland gar nicht mehr. Also wir haben hier ein Ausstiegsgesetz bei der Kernenergie. Die Energiekonzerne haben die Kernkraftwerke so von ihren Betriebszyklen und von den Personalzyklen entsprechend gefahren auf Verschleiß. Das heißt also, wenn ich die jetzt weiterlaufen lassen wollte, muss ich die erstmal neu genehmigen lassen, da Monate oder Jahre lange irgendwie Überholung machen. Ich habe gar keine Brennstoffe, das Uran ist gar nicht bestellt. Es gibt ja auch kein Weltmarkt, wo ich sage, komm, liefern wir mal eine Kiste Uran und das Personal ist gar nicht da. Es geht gar nicht, die Kernkraftwerke in Deutschland länger laufen zu lassen und deswegen ist es eine rein hypothetische Diskussion. Karl von Holley, die großen Energiekonzerne, RWE, ETC, sind die im Hinblick auf die Energiewende eigentlich eher Bremser oder Beschleuniger? Sie wandeln sich. Also bis vor fünf Jahren, würde ich mal sagen, haben die mit beiden Füßen auf der Bremse noch gestanden, vor allem RWE, die halt also irgendwie ihre Zukunft in der Kohle gesehen haben. Das hat sich jetzt auch mit dem Kohleausstieg verändert. Das heißt also, zumindest mal 2038 ist eingepreist. Ich glaube, den Energiekonzernen ist auch klar, dass der Kohleausstieg wahrscheinlich früher kommen wird und man sucht sich, hat sich jetzt auch schon sehr schnell neue Geschäftsmodelle gesucht. Allerdings spielt jetzt Gas relativ eine große Rolle. Also das heißt, der Gasausstieg wird das nächste Problem sein und da werden wahrscheinlich nicht alle, aber einzelne Energiekonzerne auch noch sehr, sehr stark bremsen. Nochmal eine kritische Frage zu AKW von Elias. Die Umstellung der Primärenergie auf Regenerativen wird noch Jahre dauern, das ist richtig. Während der Umstellung gibt es Kohle, Gas, Öl, Nuklear. Warum wird Nuklear eigentlich als erstes weggenommen? Naja, Nuklear hat natürlich nicht nur Klimaschaden, sondern es hat auch andere Risiken. Also wenn ein Störfall, also der GAU in Deutschland passiert, und der Wind blöd steht, dann können wir halb Deutschland vergessen. Fukushima hat ja noch Glück gehabt, weil der Wind also im Prinzip einen Großteil des Drecks aufs offene Meer geweht hat. Also insofern irgendwie sagen jetzt alle, ja Fukushima, gut da sind 70.000 Leute irgendwie, dann haben ihre Heimat verloren, aber das ist ja egal. Aber wäre der Wind blöd gestanden, hätten wir Tokio vergessen können. Das muss man den Leuten einfach mal sagen. Also so eine Megacity wie Tokio wäre dann irgendwie wahrscheinlich irgendwie unbewohnbar gewesen oder mit einem Megaaufwand zu dekontaminieren gewesen. Deswegen ist es eine Hochrisikotechnologie, das muss man immer dazu sagen. Und deswegen ist es sinnvoll rauszugehen, zumal die heutigen Kernkraftwerke auch gar nicht in der Lage sind, sinnvoll mit Erneuerbaren zusammenzuarbeiten. Die wurden gebaut, dass ich die rund um die Uhr durchlaufen lasse. Ich habe sehr bald, Tag und Nacht, tags habe ich Sonne, nachts nicht. Ich müsste die morgens ausschalten, abends geht technisch gar nicht. Und deswegen macht... Sie sind schlecht regelbar. Genau. Also wir werden in zwei, drei Jahren eh an dem Punkt, wo ich sie sowieso aus technischen Gründen stilllegen müsste. Und insofern ist der Abschaltzeitpunkt einfach auch gut und sinnvoll. Nochmal kritische Frage zu Energie und Ressource von Erich Ehrenmann. Private PV-Anlagen werden meist mit Stromspeichern verkauft. Zerstört deren CO2-Footprint eigentlich die CO2-Ersparnisse der Eigennutzung oder reduziert sie sie? Also wir haben es mal durchgerechnet. Also sie kann gleich bleiben, sie kann sich leicht verschlechtern, leicht verbessern. Das hängt ein bisschen davon ab. Der Vorteil ist, dass so ein Speicher verschiebt ja Strom von Tag in die Nacht. Und wir wissen, dass tagsüber der Strom weniger CO2-Bilanz hat, also weil da ein wesentlicher Solarstrom halt im Netz ist. Nachts haben wir Kohlestrom. Das heißt, der Speicher nimmt Solarstrom und ersetzt auch nachts Kohlestrom dadurch. Das heißt, wir haben einen leicht positiven CO2-Effekt, aber wir haben natürlich die Herstellung des Speichers. Wenn ich die mit reinrechne, also ein Speicher erzeugt keine Energie. Das heißt, ich habe hier immer eine negative CO2-Bilanz, aber sie ist vertretbar. Gibt es, will Sebastian B. wissen, gibt es Berechnungen, wie viel Prozent an Energie man einsparen, schrägstrich erzeugen könnte, wenn die Industrie so viel PV-Anlagen auf ihren Dächern installieren dürfte, wie es ginge? Ja, also wir werden, ja, was können wir denn installieren? Also wir werden vielleicht auf allen Gebäuden so um die 200 Gigawatt, also Wohngebäude und Industrie installieren können. Was können wir damit machen? Vielleicht 10, 15 Prozent der Stromversorgung in Deutschland. Das machen die Dächer. Das heißt, wir werden Wind brauchen und wir werden auch einiges an Solar auf der Freifläche brauchen. Aber das ist dann schon irgendwie, also muss man machen, weil die Dächer sind einfach da und dann muss ich nicht auf die Grünfläche raufen. Also es ist sinnvoll. Nochmal so eine Basisfrage, die, glaube ich, aber doch noch sehr verbreitet ist, auch in der Gesellschaft. Seniga Kanuta, abgesehen von Wasserkraft sind die Erneuerbaren ja eben doch nicht dauerhaft verfügbar. Welches sind die besten Konzepte für Speicher, um Nacht- und Windflaute abzudecken? Das Beste ist ja erstmal die Verlagerung, also Speicher, die eh schon da sind. Also die Autobatterie, dass ich einfach die dann lade, wenn ich Überschussstrom habe, dass ich Wärmeanwendung habe. Also Gebäude können auch was speichern, das ist den meisten gar nicht klar. Also wenn ich tagsüber einfach die Heizung laufen lasse, das Gebäude aufheize und nachts ausschalte und ich eh eine Elektroheizung habe, dann kann ich also sehr viel machen. Problem Nummer eins, erstmal diese Möglichkeit nutzen, die ist schon mal sehr, sehr gigantisch. Nummer zwei wären dann Batterien, die einfach einen Tag vielleicht abpuffern können und dann werden wir noch kombiniert sehen, wenn wir mal eine Woche ohne Strom haben, das haben wir auch in Deutschland, dann werden wir Power to Gas machen müssen, also da dann den Champagner wieder ins Spiel bringen, aus den Überschüssen Wasserstoff erzeugen, aber halt nur da, wenn wir mit allen anderen Möglichkeiten am Ende sind. Rapids SWGF, wie wichtig, schon, wie wichtig ist der Winkel der Sonneneinstrahlung bei Solaranlagen, konkret produziert eine Solarzelle am Äquator mehr Energie als eine am Südpol, wenn an beiden Orten die Sonne scheint? Südpol, na gut, am Südpol muss man schauen, da scheint ja ein halbes Jahr lang gar nicht die Sonne und wenn sie scheint, dann steht sie nur bei 23. Also wir vergleichen es mal mit Deutschland, das ist vielleicht interessanter, also Deutschland und Sahara, da muss man sagen, im Sommer sind die Unterschiede gar nicht groß, also im Juni haben wir in Deutschland etwa ähnlich viel, was aus einer Solaranlage rauskommt, wie eine, die in Kairo steht, im Dezember sind die Unterschiede natürlich gigantisch, weiß man auch, wenn man im Dezember irgendwie in den Süden einen Urlaub macht, dann ist da halt einfach viel Sonne, den gibt es halt bei uns nicht, also im Dezember sind die Unterschiede gigantisch, im Juni nicht, übers Jahr gesehen führt das dazu, dass man in der Sahara ungefähr doppelt so viel, nicht ganz 80 bis 100 Prozent mehr Solarstrom aus einer Solaranlage rauskriegt, wie in einer in Deutschland. Nizud Kaisim, wie wäre deiner Meinung nach eigentlich der ideale Ablauf der Energiewende, wie sollte der Prozess moderiert werden, aktiv durch den Staat oder mithilfe von Marktanreizen? Na beides denke ich mal, also Energiewende heißt ja, dass am Ende auch alle mitmachen, also es hilft ja nichts, es ist wie bei einer Ampel, nicht, also die Ampel sagt ja, also irgendwie alle müssen halten, sonst so. Du meint jetzt die Verkehrsampel. Die Verkehrsampel, stimmt. Gibt ja noch eine andere. Also bei einer Verkehrsampel, wir müssen alle halten, sonst kann ich, kann ich vergessen, nicht? Also wenn nur die Hälfte sagt, ich halte irgendwie, dann kann ich mir die Ampel auch sparen, also die Verkehrsampel und das Gleiche ist bei der Energiewende. Das heißt, wir müssen natürlich irgendwie, es müssen einige anfangen, klar, also irgendwie, aber wir müssen schauen, dass wir es insgesamt umsetzen. Deswegen brauchen wir halt natürlich irgendwie Anreize, aber wir müssen auch politisch am Ende, dürfen wir nicht davor zurückschreien, auch scheuen, dann für alle Regeln umzusetzen, die auch von allen befolgt werden müssen, wie im Verkehr auch, wo es ja gar kein Problem ist. Keiner würde über Freiheitsbeschränkungen durch eine Ampel jetzt diskutieren, Verkehrsampel. Aber du sagst schon, es müssen beide, also sowohl die Marktanreize als auch die politischen Vorgaben müssen da sein. Klar, wobei wir haben ja schon Marktanreize, also Solaranlage rechnet sich ja schon, trotzdem sind nicht alle Dächer voll, das sieht man dann, also das heißt, entweder muss, also bei Marktanreizen muss ich am Ende sehr, sehr stark anreizen, das wird für den Staat irgendwann unbezahlbar teuer und deswegen darf man auch nicht davor zurückscheuen, auch früher oder später die eine oder andere Regel einzuführen. Nochmal eine Grundsatzfrage von Harné, können wir rein technisch unseren heutigen Energiebedarf mit regenerativen Energien decken oder geht das nur, wenn wir den Verbrauch reduzieren? Wir reduzieren den Verbrauch schon automatisch, wenn wir auf elektrische Anwendung gehen, also in dem Moment, wo ich den Dieselmotor durchs Elektroauto ersetze, geht der Verbrauch um zwei Drittel zurück, wenn ich die Gasheizung rausschmeiße, eine elektrische Wärmepumpe einbaue, geht der Verbrauch auch um zwei Drittel zurück, das heißt, in allen Szenarien ist ein Rückgang des Verbrauchs eingepreist, dass wir also versuchen, möglichst effizient damit umzugehen. Wenn ich bei Öl und Gas bleibe, dann wird es nicht möglich sein. Und wenn ich das effizient mache, dann funktioniert es auch. Das zeigen alle Berechnungsszenarien, die wir eigentlich sowohl wir als auch andere gemacht haben. Anschlussfrage, Sound P. Als zukünftiger Häuslebauer, welche Maßnahmen empfiehlst du, um möglichst nachhaltig zu bauen beziehungsweise CO2-freie Energieversorgung sicherzustellen? Also erstmal weg vom Beton, das hatten wir vorhin ja schon, also möglichst viel mit Holz bauen, also das ist Nummer eins, weil also alleine, wenn ich ein Gebäude baue, ein Einfamilienhaus, da hängen schon mal 40 Tonnen CO2 drin, also alleine durch den Bau dieses Hauses, das kann ich durch Holz deutlich reduziere. Dann muss man natürlich gucken, eine möglichst große Solaranlage aufs Dach, weil also eine Solaranlage spart, also eine einzige Photovoltaik, wenn ich das ganze Dach voll mache, kann ich so bis zu 10 Tonnen CO2 einsparen, also das ist schon richtig viel. Und natürlich optimal dämmen, dass wir mal so möglichst wenig Wärmebedarf haben und dann auch keine Öl- und Gasheizung einbauen. Noch so ein paar Fachfragen in der Richtung. Anne Mone möchte wissen, was hältst du von Infrarotheizung statt Wärmepumpen? Kommt aufs Haus drauf an, sage ich mal, also eine Wärmepumpe hat halt immer diesen Faktor, diesen Hebel, den Faktor 3, was ich vorhin gesagt habe. Ich kann immer, ich nehme eine Kilowattstunde Strom und habe dann drei Kilowattstunden Wärme. Das Heizungssystem ist aber natürlich deutlich komplizierter. Ich muss die Wärmepumpe einbauen, da habe ich irgendwie, da brauche ich Fußbodenheizung, Lüfter und sonst irgendwie. Wenn ich ein sehr, sehr gut gedämmtes Gebäude habe und eh sehr wenig Heizwärmebedarf habe, dann kann man sagen, okay, dann kann die Infrarotheizung auch billiger sein und die kleinen Mengen an Strom, die ich dann brauche, ist ineffizienter als eine Wärmepumpe, aber ist okay. Wenn ich jetzt, sage ich mal, ein Haus habe, was so suboptimal gedämmt ist, da würde ich nicht mit der Infrarotheizung anfangen, weil das einfach auch zu ineffizient und dann am Ende zu teuer ist. Nochmal zum grünen Wasserstoff. Lena Funke fragt, für wie umsetzbar hältst du grünen Wasserstoff aus Cyanobakterien, zum Beispiel durch große Algenflächen auf Ozeanen? Es gibt da wohl Versuche an Infrarotheizung oder sonst wo? Ja, also man kann Wasserstoff auch genau über Bakterien, über Algen entsprechend herstellen. Problem da ist halt immer die Lebensdauer, das heißt also so eine Alge lebt halt nicht 20 Jahre, also da muss man halt immer gucken, klar kann man dann wieder, muss man nachziehen. Am Ende werden das die Kosten entscheiden. Also es ist eine Möglichkeit, auch da brauche ich natürlich große Flächen, weil was machen die Algen? Die machen ja auch nichts anderes, als dass sie Solarenergie umwandeln in Wasserstoff und den muss ich halt auffangen. Vermutlich ist der Flächenverbrauch, oder nicht vermutlich, also der Flächenverbrauch durch Solarenergie, also Photovoltaik ist kleiner. Natürlich Algen sind irgendwie natürlich auch irgendwie, ist da auch was Biologisches, ist okay. Also man sollte weiter daran forschen. Ich denke aber, die Erzeugung, die zeitnah funktioniert, wird eigentlich die mit Solar- und Windstrom sein. Wir kommen zu den letzten Karten. Boris Konopka, was hältst du vom Klimageld? Wäre so eine Pro-Kopf-Rückzahlung nicht eigentlich die sozial gerechteste Art, höhere CO2-Preise politisch zu ermöglichen, weil dann eben die sogenannten Einkommensschwachen nicht den Preis dafür zahlen müssen? Ja, das stimmt auch nur teilweise. Also jetzt sage ich mal, ich habe jemanden, der einkommensschwach ist, Hartz IV oder irgendwie knapp drüber, der hat jetzt eine Mietwohnung, die halt irgendwie billig ist, dann ist das meistens ein schlecht gedämmter Altbau. Und dann habe ich einfach auch eine sehr, sehr hohe Heizkostenrechnung. Jetzt irgendwie der gut verdienende Mittelklasse-Mensch hat gerade ein Einfamilienhaus gebaut, was super gut gedämmt ist, der hat halt kaum Heizkosten. Und wenn ich jetzt einfach die CO2-Steuer erhöhe, dann wird natürlich der arme Mensch in der Mietwohnung deutlich mehr getroffen. Wenn ich jetzt eine Rückvergütung pro Kopf mache, ja, klar, also es ist okay, weil natürlich diejenigen, die wenig Geld haben, auch weniger konsumieren und dadurch auch weniger ausstoßen. Also insofern würden sie da auch einsparen, vielleicht auch gar kein Auto haben und also da auch entsprechend einsparen. Also derjenige, der mehr Geld hat, der verursacht in der Regel auch mehr CO2, aber es wird trotzdem soziale Härten geben. Und deswegen glaube ich schon, dass wir dieses Energiegeld, warum macht man es nicht einkommenabhängig? Dass man einfach sagt, also die ärmere Hälfte der Bevölkerung kriegt das Energiegeld und die reichere Hälfte nicht. Da hat man wieder Angst, dass dann wieder sagen, ja, der Nachbar, der irgendwie kriegt das aber und ich nicht. Sagen wir so, diese Gerechtigkeitsdebatte, ich hätte da gar kein Problem damit. Ich habe ein gut gedämmtes Haus, ich habe auch irgendwie, sage ich mal, ein Einkommen, halt im Mittelklassebereich und dann würde ich sagen, okay, dann kriege ich halt die 150 Euro nicht. Aber für niedrige Einkommen wäre es richtig. Ja, oder man muss halt wirklich, das vielleicht auch nicht nach dem Gießkannenprinzip, ich denke auch, das Wohngeld einfach zu erhöhen. Es gibt halt einfach viele, die jetzt auch, gerade jetzt auch schon mit den Gaspreisen, das hat ja gar nichts mit der Energiewende zu tun. Wir reden ja immer, dass also jetzt die Energiekosten hochgehen, weil wir Energiewende machen, stimmt ja gar nicht. Das heißt, da ist ja irgendwie der Konflikt mit Russland dran schuld. Und auch die haben jetzt schon ein Problem. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir den armen Menschen, die einfach jetzt schon Probleme haben, ihr Leben zu gestalten, dass wir denen bei steigenden Energiekosten unter die Arme greifen. Und die, die sich leisten können, muss man schauen. Wir müssen ja auch mal gucken, also so eine Stromrechnung beim Einfamilienhaus, die liegt irgendwo zwischen 1.000 und 2.000 Euro, das sind 100 bis 200 Euro. Jetzt muss man mal einfach da sagen, okay, das ist zwar, wenn das mal um 10 Prozent teurer wird, für einige ärgerlich, aber das ist dann auch noch... Und jetzt aber auch Preissteigerung um 40 Prozent. Klar, also bei Neuabschlüssen, bei Altverträgen nicht. Also bei Neuabschlüssen, das tut dann schon weh, aber für den oberen Mittelstand kriege ich wahrscheinlich ganz viel Prügel dann draußen im Endeffekt. Aber natürlich, die Energiewende hat sehr, sehr hohe Kosten und wir haben einen Lebensstandard uns aufgebaut, der auf Kosten vor allen Dingen auch der armen Länder geht. Also das heißt, wir können unseren Lebensstandard nur so haben, weil irgendwelche Sklaven irgendwo in den Entwicklungsländern Rohstoffe unter unwürdigen Bedingungen für uns rausholen, damit wir halt billige Produkte bekommen. Das müssen wir uns einfach auch mal klar machen. Und deswegen ist einfach die Frage, also wo setzen wir die Ersparnis ein? Warum muss ich dann immer, wo wir eh schon einen Lebensstandard haben, der für diesen Planeten nicht verträglich ist, warum muss ich dann immer noch mehr Geld und was zurückkriegen? Das ist natürlich klar, weil niemand will gerne was wegbekommen, aber wir müssen auch einfach mal akzeptieren, den Gürtel vielleicht ein bisschen enger zu schnallen, um die Zukunft unserer Kinder zu retten. Und das muss man vielleicht auch mal vermitteln. Pilgerfuchs fragt, ist es möglich oder wäre es möglich, Energiekooperativen oder Kooperationen mit einem Land oder mit Ländern auf der anderen Seite des Globus abzuschließen, sodass die Tagesproduktion des einen den Nachtbedarf des anderen mit abdeckt? Theoretisch ja, praktisch nein. Also es gab schon mal die Idee des sogenannten Global Grid. Das ist mal einfach so irgendwie wie so ein Netz ganz um den Globus, einmal von Ost nach West, dann habe ich einen Ausgleich von Tag, Nacht und von Nord nach Süd, dann habe ich einen Sommer-Winter-Ausgleich und irgendwo scheint immer die Sonne. Nur diese Leitungen werden halt einfach so abartig teuer und würden ein paar hundert Jahre dauern. Also insofern funktioniert das nur theoretisch. Praktisch wird das nicht realisierbar sein. Okay, Johannes Grabenbauer, warum werden Solaranlagen auf 70 Prozent Einspeisung begrenzt? Die vorhandene Energie könnte doch für Batterie und oder kleine Wasserstoffkraftwerke genutzt werden. Okay, hier muss man auch technisch ein bisschen ausklären. Also es gibt im aktuellen Gesetz, darf eine Anlage nur 70 Prozent der möglichen Leistung einspeisen. Also wenn eine Anlage 10 Kilowatt hat, darf sie nur 7 kW ins Netz einspeisen. Das heißt aber nicht, dass man 30 Prozent des Solarstroms verliert. Sondern? Sondern es sind 2, 3 Prozent, weil natürlich wir haben in Deutschland nur sehr, sehr wenige Tage, wo ich volle Sonne habe. Dann muss die Solaranlage auch noch perfekt ausgerichtet und sauber und sonst irgendwie sein. Und ich darf den Strom nicht selber verbrauchen. Das heißt also, nach unseren Berechnungen verliert man damit 2 bis 3 Prozent der Energie in einem Einfamilienhaus. Dafür kann ich aber 30 Prozent mehr Solaranlagen ans Netz anschließen. Und insofern kann man sagen, ja, also man kann drüber diskutieren, aber ich sehe die Regel jetzt nicht als so super dramatisch an. So, Ernst Stavro Blofeld, den Namen kenne ich irgendwo her, ist nicht ein dezentrales Netz sinnvoller, nämlich wenn jeder Haushalt Solarzellen aufs Dach packen muss, wenn Zwischenspeicher im Keller da sind, wenn Windräder ETC gut übers Land verteilt sind? Also dezentral ist natürlich besser. Also es ist immer die Frage, also dezentral ist ja irgendwie auch ein dehnbarer Begriff. Also das dezentralste wäre, jeder kappt seine Stromleitung und macht eine Anlage aufs Dach und erzeugt sich Wasserstoff im Keller und Speicher macht sich dann komplett unabhängig. Das wäre dann aber wahrscheinlich die teuerste Art der Energieversorgung. Und das Preiswertere ist halt immer auch einen Ausgleichseffekt zu haben. Wenn ich Solarstromüberschuss habe, der Nachbar hat gerade ein Defizit, dann gleicht man aus. Dann brauche ich halt auch weniger Speicher. Also es sind keine fundamentalen Gegensätze. Entweder das traditionelle, völlig zentralisierte Netz mit den Großkraftwerken der alten Art und auf der anderen Seite sozusagen die Ameisenstraße der Energieerzeugung. Das sind keine fundamentalen Gegensätze, sondern sie passen zusammen. Ja, wir müssen ja gucken. Also wir sollten so viel wie möglich dezentral den Strom vor Ort machen und auch vor Ort verbrauchen. Das ist immer gut, weil dann brauchen wir keine Leitung, keine Speicher. Also erstmal gut. Also jeder seine Solaranlage und auch möglichst vor Ort. Die Windkraftanlagen auch möglichst auch in Bayern. Also schönen Gruß nochmal an Herrn Seehofer und an Herrn Söder. Also mit einer 10H-Regelung werden wir in Deutschland nicht klimaneutral werden können. Also die muss in Bayern weg. Und dann müssen wir auch in Bayern Windräder aufbauen. Vollkommen klar. Sonst muss sich Deutschland mit Leitungen irgendwie durchziehen von oben bis unten. Also das heißt, das ist auf alle Fälle klar. Wir wissen aber auch da zum Beispiel, dass wir Offshore-Windenergie brauchen. Und Offshore-Wind ist zentral. Also wenn ich da einfach Windparks hinstelle, die von der Leistung irgendwie so groß sind wie 10 Atomkraftwerke, dann habe ich halt trotzdem eine zentrale Komponente. Und auch die großen Gasspeicher werden zentral sein. Das sind große Löcher in der Erde, wo einfach Millionen von Kubikmeter an Gas reingehen. Das heißt, ich habe ein sehr dezentrales System, aber mit zentralen Komponenten. Und diesen Konflikt dezentral, zentral, der stammt halt von früher. Dass man sagt, das Böse ist halt das große Kohle- und Atomkraftwerk. Und das Gute sind die kleinen Anlagen, die als Guerilla das Große aus dem Netz drängen. Ich glaube, diesen Gegensatz, den gibt es heute auch unbedingt nicht mehr. Die großen Sachen werden wir auch brauchen. Wir werden aber den größeren Teil, 60, 70, 80 Prozent, werden wir natürlich versuchen, verteilt aufzubauen. Die beiden letzten Fragen. Rayleigh, könnte man eigentlich zwei Windräder an einen Mast hängen? An die heutigen Masten nicht, die würden umkippen. Also da müsste ich den Mast halt entsprechend größer machen. Ich könnte noch ein kleines zum Beispiel, ich versuche jetzt gerade selber noch mal drüber nachzudenken. Also bei Flugzeugantrieben gibt es Doppelpropeller. Also zwei hintereinander macht keinen Sinn, weil da ist der Wirkungsgrad, ich könnte natürlich noch eins unten drunter machen, weil die fangen ja meistens erst so bei 60, 70 Meter Höhe an, aber A, muss ich den Mast dann später machen und unten haben wir ja vorhin auch gesagt, ist der Wind halt nicht so stark. Es würde sich einfach nicht rechnen. Also technisch, es gab auch schon mal so Konzepte, so in den 30er Jahren gab es so irgendwie drei, vier Masten oder so Windturbinen dran, aber wie gesagt, wirtschaftlich würde ich sagen, wird man das eher nicht sehen. So und nochmal der Freund Rayleigh, ich glaube, der bewirbt sich gerade bei dir. Könnte man mit einem Wirtschaftsingenieur-Bachelor einen Erneuerbare-Energien-Master machen? Herr Professor? Also immer die Frage, an welcher Hochschule? Also wir haben am 27.01. gibt es einen Hochschultag, wo wir die Erneuerbaren Energien sich hier insgesamt vorstellen. Da kann man mal googeln. Also Green Energy Study heißt das oder so ähnlich. Also wenn man da, genau, Green Energy dann und studieren googelt, müsste man es eigentlich finden oder auf Ecosia sucht. Das ist ein ökologischer, genau. Und dann kann man einfach mal schauen. Es gibt also Studiengänge, die beim Master weniger Voraussetzungen haben. Bei uns ist einfach, sind gewisse Ingenieursfächer Voraussetzungen, weil wir auf den Ingenieurssachen aufbauen. Das heißt also, da gucken wir im Einzelfall hin, ob man ausreichend gemacht hat. Man muss es einfach dann sich bewerben und mal schauen. Es gibt da aber an jeder Hochschule auch Beratungsstellen, wo man im Vorfeld fragen kann, reicht das oder reicht das nicht? Und dann einfach mal an dem Tag gucken, da sind die Hochschulen da. Da gibt es auch eine Liste, welche Hochschulen wir insgesamt in Deutschland haben. Und es gibt auf alle Fälle eine Hochschule, wo es geht. Ob es bei uns geht, müssen wir im Einzelfall prüfen, welche Fächer gemacht wurden. Und die Abschlussfrage, nochmal aus der Interessentenperspektive, was arbeitet man nach einem Erneuerbare-Energien-Studium eigentlich so? Ja, man kann alles machen, also nichts. Also genau, das ist ein ingenieurstechnisches Studium. Also man macht erstmal das, was normalerweise klassischerweise Ingenieurinnen und Ingenieure machen. Also wenn jetzt ein Windpark gebaut werden soll, dann muss ja jemand sich erstmal darum kümmern, die Fläche gucken, wo stelle ich die hin, was kommt ans Ertrag raus, wie werden die geplant, wenn ich Solarparks bauen will, wie werden die gemacht, wie werden die verkabelt, wie werden die insgesamt realisiert, die Projekte entsprechend bauen. Es gibt auch welche, die dann bei der Realisierung dabei sind. Die Anlagen müssen auch geplant und gewartet werden. Also da muss man gucken, dass die 20 Jahre laufen. Wenn die nicht laufen, muss man rausfinden, was ist kaputt und was muss man machen, damit die repariert werden. Also da gibt es natürlich sehr, sehr viele Fragestellungen. Dann gibt es die Forschungsfragenstellung, wie entwickle ich das weiter auch den ganzen Kram? Wie kriege ich die Elektroautos dazu, dass die auch tagsüber richtig funktionieren, dass ich irgendwie intelligente Einspeisesysteme habe? Wie entwickle ich Wasserstoffflugzeuge weiter? Also da gibt es ja auch ganz viele Fragen in dem Bereich, in der Forschungsentwicklung, die man haben. Man kann in die Ausbildung gehen, es sind sogar Leute bei uns in der Politik gelandet. Also insofern, das ist schon relativ breit und ich glaube, Jobs sorgen muss man sich eigentlich auch nicht machen, wenn man ein einigermaßen ordentliches Hochschulstudium hat, ist man nachher relativ breit aufgestellt, weil Fachkräfte werden überall fehlen und insofern glaube ich, muss man sich da keine Gedanken machen. Es gibt eine sehr, sehr breite Auswahl und es ist auch sehr, sehr spannend, was man da machen kann. Und dann hänge ich eine allerletzte Frage von mir dahinter. Hast du eigentlich schon mal, Volker Quasching, daran gedacht, dich mit deinem Wissen, deinen Kenntnissen, deinen Vernetzungen mit einem Startup selbstständig zu machen? Es gab ja mal, ich weiß nicht, war es in Aachen, die Elektromobile, die dann die Post zeitweise gekauft hat, das war ja sozusagen so ein Spin-off aus der Wissenschaft. Ist dir sowas mal selbst in den Kopf gekommen? Und wenn nein, warum nicht? Und wenn ja, was war das? Also Nummer eins ist, ich habe eine 60 bis 70 Stunden Woche. Also das heißt, für ein Startup, das müsste ich dann irgendwie Sonntagnachts machen. Also da fehlt einfach die Zeit. Deswegen kommt das für mich erstmal schon gar nicht in die Frage. Und man muss dann auch Forschungsthemen haben, die eigentlich auf Produktentwicklung raus sind. Also wir orientieren uns eher mit den Forschungsthemen, dass wir die Energiewende voranbringen. Wir haben jetzt auch Forschungsthemen, wo wir Speichereffizienzen bewerten oder sowas. Also insofern auch sehr, sehr spannende Fragen, aber jetzt nicht irgendwie neuartige Produktentwicklung. Und dann ist immer die Frage, womit man da Forschung reingeht. Also mein Ziel war es immer, die Energiewende voranzubringen, den Klimaschutz voranzubringen. Und da wollte ich möglichst effizient tätig sein und nicht unbedingt ein Unternehmen zu gründen, so wie Elon Musk dann irgendwie. Der hat ja auch die Energiewende voranbringen, ganz klar. Und ist damit auch reich geworden. Das war eigentlich gar nicht meine Priorität Nummer eins, sondern das ist einfach wirklich Energiewende und Klimaschutz voranzubringen. Und ich glaube, das, was ich mache, ist da, da fühle ich mich auch wohl. Das ist gut. Ich habe auch ein tolles Team, die auch sehr gute Forschungssachen machen und Startup. Wir haben auch Unternehmen auch schon beraten. Ich war auch Mentor von Leuten bei uns an der Hochschule, die jetzt also auch zum Beispiel Balkonanlagen in Unternehmen gegründet haben für Startups. Das begleite ich gerne, wenn das bei uns in der Hochschule stattfindet. Aber selber machen fehlt mir einfach die Zeit. Volker, danke schön. Danke für deine Zeit. Danke für deine Auskünfte, dein Wissen, dass du uns mit uns geteilt und uns mitgeteilt hast. Danke für euer Interesse, eure Fragen. Und da Volker nun schon das Thema Geld angesprochen hat, im Abspann werdet ihr sehen, wer sich um diesen Kanal im vergangenen Monat auch mit Unterstützung, finanzieller Unterstützung verdient gemacht hat. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020